Teil 1 von Walpurgisnacht Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Walpurgisnacht von Gustav Meiring Kapitel 1 Der Schauspieler Zrückatlo Ein Hund schlug an Einmal Ein zweites Mal Dann lautlose Stille, als ob das Tier in die Nacht hineinhorche, was geschehen werde. »Mir scheint, der Brock hat gebellt«, sagte der alte Baron Konstantin Elsenwanger. »Wahrscheinlich kommt der Herr Hofrat.« »Das ist doch meiner Seel kein Grund zum Bellen«, warf die Gräfin Zaradka, eine Greisin mit schneeweißen Ringellocken, scharfe Adlernase und buschigen Brauen über den großen, schwarzen, irrblickenden Augen streng hin, als ärgere sie sich über eine solche Ungebührlichkeit, und mischte einen Stoß Wistkarten noch schneller, als sie es ohnehin bereits eine halbe Stunde hindurch getan hatte. »Was macht er eigentlich so den ganzen lieben Tag lang?«, fragte der kaiserliche Leibarzt Thaddeus Flugbeil, der mit seinem klugen, glattrasierten, faltigen Gesicht über dem altmodischen Spitzendjabot wie ein schemengleicher Ahnherr der Gräfin gegenüber in einem Ohrenstuhl kauerte, die unendlich langen, dürren Beine, affenhaft, fast bis zum Kinn emporgezogen. »Den Pinguin«, nannten ihn die Studenten auf dem Khatschin, und lachten immer hinter ihm drein, wenn er schlag zwölf Uhr vormittags vor dem Schlosshof in eine geschlossene Droschke stieg, deren Dach erst umständlich auf- und wieder zugeklappt werden musste, bevor seine fast zwei Meter hohe Gestalt darin Platz gefunden hatte. Genauso kompliziert war der Vorgang des Aussteigens, wenn der Wagen so dann einige hundert Schritte weiter vor dem Gasthaus zum Schnellhalt machte, wo der Herr kaiserliche Leibarzt mit ruckweisen, vogelhaften Bewegungen ein Gabelfrühstück aufzupicken pflegte. »Wen meinst du?« fragte der Baron Elsenwanger zurück. »Den Brock oder den Herrn Hofrat?« »Den Herrn Hofrat natürlich. Was macht er so den ganzen Tag?« »Er spielt halt mit den Kindern in der Chotex-Anlage.« »Mit die Kinder«, verbesserte der Pinguin. »Er spielt sich mit denen Kindern«, fiel die Gräfin verweisend ein und betonte jedes Wort mit Nachdruck. Die beiden alten Herren schwiegen beschämt. Wieder schlug der Hund im Park an, diesmal dumpf, fast heulend. Gleich darauf öffnete sich die geschweifte, dunkle, mit einer Schäferszene bemalte Mahagonitür, und der Herr Hofrat Kaspar, edler von Schirnding, trat ein, wie gewöhnlich, wenn er zur Whistpartie ins Palais Elsenwanger kam, mit engen schwarzen Hosen angetan und den ein wenig rundlichen Leib in einen Biedermeier-Gehrock von hellem Braun aus wunderbar weichem Tuch gehüllt. Hastig wie ein Wiesel und ohne ein Wort zu verlieren, lief er auf einen Sessel zu, stellte seinen kratkrempigen Zylinderhut darunter auf den Teppich und küßte so dann der Gräfin zeremoniell die Hand zur Begrüßung. »Warum er jetzt noch immer bellt?« brummte der Pinguin nachdenklich. »Diesmal meint er den Brock«, erläuterte die Gräfin Saradka mit einem zerstreuten Blick auf den Baron Elsenwanger. »Herr Hofrat sehen so schweißbedeckt aus, dass sie sich nur nicht verkühlen«, rief dieser besorgt, machte eine Pause und gräte dann plötzlich in arjenhaften Schwingungen in das finstere Nebenzimmer, das sich daraufhin wie durch Zauberschlag erhellte. »Bojena! Bojena! Bojena! Bitsi, bring Sie, Prosim, das Superle!« Die Gesellschaft begab sich in den Speisesaal und nahm um den großen Esstisch herum Platz. Nur der Pinguin stolzierte steif an den Wänden entlang, betrachtete bewundernd, als sähe er sie heute zum ersten Mal, die Kampfszenen zwischen David und Goliath auf den Gobelins, und betastete die prachtvollen, geschweiften Maria-Theresia-Möbel mit Kennerhänden. »Ich war unten, in der Welt«, platzte der Hofrat von Schirnding heraus und betupfte seine Stirn mit einem riesigen, rot-gelb gefleckten Taschentuch. Und bei der Gelegenheit habe ich mir die Haare schneiden lassen. Er fuhr sich mit dem Finger hinter den Kragen, als jucke ihn der Hals. Derartige, auf einen angeblich nur schwer zu bändigenden Haarwuchs abzielende Bemerkungen, pflegte er jedes Vierteljahr zu machen, in dem Wahn, man wisse nicht, dass er Perücken trage, einmal langlockige, dann wieder kurzgeschorene, und immer bekam er auch in solchen Fällen Staunen erfülltes Gemurmel zu hören. Aber diesmal blieb es aus. Die Herrschaften waren zu verblüfft, als sie vernahmen, wo er gewesen sei. »Was? Unten? In der Welt? In Prag? Sie?« Der kaiserliche Leibarzt Flugbeil war erstaunt herumgefahren. »Sie?« Den beiden anderen blieb der Mund offen. »In der Welt? Unten? In Prag?« »Da... da haben sie ja über die Brücke missen,« brachte die Gräfin endlich stockend heraus. »Was denn, wenn sie eingestürzt wäre?« »Eingestürzt? Non servus!«, krechzte Baron Elsenwanger und wurde blass. Unberufen. Er ging zittrig zur Ofennische, vor der noch aus der Winterzeit her ein Scheitholz lag, nahm es, spuckte dreimal darauf und warf es in den kalten Kamin. Unberufen. Bojena, das Dienstmädchen, in zerlumptem Kittel, ein Kopftuch um und barfuß, wie es in altmodischen Prager-Patrizierhäusern üblich ist, brachte eine prunkvolle Schüssel aus schwerem getriebenem Silber herein. »Aha, Wurstsuppe!«, brummte die Gräfin und ließ befriedigt ihr Lognet fallen. Sie hatte die Finger des Mädchens, die in viel zu weiten, weißen Glassehandschuhen starken und in die Brühe hineinhingen, für Würste gehalten. »Ich bin mit der elektrischen Gefahren«, stieß der Herr Hofrat gepresst hervor, »immer noch voll Aufregung des überstandenen Abenteuers eingedenk.« Die anderen wechselten einen Blick, sie fingen an, seine Worte zu bezweifeln, nur der Leibarzt zeigte ein steinernes Gesicht. »Ich war vor dreißig Jahren zum letzten Mal unten, in Prag«, stöhnte der Baron Elsenwanger und band sich kopfschüttelnd die Servierte um, die beiden Zipfel standen hinter seinen Ohren hervor und verliehen ihm das Aussehen eines furchtsamen, großen, weißen Hasen, damals, als mein Bruder selig in der Teinkirche beigesetzt wurde. »Ich war überhaupt mein Lebtag noch nicht in Prag«, erklärte Gräfin Zaratka schaudernd, »das könnt mich so haben, wo sie meine Vorfahren auf dem Altstädter Ring hingerichtet haben.« »Nun, das war damals im Dreißigjährigen Krieg, gnädigste«, suchte sie der Pinguin zu beruhigen, »das ist schon lange her.« »Ach was, ich denke es noch wie Heid, überhaupt die verfluchten Preisen.« Die Gräfin starrte geistesabwesend in ihren Suppenteller, befremdet, daß keine Würste darin waren, dann funkelte sie durch ihre Lornette über den Tisch, ob die Herren sie ihr vielleicht weggeschnappt hätten. Einen Augenblick lang versank sie in tiefes Nachdenken und murmelte vor sich hin, »Blut, Blut«, »wie das herausspritzt, wenn man einem Menschen den Kopf abhaut.« »Dass sie sich nicht gefürchtet haben, Herr Hofrath, was, wenn sie unten in Prag den Preisen in die Hände gefallen wären,« fuhr sie laut, zu dem Edlen von Schirnding gewendet fort. »Den Preisen? Wir gehen doch jetzt Hand in Hand mit den Preisen.« »So? Ist der Krieg also endlich aus? Na ja, der Windischgrätz, der hat's ihnen halt wieder einmal gegeben.« »Nein, gnädigste, wir sind mit die Preisen,« meldete sich der Pinguin, »will sagen, mit denen Preisen, schon seit drei Jahren gegen die Russen verbündet und— »Verbindet!«, bekräftigte der Baron Elsenwanger, »und kämpfen Schulter an Schulter mit ihnen. Er ist—« Er brach höflich ab, als er das ironische, ungläubige Lächeln der Gräfin bemerkte. Das Gespräch stockte, und man hörte eine halbe Stunde lang nur noch das Klappern der Messer und Gabeln oder das leise klatschende Geräusch, wenn Bojena mit ihren nackten Füßen um den Tisch herumging und neue Speisen auftrug. Baron Elsenwanger wischte sich den Mund. »Herrschaften, wollen wir jetzt zum Whist?« Ein dumpfes, langgezogenes Geheul klang durch die Sommernacht aus dem Garten herauf und schnitt ihm die Rede ab. »Jesus Maria! Ein Vorzeichen! Der Tod ist im Haus! »Brock! Mistviehverfluchtes! Kusch dich!«, hörte man die halblaute Stimme eines Dieners unten im Park schimpfen, als der Pinguin die schweren Atlasvorhänge beiseite geschoben und die Glastür dahinter, die auf die Veranda führte, geöffnet hatte. Eine Flut von Mondlicht ergoss sich in das Zimmer, und kühler Luftzug voll Akazienduft machte die Kerzenflammen in den gläsernen Kronleuchtern flackern und schwellen. Auf dem kaum handbreiten Sims der hohen Parkmauer, hinter der ein Dunstmeer aus dem tief unten jenseits der Moldau schimmernden Prag rötlichen Dunst empor zu den Sternen hauchte, schritt langsam und aufrecht ein Mann, die Hände tastend vorgestreckt wie ein Blinder, bald gespenstisch halb verdeckt durch die silhouettenhaften Schlagschatten der Baumäste, dass es schien, als sei er aus glitzerndem Mondlicht geronnen, dann wieder grell beschienen, wie frei schwebend über dem Dunkel. Der kaiserliche Leibarzt Flugpeil traute seinen Augen nicht. Eine Sekunde lang glaubte er Erträumer. Dann brachte ihn das plötzliche, wütende Aufbellen des Hundes zur Besinnung. Er hörte einen gellenden Schrei, sah die Gestalt auf dem Sims schwanken und, wie von einem lautlosen Windstoß weggeweht, verschwinden. Ein Prasseln und Brechen von Zweigen und Gebüsch verriet ihm, dass der Mann in den Garten gefallen war. »Mörder, Einbrecher, man muss die Wache holen!« zitterte der Edle von Schirnding, der auf den Schrei hin mit der Gräfin aufgesprungen und zur Tür geeilt war. Konstantin Elsenwanger hatte sich wimmernd auf die Knie geworfen, das Gesicht in den Sitzpolstern seines Lehnstuhls vergraben, und betete in den gefalteten Händen noch ein gebratenes Hühnerbein, das Vaterunser. Auf die schrillen Befehle des kaiserlichen Leibarztes, der wie ein riesiger nächtlicher Vogel mit federlosen Flügelstümpfen von der Verandabrüstung hinab in die Finsternis gestikulierte, kam die Dienerschaft aus dem Poitierhäuschen in den Park gelaufen und durchsuchte mit Windlichtern, wild durcheinander rufend, die dunklen Bosketts. Der Hund schien den Eindringling gestellt zu haben, denn er bellte laut und anhaltend in regelmäßigen Intervallen. »No, als dann! Was ist denn? Habt's den preisischen Kosaken endlich?« zirnte die Gräfin, die von Anfang an nicht die Spur von Aufregung oder Angst gezeigt hatte, durch ein offenes Fenster hinunter. »Heilige Mutter Gottes, er hat den Hals gebrochen!« hörte man das Dienstmädchen Bojena jammernd aufkreischen. Dann trugen die Leute den leblosen Körper eines Menschen von dem Fuß der Mauer her in den Lichtschein, den das helle Zimmer hinaus auf den Rasenplatz warf. »Bringt ihn herauf, rasch, bevor er verblutet!« befahl die Gräfin kalt und ruhig, ohne auf das Gewinsel des Hausherrn zu achten, der entsetzt dagegen protestierte, und verlangte, man solle den Toten über die Mauern den Abhang hinunterwerfen, ehe er wieder lebendig werden könne. »Bringt ihn wenigstens hier hinein ins Bilderzimmer!« flehte Elsenwanger, drängte die Gräisin und den Pinguin, der einen der brennenden Armleuchter ergriffen hatte, in den Ahnensaal und verschloss die Tür hinter ihnen. Außer ein paar geschnitzten Stühlen mit hohen, vergoldeten Lehnen und einem Tisch standen keinerlei Möbel in dem langgezogenen, gangartigen Raum, der dumpf-morsche Geruch und die Staubschicht auf dem Steinboden verrieten, dass er nie gelüftet wurde und seit langem nicht mehr betreten worden war. Die lebensgroßen Gemälde darin waren ohne Rahmen in die Täfelung der Wände eingelassen, Porträts von Männern in Lederkollern, Pergamentrollen gebieterisch in den Händen haltend, Frauen dazwischen mit Stuart-Kragen und Puffen an den Ärmeln, ein Ritter in weißem Mantel mit Malteserkreuz, eine aschblonde junge Dame im Reifrock, Schönheitspflästerchen auf Wange und Kinn, ein grausames, wollüstig-süßes Lächeln in den verdarbten Zügen, mit wundervollen Händen, schmaler, gerader Nase, fein geschnittenen Nüstern und feinen, hochgeschwungenen Brauen über den grünlichen Augen, eine Nonne im Habit der Barnabiterinnen, ein Page, ein Kardinal mit asketischen, mageren Fingern, bleigrauen Lidern und versunkenem, farblosem Blick. So standen sie in ihren Nischen, dass es aussah, als kämen sie aus langen, dunklen Gängen herbei ins Zimmer, aufgeweckt nach jahrhundertelangem Schlaf, infolge des flackernden Glanzes der Kerzen und der Unruhe im Haus. Bald schienen sie sich heimlich vorbeugen zu wollen, voll Vorsicht, dass nicht ein Rascheln der Kleider sie verrate, schienen die Lippen zu bewegen und lautlos wieder zu schließen, mit den Fingern zu zucken oder die Minen hochzuziehen, um sofort in Starrheit zu versinken, als hielten sie den Atem an und ließen ihr Herz stillstehen, wenn der Blick der beiden Lebenden sie flüchtig streifte. »Sie werden ihn nicht retten können, Flugbeil«, sagte die Gräfin und sah, wartend unverwandt zur Tür. »Es ist wie damals, wissen Sie, er hat den Dolch im Herzen stecken. Sie werden wieder sagen, hier ist leider jede menschliche Kunst am Ende.« Der kaiserliche Leibarzt verstand im ersten Moment nicht, was sie meinte. Dann begriff er mit einem Mal. Er kannte das an ihr. Sie verwechselte die Vergangenheit mit der Gegenwart, pflegte dergleichen zuweilen zu tun. Dasselbe Erinnerungsbild, das ihr Gedächtnis verwirrte, wurde plötzlich auch in ihm lebendig. Vor vielen, vielen Jahren hatte man in ihrem Schloss auf dem Ratschin ihren Sohn erstochen ins Zimmer hineingetragen und vorher ein Schrei im Garten, das Bellen eines Hundes, alles genau wie heute. Wie jetzt hier im Raum waren auch damals Ahnenbilder an den Wänden gehangen und war ein silberner Armleuchter auf dem Tisch gestanden. Einen flüchtigen Augenblick lang war der Leibarzt so verwirrt, dass er nicht mehr wusste, wo er war. Die Erinnerung hielt ihn so gefangen, dass es ihm gar nicht wie Wirklichkeit vorkam, als man den Verunglückten zur Tür hereinbrachte und vorsichtig niederlegte. Er suchte unwillkürlich nach Worten des Trostes für die Gräfin, wie einst, bis ihm mit einem Schlag klar bewusst wurde, dass es doch nicht ihr Sohn war, der hier lag, und dass statt ihrer jugendlichen Erscheinung von damals eine Greisin mit weißen Ringellocken am Tisch stand. Eine Erkenntnis, schneller als ein Gedanke und schneller, als dass er sie richtig hätte erfassen können, durchzuckte ihn und ließ das dumpfe, rasch verdämmernde Gefühl in ihm zurück, dass die Zeit nichts als eine diabolische Komödie sei, die ein allmächtiger, unsichtbarer Feind dem menschlichen Gehirn vorgaukelt. Nur die einzige Furcht blieb ihm als Ernte, dass er blitzartig mit dem inneren Empfinden einen Moment lang begriffen hatte, was er früher niemals richtig zu verstehen fähig gewesen war, nämlich die seltsamen, befremdlichen Seelenzustände der Gräfin, die bisweilen sogar historische Ereignisse aus der Zeit ihrer Ahnen als gegenwärtig empfand und mit ihrem Alltagsleben unentwirrbar zu verknüpfen pflegte. Er empfand es wie einen unwiderstehlichen Zwang, dass er sagen musste, Wasser bringen, Verbandszeug, dass er sich wieder, wie damals, herabbeugte und nach dem Adalasschnepper in seiner Brusttasche griff, den er aus alter, längst überflüssig gewordener Gewohnheit immer bei sich trug. Erst als der Atemhauch aus dem Munde des Ohnmächtigen seine prüfenden Finger traf und sein Blick zufällig auf die nackten, weißen Schenkel Bojennas fiel, die mit der den böhmischen Bauernmädchen eigentümlichen, schamfreien Ungeniertheit sich mit emporgerutschtem Rock niedergekauert hatte, um besser sehen zu können, kam er wieder völlig ins Gleichgewicht. Das Bild der Vergangenheit löste sich angesichts der fast schreckhaften Gegensätze zwischen blühendem jungen Leben, der Totenstarre des Bewusstlosen, den schemenhaften Gestalten der Ahnengemälde und den kreisenhaft gefurchten Zügen der Gräfin wie ein verdunstender Schleier von der Gegenwart. Der Kammerdiener stellte den Leuchter mit den brennenden Kerzen auf den Boden, und ihr Schein erhellte das eigentümlich charakteristische Gesicht des Verunglückten, der, die Lippen unter dem Einfluß der Ohnmacht aschfarben und wieder natürlich abstehend von den grellrot geschminkten Wangen, eher der wechselnden Figur einer Schaubude als einem Menschen glich. »Heiliger Wenzel, es ist der Zürkatlo«, rief das Dienstmädchen und zog, wie unter der Empfindung, als habe das Pagenporträt in der Wandnische infolge des Lichtflackerns plötzlich ein begehrliches Auge auf sie geworfen, züchtig ihren Rock über die Knie. »Wer ist's?«, fragte die Gräfin erstaunt. »Der Zürkatlo, der Spiegel«, erklärte der Kammerdiener, den Namen Zürkatlo aus dem Tschechischen ins Deutsche übersetzend. »Wir nennen ihn so hier oben auf dem Ratschin, aber mir weiß nicht, ob er wirklich so heißt. Er isse sich Aftermeister bei der«, er stockte verlegen, »bei der«, »no, halt, bei der böhmischen Liesel.« »Bei wem?« Das Dienstmädchen kicherte in den vorgehaltenen Arm, und auch das übrige Gesinde verbiss mühsam das Lachen. Die Gräfin stapfte mit dem Fuß auf. »Bei wem will ich wissen?« »Die böhmische Liesel, das war in früheren Jahren eine berühmte Hethere«, nahm der Leibarzt das Wort und richtete sich an dem Verunglückten auf, der bereits die ersten Lebenszeichen von sich gab und mit den Zähnen knirschte. Ich wusste gar nicht, dass sie noch lebt und sich auf dem Ratschin herumtreibt. Sie muss ja uralt sein. Sie wohnt wohl in der Totengasse. »Ja, wo die schlechten Madeln alle beisammen sind«, bekräftigte Bursenna eifrig. »So geh sie das Frauenzimmer holen«, befahl die Gräfin. Dienstbeflissen eilte das Mädchen hinaus. Inzwischen hatte sich der Mann aus seiner Betäubung erholt, starrte eine Weile in die Kerzenflammen und stand dann langsam auf, ohne die geringste Notiz von seiner Umgebung zu nehmen. »Glaubt ihr, dass er hat einbrechen wollen?«, fragte die Gräfin halblautes Gesinde. Der Kammerdiener schüttelte den Kopf und tupfte sich vielsagend auf die Stirn, um anzudeuten, dass er ihn für wahnsinnig halte. »Meines Erachtens handelt es sich um einen Fall von Schlafwandeln«, erklärte der Pinguin. »Solche Kranke pflegen bei Vollmond, von einem unerklärlichen Wandertrieb befallen zu werden, indem sie dann, ohne sich dessen bewusst zu sein, allerhand seltsame Handlungen begehen, Bäume, Häuser und Mauern erklettern, und oft auf den schmalsten Stegen und in schwindelnder Höhe, zum Beispiel auf Dachrinnen, mit einer Sicherheit einherzuschreiten, die ihnen bestimmt mangeln würde, wenn sie wach wären. »Holla, Sie, Panetz Rückatloh!«, wandte er sich an den Patienten. »Glauben Sie, dass Sie jetzt so weit bei sich sind, dass Sie nach Hause gehen können?« Der Mondsüchtige gab keine Antwort. Trotzdem schien er die Frage gehört, wenn auch nicht verstanden zu haben, denn er drehte langsam den Kopf nach dem kaiserlichen Leibarzt und blickte ihm mit leeren, unbeweglichen Augen ins Gesicht. Der Pinguin fuhr unwillkürlich zurück, strich sich ein paar Mal nachdenklich über die Stirn, als stöberte er in seinen Erinnerungen und murmelte, »Zurückatloh?« »Nein, der Name ist mir fremd, aber ich kenne diesen Menschen doch. Wo hab ich ihn nur gesehen?« Der Eindringling war hochgewachsen, hager und dunkelhäutig. Langes, trockenes, graues Haar hing ihm wirr um den Schädel. Das schmale, bartlose Gesicht mit der scharf geschnittenen Hakennase, der fliehenden Stirn, den eingesunkenen Schläfen und den verkniffenen Lippen, dazu die Schminke auf den Wangen und der schwarze, abgetragene Samtmantel, das alles wirkte durch die Schroffheit des Wiederspiels, als habe ein wüster Traum und nicht das Leben selbst diese Gestalt in den Raum gestellt. Er sieht aus wie ein Pharao der alten Ägypter, der die Verkleidung eines Komödianten gewählt hat, um zu verbergen, dass seine Mumie unter der Maske steckt, schoss dem kaiserlichen Leibarzt ein grauser Gedanke durch den Kopf. Unbegreiflich, dass ich mich nicht entsinnen kann, wo ich diesen doch so auffallenden Zügen begegnet bin. »Der Kerl ist tot,« brummte die Gräfin, halb für sich, halb zu dem Pinguin gewendet, und studierte furchtlos und ungeniert, als handele es sich um die Betrachtung einer Statue, in unmittelbarster Nähe durch ihr Lornett das Anglitz des aufrecht vor ihr stehenden Mannes. »Solch eingeschrumpelter Augäpfel kann nur eine Leiche haben. Mir scheint, er kann sie überhaupt nicht bewegen,« flog Beil. »So fürcht er sich doch nicht, Konstantin, wie ein altes Weib,« rief sie laut zur Speisezimmertür, an deren langsam sich öffnender Spalte die bleichen, erschreckten Gesichter des Hofrats Schirnding und des Barons Elsenbanger aufgetaucht waren. »Kommen Sie doch beide herein! Sie sehen ja, er beißt nicht.« Der Name Konstantin wirkte wie eine seelische Erschütterung auf den Fremden. Er zitterte einen Augenblick heftig von Kopf bis Fuß, und der Ausdruck seiner Züge wechselte blitzartig gleich dem eines Menschen, der in unglaublicher Weise Herr seiner Gesichtsmuskeln vor dem Spiegel Fratzen schneidet. Als seien die Nasen, Backen und Kinnknochen unter der Haut plötzlich weich und biegsam geworden, verwandelte sich sein Minenspiel aus der soeben hochmütig dreinblickenden, starren Maske eines ägyptischen Königs, eine ganze Reihe sonderbarer Phasen durchlaufend, nach und nach in eine unverkennbare Ähnlichkeit mit dem Familientypus der Elsenbanger. Kaum eine Minute später hatte eine gewisse bleibende Physiognomie sein bisheriges Aussehen derart verdrängt und sich in seinen Zügen festgesetzt, dass die Anwesenden zu ihrem größten Staunen momentelang glaubten, einen völlig anderen vor sich zu haben. Den Kopf auf die Brust gesenkt und die eine Wange, wie von einer Zahngeschwulst zum linken Auge, das darunter klein und stechend erschien, emporgezogen, trippelte er eine Weile mit krummen Knien, die Unterlippe vorgestreckt, unschlüssig auf dem Tisch herum, tastete dann an seinem Körper nach Taschen und wühlte scheinbar darin. Endlich erblickte er den Baron Elsenbanger, der sich, sprachlos vor Entsetzen, an den Arm seines Freundes Schirnding geklammert hielt, nickte ihm zu und meckerte, »Konstantin, gut, dass du kommst, den ganzen Abend habe ich dich schon gesucht.« »Jesus, Maria und Josef!« heulte der Baron und floh zur Tür. »Der Tod ist im Haus! Hilfe! Hilfe! Das ist ja mein seliger Bruder Bogomil!« Auch der Edle von Schirnding, der Leibarzt und die Gräfin, die alle drei den verstorbenen Baron Bogomil Elsenbanger bei dessen Lebzeiten gekannt hatten, waren bei dem Ton der Stimme des Schlafwandlers zusammengezuckt, so überaus ähnlich klang sie der des Verbliebenen. Ohne sich im Geringsten um sie zu kümmern, eilte Zurückatlo jetzt geschäftig im Zimmer hin und her und rückte an eingebildeten Gegenständen, die offenbar nur er sah, die aber vor dem geistigen Auge der Zuschauer leibhaftige Gestalt anzunehmen schienen. So plastisch und eindringlich waren seine Bewegungen, mit denen er sie anfasste, hob und wegstellte. Als er dann plötzlich aufhorchte, die Lippen spitzte, zum Fenster trippelte und ein Paar takte einer Melodie pfiff, als säße dort ein Starr in einem Käfig, aus einer imaginären Kassette, einen ebenso unsichtbaren Mehlwurm nahm und ihn seinem Liebling hinhielt, standen bereits alle so unter dem Bann des Eindrucks, dass sie vorübergehend ganz vergaßen, wo sie waren und sich in die Umgebung zurückversetzt wähnten, in der der tote Baron Bogumil noch hier gehaust hatte. Erst als Zurückatlo, vom Fenster zurückkommend, wieder in den Lichtschein trat und der Anblick seines schäbigen, schwarzen Samtmantels die Illusion für einen Augenblick zerstörte, fasste sie das Grauen an, und sie warteten stumm und widerstandslos, was er weiter beginnen werde. Zurückatlo überlegte eine Weile, während der ihr wiederholt aus einer unsichtbaren Dose schnupfte, rückte so dann einen der geschnitzten Sessel in die Mitte des Zimmers vor einen eingebildeten Tisch, setzte sich und begann, vorgebeugt und den Kopf schiefgelegt, in der Luft zu schreiben, nachdem er vorher eine imaginäre Gänsefeder genommen, geschnitten und gespalten hatte. Wiederum mit so erschreckender, das Leben nachahmender Deutlichkeit, dass man sogar das Knirschen des Messers zu hören vermeinte. Mit angehaltenem Atem sahen ihm die Herrschaften zu. Das Gesinde hatte bereits vorher auf einen Wink des Pinguins das Zimmer auf Zehenspitzen verlassen. Nur von Zeit zu Zeit unterbrach ein angstvolles Stöhnen des Barons Konstantin, der von seinem toten Bruder den Blick nicht zu wenden vermochte, die tiefe Stille. Endlich schien es Ricardlo mit dem Brief oder was er sonst zu schreiben sich einbildete, fertig zu sein, denn man sah ihn einen komplizierten Schnörkel, offenbar unter seinen Namenszug setzen. Geräuschvoll schob er den Stuhl zurück, ging zur Wand, suchte lange nach einer Bildernische, in der er tatsächlich einen wirklichen Schlüssel fand, drehte an einer Holzrosette an der Täfelung, sperrte ein dahinter sichtbar werdendes Schloss auf, zog ein Fach heraus, legte seinen Brief hinein und drückte die Schublade in die Wand zurück. Die Spannung der Zuschauer hatte sich so gesteigert, dass niemand die Stimme Bojenas hörte, die draußen von der Tür halblaut rief, »Milos Barnek, näher, dürfen wir herein?« »Haben, haben Sie es gesehen?« »Flugbeil, haben Sie es auch gesehen?« »War das nicht eine wirkliche Schublade, was mein Bruder selig da aufgemacht hat?« brach Baron Elsenwanger, stockend und schluchzend vor Aufregung, das Schweigen. »Ich habe doch gar nicht geahnt, dass da eine Schublade ist.« Jammernd und die Hände ringend brach er los. »Bugumil, um Gottes Willen, ich habe dir doch nichts getan.« »Heiliger Watzlaff, vielleicht hat er mich enterbt, weil ich seit dreißig Jahren nicht in der Teinkirche war.« Der kaiserliche Leibarzt wollte zur Wand gehen und nachsehen, aber ein lautes Klopfen an der Tür hielt ihn davon ab. Gleich darauf stand eine hohe, schlanke, in Fetzen gehüllte Weibsperson im Zimmer, die von Bojena als die böhmische Liesel vorgestellt wurde. Ihr Kleid, ehemals kostbar und mit Schmelz besetzt gewesen, verriet noch immer durch seinen Schnitt und wie es sich um Schultern und Hüften legte, welche Sorgfalt auf seine Herstellung verwandt worden war. Der bis zur Unkenntlichkeit verknüllte und von Schmutz starrende Besatz an Hals und Ärmeln bestand aus echten Brüsseler Spitzen. Das Frauenzimmer mochte hoch in den Siebzigern sein, aber immer noch wiesen ihre Züge, trotz der grauenhaften Verwüstung durch Leid und Armut, die Spuren einstiger großer Schönheit auf. Eine gewisse Sicherheit im Benehmen und die ruhige, beinahe spöttische Art, mit der sie die drei Herren ansah, die Gräfin Zahradka würdigte sie überhaupt keines Blickes, ließen darauf schließen, dass ihr die Umgebung in keiner Weise imponierte. Sie schien sich eine Zeit lang an der Verlegenheit der Herren, die sie offenbar aus ihrer Jugendzeit her genauer kannten, als sie vor der Gräfin merken lassen wollten, zu weiden, denn sie schmunzelte vielsagend, kam aber dann dem kaiserlichen Leibarzt, der etwas Unverständliches zu stottern begann, mit der höflichen Frage zuvor, »die Herrschaften haben nach mir geschickt, darf man wissen, worum es sich handelt?« Verblüfft über das ungewöhnlich reine Deutsch und die wohlklingende, wenn auch ein wenig heisere Stimme, nahm die Gräfin ihre Lornette vor und musterte mit funkelnden Augen die alte Prostituierte. Aus der Befangenheit der Herren schloss sie mit richtigem weiblichem Instinkt sofort auf die wahre Ursache und rettete die peinlich gewordene Situation mit einer Reihe rascher, scharfer Gegenfragen. »Dieser Mann dort«, sie deutete auf zu Kadlo, »der, das Gesicht zur Wand gekehrt, regungslos vor dem Bildnis der blonden Rokoko-Dame stand, ist vorhin eingedrungen. Wer ist er? Was will er? Er wohnt, herr ich, bei Ihnen? Was ist mit ihm? Ist er ja wahnsinnig oder besoff?« Sie brachte das Wort nicht heraus. Bei der bloßen Erinnerung, was sie vor kurzem mit angesehen, packte sie wieder das Grauen. »Oder, oder, ich mein, hat er Fieber? Ist er vielleicht krank?« milderte sie den Ausdruck. Die böhmische Liesel zuckte die Achseln, und drehte sich langsam zu der Fragerin. In ihren wimpernlosen, entzündeten Augen, die in die leere Luft zu schauen schienen, als stünde dort, woher die Worte gekommen waren, überhaupt niemand, lag ein Blick, so hochfahrend und verächtlich, dass der Gräfin unwillkürlich das Blut ins Gesicht stieg. Er ist von dem Gartentor heruntergefallen, mischte sich der kaiserliche Leibarzt schnell ein. Wir glaubten anfangs, er sei tot, und haben deshalb nach Ihnen geschickt. Wer und was er ist, fuhr er krampfhaft fort, um zu verhindern, dass sich die Sachlage weiter unangenehm zuspitze, tut ja nichts zur Sache. Allem Anschein nach ist er ein Schlafwandler. Sie wissen doch, was das ist? Nun, sehen Sie, ich hab mir gleich gedacht, dass Sie wissen, was das ist. Ja, hm, Sie müssen halt es nachts auf ihn ein bisserl Acht geben, damit er nicht wieder ausbricht. Vielleicht haben Sie die Güte, ihn jetzt wieder heimzubringen? Der Diener oder die Bojena kann Ihnen dabei behilflich sein. Hm, ja, nicht wahr, Baron, Sie geben doch die Erlaubnis. Ja, ja, nur heraus mit ihm, wimmerte Elsenwanger. Oh Gott, nur fort, nur fort! Ich weiß bloß, dass er Zrückatlo heißt und wahrscheinlich ein Schauspieler ist, sagte die böhmische Liesel ruhig. Er geht es nachts in den Weinstuben herum und macht den Leuten etwas vor. Freilich, ob er Sie schüttelte den Kopf, ob er selber weiß, wer er ist, hat wohl noch keiner herausgebracht. Und ich kümmere mich nicht darum, wer und was meine Mieter sind. Ich bin nicht indiskret. Pane Zrückatlo, kommen Sie, so kommen Sie doch. Sehen Sie denn nicht, dass hier keine Gastwirtschaft ist? Sie ging zu dem Mondsüchtigen und fasste ihn an der Hand. Willenlos ließ er sich zur Tür führen. Die Ähnlichkeit mit dem verstorbenen Baron Bogumil war vollständig aus seinen Zügen gewichen. Seine Gestalt schien wieder größer und straffer, sein Gang sicher und das normale Selbstbewusstsein halb und halb zurückgekehrt. Trotzdem nahm er noch immer keine Notiz von den Anwesenden, als seien alle seine Sinne für die Außenwelt verschlossen, wie die eines Hypnotisierten. Aber auch der hochfahrende Ausdruck des ägyptischen Königs war aus seinem Gesicht ausgelöscht. Nur noch ein Schauspieler. Eine Maske aus Fleisch und Haut, jeden Augenblick zu einer neuen, unbegreiflichen Veränderung gespannt, eine Maske, wie der Tod sie selbst tragen würde, wenn er beschlöße, sich unter die Lebenden zu mischen. Das Antlitz eines Wesens, fühlte der kaiserliche Leibarzt, den wiederum eine dumpfe Furcht, er müsse diesen Menschen schon einmal irgendwo gesehen haben, befallen hatte, eines Wesens, das heute der und morgen ein völlig anderer sein konnte, ein anderer, nicht nur für die Mitwelt, nein, auch für sich selbst, eine Leiche, die nicht verwest, und der Träger ist für unsichtbare, im Weltraum umherirrende Einflüsse, ein Geschöpf, das nicht nur Spiegel heißt, sondern vielleicht wirklich einer ist. Die böhmische Liesel hatte den Mondsüchtigen aus dem Zimmer gedrängt, und der kaiserliche Leibarzt benützte die Gelegenheit, ihr zuzuflüstern, »Geh Sie jetzt, Lysenka, ich werde Sie morgen aufsuchen, aber sprech Sie mit niemand darüber, ich muss Näheres über diesen Zrökatlo erfahren.« Dann blieb er noch eine Weile zwischen Tür und Angel stehen und horchte die Treppe hinab, ob die beiden wohl miteinander sprechen würden, aber das Einzige, das er hören konnte, waren immer die gleichen beruhigenden Worte des Frauenzimmers. »Kommen Sie, kommen Sie, Panetz Rökatlo, Sie sehen doch, es ist kein Gasthaus hier.« Als er sich umdrehte, bemerkte er, dass die Herrschaften bereits ins Nebenzimmer gegangen waren, sich am Spieltisch niedergesetzt hatten und auf ihn warteten. An den blassen, aufgeregten Gesichtern seiner Freunde sah er, dass ihre Gedanken wahrscheinlich nicht bei den Karten weilten und dass es nur ein herrischer Befehl der willensstarken alten Dame gewesen war, der sie gezwungen hatte, ihre gewohnheitsmäßige, abendliche Zerstreuung aufzunehmen, als sei nicht das geringste Geschehen. Das wird heute ein Konfuser wisst werden, dachte er bei sich, ließ sich aber nichts merken und nahm nach einer leichten, vogelartigen Verbeugung der Gräfin gegenüber Platz, die mit nervös zuckenden Händen die Blätter verteilte. Ende von Kapitel 1 Gelesen von Hokuspokus Händen die Flugbeile, die alle kaiserliche Leibärzte gewesen waren, über Böhmens sämtliche gekrönte Häupter gehangen, bereit, unverzüglich auf ihre Opfer niederzufallen, so wie sich bei diesen auch nur die geringsten Anzeichen einer Krankheit zeigen wollten, war ein Sprichwort, das, auf dem Radschien in Adelskreisen Gang und Gäbe, eine gewisse Bestätigung darin zu finden schien, dass mit dem Hinscheiden der Kaiserin Witwe Maria Anna tatsächlich auch das Geschlecht der Flugbeile mit seinem letzten Sprossen, dem Haagestolz Thaddeus Flugbeil, genannt der Pinguin, dem Erlöschen geweiht war. Das Junggesellenleben des Herrn kaiserlichen Leibarztes, genau geregelt wie der Gang einer Uhr, hatte durch das nächtliche Abenteuer mit dem Schlafwandler Zirkatloh eine unliebsame Störung erlitten. Allerlei Traumbilder waren durch seinen Schlummer geschritten, und schließlich hatte sich darin sogar der Schatten der schwülen Erinnerungen aus der Jugendzeit verirrt, in denen die Reizer der böhmischen Liesel, natürlich als diese noch schön und begehrenswert gewesen, eine nicht unwesentliche Rolle spielten. Ein neckisches, konfuses Gegaukel von Fantasien, in dem das ungewohnte Gefühl, erhalte einen Bergstock in der Hand gewissermaßen den Glanzpunkt bildete, weckte ihn schließlich zu ungebührlich früher Stunde. Jedes Frühjahr, genau am ersten Juni, pflegte der Herr kaiserliche Leibarzt, zur Kur nach Karlsbad zu fahren und zu diesem Zwecke, da er die Eisenbahn verabscheute, die er für eine jüdische Einrichtung hielt, eine Droschke zu benutzen. Wenn Karliczek, so hieß der Isabellfarbene Klepper, der den Wagen ziehen durfte, den eindringlichen Weisungen seines alten, rotbewesteten Kutschers gemäß, den fünf Kilometer entfernten Prager Vorort Holischowitz erreicht hatte, wurde jedes Mal die erste Nachtrast gemacht und am nächsten Tag die dreiwöchentliche Fahrt in längeren und kürzeren Etappen, je nachdem Karliczek das wackere Ross ausgelaunt war, fortgesetzt. In Karlsbad angelangt, konnte sich's dann bis zur Rückreise an Hafer dick und rund fressen, bis es einer rosa schimmernden Wurst auf vier dünnen Stelzen glich, derweilen der Herr Leibarzt sich selbst Bewegung per Pedes verordnete. Das Erscheinen der roten Datumsziffer 1. Mai auf dem Abreißkalender über dem Bette gab sonst immer das Zeichen, dass es höchste Zeit sei, die Koffer zu packen, aber diesmal würdigte der Herr kaiserliche Leibarzt den Block keines Blickes, ließ den dreißigsten April, der den schauerlichen Unterdruck Walpurgisnacht trug, ungerührt hängen, begab sich an seinen Schreibtisch, nahm einen ungeheuren Schweinsledernen, mit Messing-Ecken verzierten Folianten vor, der schon von seinem Urgroßvater an jedem männlichen Flugbeil als Diarium gedient hatte und begann unter den Aufzeichnungen seiner Jugendjahre nachzublättern, ob sich nicht vielleicht auf diesem Wege feststellen lasse, ob, wann und wo er dem unheimlichen Zrückatlo schon früher begegnet sei. Denn der Gedanke, dass dies der Fall sein müsse, quälte ihn unablässig. Seit seinem fünfundvierzigsten Jahre und von dem Datum angefangen, als sein Vater gestorben war, hatte er pünktlich jeden Morgen seine Erlebnisse, genau wie einst seine seligen Vorfahren, eingetragen und jeden Tag mit fortlaufenden Zahlen versehen. Der heutige trug bereits die Ziffer 16177. Da er nicht hatte wissen können, dass er Junggeselle bleiben und daher keine Familie hinterlassen werde, hatte er, ebenfalls nach dem Vorbilde seiner Ahnen, von Anfang an alles, was Liebesangelegenheiten betraf, durch Geheimschrift und Zeichen, die nur er allein enträtseln konnte, für unberufene Augen unlesbar gemacht. Solcher Stellen gab es in diesem Buche rühmenswerterweise nur wenige. Sie verhielten sich hinsichtlich Häufigkeit des Vorkommens durch Zahl der jeweils sorgfältig gebuchten, im Gasthaus zum schnell servierten Gulasch etwa wie 1 zu 300. Trotz der Gewissenhaftigkeit, mit der das Diarium geführt war, konnte der Herr Leibarzt keine Stelle finden, die auf den Schlafwandler irgendwelchen Bezug gehabt hätte, und enttäuscht klappte er das Buch endlich zu. Schon beim Blättern hatte ihn ein unbehagliches Gefühl beschlichen. Während des Durchlesens der einzelnen Notizen war ihm zum ersten Mal unwillkürlich zu Bewusstsein gekommen, wie unsäglich eintönig im Grunde genommen seine Jahre dahin geflossen waren. Zu anderen Zeiten hätte er es wie stolz empfunden, sich eines Lebens so regelmäßig und abgezirkelt, wie das kaum eines der exklusivsten Ratschiner Adelskreise rühmen zu können, und das auch seinem Blute, trotzdem es nicht blau und nur bürgerlich war, jeglicher Hast und jegliche plebeische Fortschrittsgier seit Generationen abhanden gekommen sei. Mit einem Mal kam es ihm aber jetzt unter dem noch frischen Eindruck des nächtlichen Geschehnisses im Hause Elsenwanger vor, als als wäre ein Trieb in ihm erwacht, für den er nur hässliche Namen finden konnte, Namen wie Abenteuersucht, Unbefriedigtsein oder Neugierde, unerklärlichen Vorgängen nachforschen zu wollen und dergleichen mehr. Befremdet sah er sich in der Stube um. Die schmucklosen, weißgekalkten Wände störten ihn. Früher hatten sie ihn doch nie gestört. Warum plötzlich jetzt? Er ärgerte sich über sich selbst. Die drei Zimmer, die er bewohnte, lagen im südlichen Flügel der königlichen Burg, die ihm die kaiserlich-königliche Schlosshauptmannschaft, als er pensioniert worden war, angewiesen hatte. Von einer vorgebauten Brüstung aus, in der ein mächtiges Fernrohr stand, konnte er hinab in die Welt, nach Prag sehen, und dahinter, am Horizont, noch die Wälder und sanft gewählten grünen Flächen einer Hügellandschaft unterscheiden, während ein anderes Fenster, den oberen Flusslauf der Moldau, ein silbrig glitzerndes Band, das sich in dunstiger Ferne verlor, als Aussicht bot. Um Um seine wild gewordenen Gedanken ein wenig zur Ruhe zu bringen, trat er an das Teleskop und richtete es auf die Stadt, wobei er sich, wie es seine Gewohnheit war, vom Zufall die Hand führen ließ. Das Instrument vergrößerte in außerordentlichem Maße und hatte infolgedessen nur ein winziges Gesichtsfeld, sodass dem Beschauer die Gegenstände, auf die es gerichtet wurde, so dicht ans Auge gerückt erschienen, als stünden sie in seiner unmittelbaren Nähe. Der herkaiserliche Leibarzt beugte sich zur Linse nieder, mit dem unwillkürlichen, kaum gedachten heimlichen Wunsche, einen Schornsteinfeger auf einem Dache oder sonst irgendein glückverheißendes Omen zu erblicken, fuhr aber gleich darauf mit einem Ausdruck des Schreckens zurück. Das Gesicht der böhmischen Liesel hatte ihn nämlich lebensgroß, hämisch verzerrt und mit den wimpernlosen Lidern blinzelnd, als sehe und erkenne sie ihn gar wohl angegrinst. So schreckhaft und ungeheuerlich war der Eindruck gewesen, dass der Herr Leibarzt an allen Gliedern zitterte und eine Weile bestürzt an dem Fernrohr vorbei in den sonnendurchflimmerten Luftraum starrte, jede Sekunde gewertig, die alte Vettel leibhaftig und womöglich auf einem Besen reitend, als Gespenst vor sich auftauchen zu sehen. Als er sich schließlich aufraffte, zwar voll staunend darüber, wie seltsam der Zufall gespielt hatte, aber immerhin froh, sich die Sache ganz natürlich erklären zu können und wieder durch das Instrument blickte, war wohl die Alte verschwunden und nur noch Fremde ihm gleichgültige Gesichter zogen an dem Seefeld vorbei, aber es wollte ihm scheinen, als läge in ihren Minen eine seltsame Aufregung, eine Spannung, die sich auf ihn übertrug. Er erkannte aus der Hast, mit der sie einander verdrängten, aus den Gestikulationen der Hände, den eilfertig schwätzenden Lippen, aus den zeitweilig weit aufgerissenen Mündern die Schreie auszustoßen schienen, dass ein Volksauflauf entstanden sein müsse, dessen Ursache sich jedoch wegen der großen Entfernung nicht feststellen ließ. Ein kleiner Ruck, den er dem Fernrohr gab, machte das Bild ihm nun verschwinden und an seine Stelle trat, zuerst in verschwommenen Umrissen, ein viereckiges dunkles Etwas, das allmählich beim Näher schrauben der Linse zu einem offenen Giebelfenster mit zerbrochenen, mit Zeitungspapier verklebten Scheiben gerann. Ein junges, in Lumpen gehülltes Weib, das Gesicht leichenhaft eingefallen und verhärmt, die Augen tief in den Höhlen, saß in dem Rahmen und hielt den Blick mit stumpfer, vertierter Gleichgültigkeit unbeweglich auf ein skelettartig abgemagertes kleines Kind gerichtet, das vor ihr lag und offenbar in ihren Armen gestorben war. Das furchtbaren Missklang zwischen Jammer und Freude bis zur Unerträglichkeit. Der Krieg, ja, der Krieg, seufzte der Pinguin und versetzte dem Rohr einen Stoß, um sich durch den grässlichen Anblick nicht unnötigerweise den Appetit für sein Gabelfrühstück zu verderben. Der rückwärtige Eingang eines Theaters oder so etwas ähnliches muss das sein, murmelte er sinnend als sich gleich darauf eine neue Szene vor ihm abrollte. Zwei Arbeiter trugen, begafft von zahlreichen Gassenjungen und knicksenden alten Weibern in Kopftüchern aus einem gähnenden Tor ein Kolossal Gemälde, worauf ein Greis mit langem in den Augen den Ausdruck unsäglicher Milde und die Rechte segnend ausgestreckt, während die Linke fürsorglich einen Globus umspannt hielt. Wenig befriedigt und von widerstrebenden Gefühlen gequält, zog sich der kaiserliche Leibarzt ins Zimmer zurück, nahm die Botschaft seiner Köchin, der Wenzel warte unten, wortlos entgegen, ergriff Zylinder, Handschuhe und Elfenbeinstock und fügte sich knarrenden Fußes die kühle Steintreppe hinab in den Schlosshof, wo der Kutscher bereits mit dem Abbau des Troschkendaches beschäftigt war, um die hohe Gestalt seines Herrn ohne Anstoß im Innern des Wagens verstauen zu können. Die Karosse war so ziemlich den größten Teil der steilen Straße hinabgerasselt, als dem Pinguin plötzlich ein Gedanke durch den Kopf schoss, der ihn veranlasste, so lange an die klapprigen Fensterscheiben zu klopfen, bis Karliczek sich endlich bequemte, durch Steifmachen seiner Isabell-farbigen Vorderstelzen der Fahrt ein jähes Ende zu bereiten, und Wenzel vom Bock sprang und mit gezogenem Hut an den Schlag trat. Wie aus dem Boden gewachsen, umdrängte sofort eine Schar Schulbuben den Wagen und vollführte, als sie den Pinguin darin erblickte, seines Spitznamens Eingedenk eine Art lautlosen Polarvogeltanz, wobei sie mit gekrümmten Armen unbeholfene Flugbewegungen nachahmten und wie mit spitzen Schnäbeln nacheinander hackten. Der Herr kaiserliche Leibarzt würdigte die Spötter keinen Blickes und flüsterte dem Kutscher etwas zu, dass diesen einen Augenblick lang buchstäblich erstarren ließ. »Exzellenz, Knäherr, wo's in die Totengasse wollen sich Exzellenz fahren?« stieß der Mann endlich halblaut hervor. »Zu die, zu die, zu die Menschen und jetzt sind in der Früh schon!« »Aber die böhmische Liesel wohnt sich doch gar nicht in der Totengasse«, fuhr er erleichtert fort, als ihm der Pinguin sein Vorhaben genauer auseinander gesetzt hatte. »Die böhmische Liesel wohnt sich doch in der nahen Welt, Gott sei Dank!« »In der Welt? Unten?« fragte der kaiserliche Leibarzt zurück und warf einen missgelaunten Blick aus dem Fenster auf das zu seinen Füßen liegende Prag. »In der nahen Welt«, beruhigte ihn der Kutscher, in der Gassen, was sich um den Hirschgraben rundum adum zieht. Dabei deutete er mit dem Daumen zum Firmament beschrieb dann behende mit dem Arm eine Schlinge in der Luft, als wohne die alte Dame in beinahe unzugänglichen Gefilden, sozusagen im Astralreich zwischen Himmel und Erde. Einige Minuten später klomm Karliczek wieder mit den gemessen langsamen Bewegungen eines schwindelfreien kaukasischen Gebirgsmaultieres die abschüssige Spornergasse berg an. Dem Herrn kaiserlichen Leibarzt war eingefallen, dass er vor kaum einer halben Stunde die böhmische Liesel durch das Fernrohr in den Straßen Prags gesehen hatte, und dass daher die Gelegenheit, den Schauspieler Zrickatloh, der bei ihr wohnte, unter vier Augen zu sprechen, selten günstig sei. Und so hatte er beschlossen, aus diesem Umstand Nutzen zu ziehen, und lieber auf das Gabelfrühstück beim Schnell zu verzichten. Die Gasse, genannt die Neue Welt, bestand, wie der Herr kaiserliche Leibarzt eine Weile später, die Droschke musste zurückbleiben, um peinliches Aufsehen zu vermeiden, Gelegenheit fand, sich zu überzeugen, aus etwa sieben getrennt voneinander stehenden Häuschen, und dicht gegenüber einer halbkreisförmigen Mauer, deren oberer Rand mit einem fortlaufenden Fries, aus mit Kreide zwar primitiv von Knabenhand gezeichneten, nichtsdestoweniger aber äußerst drastischen Anspielungen auf das Geschlechtsleben verziert war. Von ein paar Kindern abgesehen, die fröhlich kreischend in der Knöcheltief mit weißem Kalkstaub bedeckten Gasse Kreisel treten, war weit und breit kein menschliches Gesicht zu erblicken. Von dem Hirschgraben, dessen Hänge mit blühenden Bäumen und Sträuchern übersät waren, wehte ein duftgetränkter Hauch von Jasmin und Flieder herauf, und in der Ferne träumte das Lustschloß der Kaiserin Anna, von dem silberweißen Gischt der sprühenden Fontänen umgeben, mit seinem gebauchten grün-kupfernen Patinadach im Mittagslicht wie ein riesiger glänzender Käfer. Dem kaiserlichen Leibarzt schlug mit einem Mal das Herz seltsam laut in der Brust. Die weiche, erschlaffende Frühlingsluft, der betäubende Geruch der Blumen, die spielenden Kinder, das dunstig-hell leuchtende Bild der Stadt zu seinen Füßen und der ragende Dom mit den in Scharen über ihren Nestern kreischenden Dohlen, alles erweckte in ihm wieder das dumpf vorwurfsvolle Gefühl von heute Morgen, er habe seine Seele um ein ganzes langes Leben betrogen. Er sah eine Weile zu, wie sie die kleinen grau-roten kegelförmigen Kreisel unter den Schlägen der Peitsche drehten und Staubwölkchen emporwirbelten. Er konnte sich nicht entsinnen, jemals als Kind dieses lustige Spiel getrieben zu haben. Jetzt kam es ihm so vor, als hätte er ein langes Dasein voll Glück dadurch versäumt. Die offenen Flure der kleinen Häuser, in die er spähte, um die Wohnung des Schauspielers Zrückertloh zu erkunden, waren wie ausgestorben. In dem einen stand ein leerer Bretterverschlag mit Glasfenster, hinter denen wahrscheinlich in Friedenszeiten mit blauen Mohnkörnern bestreute Semmel verkauft worden waren, oder wie ein ausgetrocknetes hölzernes Fässchen verriet, saurer Gurkensaft, gemäß der Landessitte, einen in diese Flüssigkeit hängenden Lederriemen gegen Entgelt von einem Heller zweimal durch den Mund ziehen zu dürfen. Vor einem anderen Eingang hing ein schwarz- schwarz-gelbes Blechschild mit einem zerkratzten Doppeladler darauf und den Fragmenten einer Inschrift, die besagte, es dürfe hier straflos Salz an Reflektanten abgegeben werden. Aber alles das machte den betrüblichen Eindruck, als sei es längst nicht mehr wahr. Auch ein Zettel mit großen, einst schwarzen Buchstaben, Zydese Mandjule, was so viel heißen sollte wie »Hier dürfen Dienstmädchen gegen Vorausbezahlung von zwölf Kreuzern eine Stunde lang Wäsche mangeln«, war halb zerrissen und ließ deutlich ahnen, dass der Gründer dieses Unternehmens jegliches Vertrauen auf seine Erwerbsquelle eingebüßt haben musste. Überall hatte die erbarmungslose Faust der Kriegsfurie die Spuren ihrer zerstörenden Tätigkeit hinterlassen. Aufs Geratewohl betrat der kaiserliche Leibarzt die letzte der Hütten, aus deren Schornstein ein dünner langer Wurm graublauen Rauchs sich zum wolkenlosen Maienhimmel emporschlängelte, öffnete nach längerem unbeantwortetem Klopfen eine Tür und sah sich unliebsam überrascht der böhmischen Liesel gegenüber, die eine Holzschüssel mit Brotsuppe auf den Knien ihn schon auf der Schwelle erkannte und mit dem herzlichen Ausruf Servus Pinguin Ja Du bist Willkommen hieß Die Stube gleichzeitig Küche Wohnzimmer und Schlafraum nach einer Lagerstätte aus alten Lumpen Strohknödeln und zerknülltem Zeitungspapier in der Ecke zu schließen war unendlich schmutzig und vernachlässigt Alles Tisch Stühle Kommode Geschirr stand wild durcheinander Aufgeräumt sah eigentlich nur die böhmische Liesel selbst aus da ihr der unvermutete Besuch offenbar eine große Freude bereitete An den zerfetzten pompeianischen Tapeten hing eine Tapete morscher Lorbeerkränze mit blassblauen verwaschenen Seidenscherpen darauf allerhand Huldigungen wie der großen Künstlerin und so weiter zu lesen waren und daneben eine bänder geschmückte Mandoline Mit der selbstverständlichen Gelassenheit einer Dame von Welt blieb die böhmische Liesel ruhig sitzen und streckte nur geziert lächelnd die Hand aus die der herrkaiserliche Leibarzt blutrot vor Verlegenheit zwar ergriff und drückte aber zu küssen vermied den Mangel an Galanterie liebenswürdig übersehend eröffnete die böhmische Liesel die Konversation mit ein paar einleitenden Worten über das schöne Wetter wobei sie ungeniert ihre Suppe zu Ende schlürfte und versicherte so dann seine Exzellenz ihrer hohen Befriedigung einen so lieben alten Freund bei sich begrüßen zu dürfen ein Feschak bist und bleibst halt doch Pinguin änderte sie unvermittelt ins Vertrauliche übergehend die zeremonielle Tonart ließ die hochdeutsche Ausdrucksweise fallen und bediente sich des Prager Jargons was man so sagt ein Sakramentski Schlapp Erinnerungen schienen sie zu überfallen und einen Moment lang schwieg sie die Augen unter sehnsuchtsvollen Erinnerungen geschlossen der Herr Kaiserliche Leibarzt wartete gespannt was sie wohl sagen werde dann gierte sie plötzlich heiser mit gespitzten Lippen Brussi Brussi und breitete die Arme aus Von Grauen geschüttelt prallte der Herr Kaiserliche Leibarzt zurück und starrte sie entsetzt an an sie achtete nicht darauf stürzte zu einem Wandbrett riß ein Bild ein altes verblichenes Daguerre Typ das dort inmitten vieler anderer stand an sich und bedeckte es mit glühenden Küssen dem Herrn Kaiserlichen Leibarzt stockte fast der Atem er erkannte sein eigenes Konterfei das er ihr vor wohl vierzig Jahren geschenkt hatte dann stellte sie es behutsam voll Zärtlichkeit wieder zurück hob verschämt mit spitzen Fingern den zerlumpten Rock bis zum Knie und tanzte den Kopf mit dem wirr zerzausten Haar wie in wollüstigen Träumen wiegend eine gespenstische Gavotte Der Herr Kaiserliche Leibarzt stand wie gelähmt das Zimmer drehte sich vor seinen Augen Danse macabre sagte etwas in ihm und die beiden Worte tauchten in graus geschnörkelten Buchstaben als Unterschrift zu einem alten Kupferstich den er einst bei einem Antiquar gesehen wie eine Vision vor ihm auf Er konnte den Blick nicht von den skelettartig dünnen Beinen der Kreisin wenden die in schlottrigen grünlich schimmernden schwarzen Strümpfen starken er wollte im Übermaß des Grauens zur Tür fliehen aber der Entschluß entfiel ihm noch ehe er gefasst war die die Vergangenheit verband sich mit der Gegenwart in ihm zu einem inneren und äußeren Bann Bild schreckhafter Wirklichkeit dem zu entrinnen er sich ohnmächtig fühlte er wusste nicht mehr war er selbst noch jung und hatte sich die die da vor ihm tanzte urplötzlich aus einem soeben noch schönen Mädchen in ein leichenhaftes Scheusal mit zahnlosem Mund und entzündeten runzligen Lidern verwandelt oder träumte er nur und seine eigene Jugend und die Iriker hatten in Wirklichkeit nie existiert diese platten Klumpen an den grau schwarzen schimmligen Überresten von niedergetretenen Stiefeln die da vor ihm im Takte sich drehten und hüpften konnten sie wirklich dieselben zierlichen Füßchen mit den zarten Knöcheln sein die ihn einst so verliebt gemacht und entzückt hatten sie kann sie jahrelang nicht ausgezogen haben das Leder würde in Stücke zerfallen sein sie schläft in ihnen kam ein halber Gedanke flüsternd an seinem Bewusstsein vorbei wuchtig verdrängt von einem Anderen es ist furchtbar der Mensch verwest in dem unsichtbaren Grabe der Zeit noch während er lebt weißt du noch Tadeus flötete die böhmische Liesel heiser und krächzte die Melodie du 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 bist so kalt und machst allen so heiß zauberst Flammen hervor aus dem Eis dann dann hielt sie wie mit einem Ruck zu sich gekommen inne warf sich in einen Sessel krümmte sich überwältigt von jäh ausbrechendem namenlosem Schmerz zusammen und verbarg weinend ihr Gesicht in den Händen der kaiserliche Leibarzt erwachte aus einer Betäubung raffte sich auf gewann einen Augenblick Gewalt über sich und verlor sie gleich darauf wieder er erinnerte sich mit einmal deutlich seiner unruhig durchschlummerten Nacht und dass er denselben armen verwitterten Körper noch vor wenigen Stunden als blühendes junges Weib liebestrunken im Traum in den Armen gehalten hatte der jetzt mit Lumpen bedeckt und von Schluchts Krämpfen und Leid geschüttelt vor ihm lag er öffnete ein paar Mal den Mund und schloss ihn wortlos wieder wusste nicht was er sagen sollte Liesel brachte er endlich mühsam hervor Liesel geht's dir so schlecht Er ließ einen Blick durch die Stube schweifen und blieb mit den Augen an dem hölzernen Suppen napf hängen hm ja Liesel kann ich dir irgendwie helfen früher hatte sie aus silbernen Tellern gegessen schaudernd sah er zu der schmutzstarrenden Lagerstätte hin hm und auf Daunen geschlafen Die Alte schüttelte heftig den Kopf ohne das Gesicht zu heben Der Herr kaiserliche Leibarzt hörte wie sie ihr Wimmern hinter den Händen verbiss Seine Fotografie auf dem Wandbrett schaute ihm geradeaus ins Gesicht Der Widerschein eines blinden Spiegels am Fenster warf einen schrägen Lichtstrahl auf die ganze Reihe Lauter schlanke junge Kavaliere die er alle gekannt hatte manche auch jetzt noch als steif und weiß gewordene Fürsten und Barone er selbst mit lachenden lustigen Augen in goldbetresstem Rock den Dreispitz unter den Armen Schon vorhin als er das Bild als das Seine erkannt hatte war die Absicht in ihm aufgestiegen es heimlich zu entfernen unwillkürlich machte er einen Schritt darauf zu schämte sich aber sofort seines Gedankens und blieb stehen Schultern und Rücken der Alten bebten und zuckten noch immer vor verhaltenem Weinen er sah auf sie nieder und ein tiefes heißes Mitleid ergriff ihn er vergaß seinen Ekel vor ihrem schmutzigen schmutzigen Haar und legte ihr die Hand vorsichtig auf den Kopf als getraue er sich nicht recht streichelte sie sogar schüchtern es schien sie sichtlich zu beruhigen und sie wurde allmählich still wie ein Kind Liesel fing er nach einer Weile wieder ganz leise an Liesel schau mach dir nichts draus naja ich mein wenn's dir schlecht geht weißt er suchte nach Worten naja weißt es ist es ist halt Krieg und und Hunger haben wir alle jetzt im Krieg er schluckte ein paar Mal verlegen denn er fühlte dass erlog er hatte doch noch niemals Hunger gehabt wußte gar nicht was das war sogar frisch gebackene Salzstangen aus weißem Mehl wurden ihm jeden Tag beim Schnell heimlich unter diese Wirte gesteckt no und jetzt wo ich weiß dass dir es schlecht geht brauchst dich überhaupt nicht mehr sorgen Liesel es ist ja von selbst versteht sich dass ich dir hilf no und der Krieg er trachtete einen möglichst fröhlichen Ton in seiner Rede zu legen um sie aufzuheitern er ist ja vielleicht übermorgen schon rum und dann kannst ja auch wieder deinem verdienst er brach bestürzt ab es fiel ihm plötzlich ein was sie war über dies konnte man in ihrem Fall doch kaum von verdienst reden ja nachgehen schloss er den Satz halblaut nach einer kleinen Pause denn er wusste kein besseres Wort sie haschte nach seiner Hand und küsste sie stumm und voll Dankbarkeit er fühlte ihre Tränen auf seine Finger fallen geh lass doch wollte er sagen brachte es aber nicht heraus er blickte ratlos umher eine Weile schwiegen beide dann hörte er dass sie etwas murmelte verstand aber die Worte nicht ich 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 Dank schluchzte sie endlich halb erstickt ich ich dank dir ping ich dank dir tadeus nein nein kein geld fuhr sie hastig fort als er wieder davon anfangen wollte er werde ihr helfen nein ich brauch nichts sie richtete sich schnell auf drehte den Kopf zur Wand damit er ihr schmerzverzerrtes Gesicht nicht sehen sollte hielt aber dabei seine Hand krampfhaft fest es geht mir ja ganz gut ich bin doch so glücklich dass du dich nicht vor mir graust nein nein wirklich mir geht's ganz gut weißt es ist nur so schrecklich wenn man sich erinnert wie früher alles war einen Augenblick wirkte sie es wieder und sie fuhr sich nach dem Hals als bleibe ihr der Atem aus weißt dass man dass man nicht alt werden kann ist so furchtbar der Pinguin sah sie erschrocken an und glaubte sie rede irre erst nach und nach begriff er was sie meinte als sie anfing ruhiger zu sprechen vorhin wie du herausgekommen bist Taddeus da hab ich gemeint ich bin wieder jung und du hast mich noch lieb setzte sie ganz leise hinzu und so geht es mir oft manchmal manchmal fast eine viertelstunde lang besonders wenn ich auf der Gassen gehe vergesse ich wer ich bin und glaub die Leute schauen mich so an weil ich jung und schön bin dann freilich wenn ich höre was die Kinder hinter mir drein rufen sie schlug die Hände vors Gesicht nimm's nicht so schwer Liesel tröstete sie der kaiserliche Leibarzt Kinder sind immer grausam und wissen nicht was sie tun du darfst ihnen nicht nachtragen und wenn sie sehen dass du dir nichts draus machst glaubst du denn ich bin ihnen bös deshalb ich bin doch nie jemand bös gewesen nicht einmal dem lieben Gott und dem hat doch heutzutag wahrhaftig jeder Mensch grund bös zu sein nein das ist nicht aber dieses aufwachen jedes mal wie aus einem bösen traum das ist fürchterlich tadeus als wenn man bei lebendigem leibe verbrennt der pinguin blickte wieder in der stube umher und sann nach wenn man es ihr ein wenig behaglicher machen würde dachte er vielleicht würde sie sich sie schienen seinen Gedanken erraten zu haben du meinst warum so schauderhaft hier ist und warum ich so gar nichts mehr auf mich halte du mein Gott wie oft hab ich schon versucht das Zimmer ein bisserl sauberer zu machen aber ich glaub ich müsst wahnsinnig werden wenn ich tu wenn ich nur damit anfange und drück bloß einen Sessel zurecht so schreit schon alles in mir auf dass es ja doch nie mehr so werden kann wie es früher war so ähnlich geht es vielleicht vielen menschen auch nur können es die anderen nicht verstehen die nie aus dem licht haben in die finsternis müssen du du wirst mir nicht glauben tadeus aber wirklich es ist noch so etwas wie ein trost darin für mich das alles um mich herum und ich selbst so unsagbar verkommen und scheußlich ist sie starrte eine weile vor sich hin dann fuhr sie plötzlich auf und ich weiß auch warum ja ja warum soll nicht der mensch auch gezwungen sein mitten im tiefsten Schmutz zu leben wo doch seine Seele in einem so grässlichen Kadaver stecken muss und dann hier so mitten im Dreck murmelte sie halblaut vor sich hin vielleicht kann ich doch einmal vergessen sie fing an wie geistesabwesend mit sich selbst zu sprechen ja wenn der zurück hat lo nicht wär der Leibarzt horchte auf als der Name fiel und erinnerte sich dass er doch eigentlich des Schauspielers wegen hergekommen sei ja wenn der zurück hat lo nicht wär ich glaub er ist an allem schuld ich muss ihn fortschicken wenn ich nur wenn ich nur die Kraft dazu hätt der kaiserliche Leibarzt räusperte sich laut um ihre Aufmerksamkeit zu erwecken sag mal Liesel was ist das eigentlich mit dem zurück hat lo er wohnt doch bei dir fragte er schwarzt heftig am arm der kaiserliche Leibarzt sah daß ein kalter Schauer sie überlief und ihre zahnlosen Kiefer schlotterten selbstverständlich ist er krank sagte er ruhig aber manchmal muss er doch bei sich sein und da hätt ich gern einmal mit ihm gesprochen er ist nie bei sich murmelte die böhmische Liesel du hast aber doch gestern Nacht gesagt er geht in den Beiseln herum und spielt den Leuten etwas vor ja ja das tut er nur dazu muss er doch bei sich sein nein das ist er nicht so hm der kaiserliche Leibarzt grübelte nach aber er war doch gestern geschminkt tut er das vielleicht auch ohne Bewusstsein wer schminkt ihn denn ich du wieso damit er für einen Schauspieler gehalten wird und etwas verdienen kann und damit man ihn nicht einsperrt der Pinguin blickte die alte lange und misstrauisch an es kann doch gar nicht sein dass er ihr Zuhälter ist überlegte er sein Mitleid war verflogen und der Ekel faßte ihn wieder an wahrscheinlich lebt sie mit von seinen Einnahmen ja ja natürlich so wird's wohl sein aber die böhmische Liesel war mit einem Mal ganz verändert sie hatte ein Stück Brot aus der Tasche gezogen und kaute mürrisch daran Der Kaiserliche Leibarzt trat verlegen von einem Bein aufs andere er fing an sich innerlich heftig zu ärgern dass er überhaupt hierher gekommen war wenn gehen willst ich halt dich nicht brummte die alte nach einer peinlichen Pause längeren beiderseitigen Schweigens Der Herr Kaiserliche Leibarzt griff rasch nach seinem Hut und sagte wie von einem Druck befreit Ja freilich Liesel du hast recht es ist schon spät Ja No und so gelegentlich komme ich wieder nach dir schauen Liesel Er tastete mechanisch nach seinem Portemonnaie Ich hab dir schon einmal gesagt ich brauch kein Geld nicht fauchte die alte los Der Herr Kaiserliche Leibarzt zuckte mit der Hand zurück und wand sich zum Gehen Als dann grüß dich Liesel Servus Tat Servus Pinguin Im nächsten Augenblick stand der Herr Kaiserliche Leibarzt geblendet von der grellen Sonne auf der Gasse und strebte gallig seiner Droschke zu um so rasch wie möglich aus der neuen Welt heim zum Mittag Essen zu fahren Ende von Kapitel zwei gelesen von Hokuspokus Teil drei von Walpurgis Nacht Kapitel Hungerturm Abschnitt I In dem mauerumfriedeten stillen Hof des Daliborka, des grauen Hungerturms auf dem Ratschin, warfen die alten Linden bereits schräge Schatten, und das kleine Wärterhäuschen, darin der Rahn von Drake mit seiner gichtbrüchigen Gattin und seinem Adoptivsohn Otto Kahr, einem neunzehnjährigen Konservatoristen, wohnte, lag wohl schon eine Stunde in kühlem Nachmittagsdunkel. Der Alte saß auf einer Bank und zählte und sortierte einen Haufen Kupfer- und Nickelmünzen neben sich hin auf das morsche Brett, die ihm der Tag als Trinkgeld von den Besuchern des Turms eingebracht hatte. Jedes Mal, wenn er die Zahl zehn erreichte, machte er mit seinem Stelzbein einen Strich in den Sand. »Zwei gulden siebenundachtzig Kreizer«, brummte er, als er fertig war, unzufrieden zu seinem Adoptivsohn hin, der, an einen Baum gelehnt, emsig damit beschäftigt war, die spiegelnden Flecken an den Knien seines schwarzen Anzugs rau zu bürsten, und rief es dann mit lautem militärischem Meldeton durchs offene Fenster in die Stube hinein, damit es seine bettlägerige Frau hören könne. Gleich darauf sank er, den bis in den Nacken haarlosen Kopf, mit der hechtgrauen Feldwebelmütze bedeckt, in starrer, totenähnlicher Ruhe zusammen, wie ein Hampelmann, in dem der Lebensfaden plötzlich gerissen ist, und hielt seine halbblinden Augen unbeweglich auf den mit libellenförmigen Baumblüten übersäten Boden geheftet. Er achtete nicht einmal mit einem Wimpernzucken darauf, daß sein Adoptivsohn den Geigenkasten von der Bank nahm, sich seine Samtkappe aufsetzte und dem schwarz-gelb gestreiften, kasernenmäßigen Ausgangstor zuschritt. Er antwortete nicht auf den Abschiedsgruß. Der Konservatorist schlug den Weg nach abwärts ein, der Thunschen Gasse zu, in der die Gräfin Zaratka ein schmales, finsteres Palais bewohnte, blieb aber nach wenigen Schritten wie von einem Gedanken erfasst stehen, warf einen Blick auf seine abgeschabte Taschenuhr, kehrte hastig um und eilte, die Wiesenstege des Hirschgrabens abkürzend, wo immer es ging, zur neuen Welt empor, wo er, ohne anzuklopfen, das Zimmer der böhmischen Liesel betrat. Die Alte war so tief versponnen in ihre Jugenderinnerungen, daß sie lange nicht begriff, was er von ihr wollte. »Zukunft? Was ist das, Zukunft?« murmelte sie geistesabwesend, immer nur die letzten Worte seiner Sätze verstehend. »Zukunft? Es gibt doch gar keine Zukunft!« Sie musterte ihn langsam von oben bis unten. Der verschnürte Studentenrock des jungen Mannes verwirrte sie offenbar. »Warum nicht goldene Tressen heute? Er ist doch Oberst Hofmarschall?« fragte sie halblaut in die leere Luft hinein. »Aha! Pane Wondreig, Mlasdi! Ah! Der junge Herr Wondreig will die Zukunft wissen. Ach so!« Und erst jetzt erfasste sie, wen sie vor sich hatte. Ohne weiter ein Wort zu verlieren, ging sie zur Kommode, hückte sich, fischte unter dem Möbel ein mit rötlichem Modellierton überzogenes Brett hervor, stellte es auf den Tisch, reichte dem Konservatoristen einen hölzernen Griffel und sagte, da, Tupfenspane Wondreig, von rechts nach links, aber ohne zu zählen, nur an das Denken, was sie wissen wollen, und sechzehn Reihen untereinander.« Der Student nahm den Stift, zog die Augenbrauen zusammen und zögerte eine Weile. Dann wurde er plötzlich leichenblass vor innerer Erregung und stach in fliegender Hast und mit zitternder Hand eine Anzahl Löcher in die weiche Masse. Die böhmische Liesel zählte sie zusammen, schrieb sie in Kolonnen neben und untereinander auf eine Tafel, während er ihr gespannt zusah, zeichnete die Resultate in geometrischen Formen geordnet in ein mehrfach geteiltes Viereck und schwätzte dabei mechanisch vor sich hin. Das sind die Mütter, die Töchter, die Neffen, die Zeugen, der Rote, der Weiße und der Richter, Drachenschwanz und Drachenkopf, alles genau, wie's die alte böhmische Punktierkunst verlangt. So haben wir's gelernt von den Sarazenen, ehe sie vernichtet wurden in den Kämpfen am Weißen Berg, der ist getränkt von Menschenblut. Böhmen ist der Herd aller Kriege, und auch jetzt wieder war's der Herd, und wird's immer bleiben. Jan Zitzka, unser Führer, der Blinde. »Was ist's mit Zitzka?« fuhr der Student aufgeregt dazwischen. »Steht da etwas von Zitzka?« Sie achtete nicht auf die Frage. »Wenn die Moldau nicht so rasch flösse, heute noch wär sie rot vom Blut.« Dann änderte sie mit einem Mal den Ton wie in grimmiger Lustigkeit. »Weißt du, Buber, warum so viele Blutegel in der Moldau sind? Vom Ursprung bis zur Elbe, wo du am Ufer einen Stein aufhebst, immer sind kleine Blutegel darunter. Das kommt, weil früher der Fluß ganz aus Blut bestand, und sie warten, weil sie wissen, dass sie eines Tages wieder neues Futter kriegen. Was ist das?« Sie ließ erstaunt die Kreide aus der Hand fallen, und starrte abwechselnd den jungen Mann und die Figuren auf der Tafel an. »Was ist das? Willst du vielleicht da Kaiser der Welt werden?« Sie sah ihm forschend in die dunklen, flackernden Augen. Er gab keine Antwort, aber sie bemerkte, dass er sich am Tische krampfhaft festhielt, um nicht zu taumeln. »Am End wegen der da?« Sie deutete auf eine der geometrischen Figuren. »Und ich hab immer geglaubt, du hättest ein Gspusi mit der Bozena von Baron Elsenwanger?« Otto Carvondreig schüttelte heftig den Kopf. »So, es ist also schon wieder aus, Buberl. Na, was ein echtes böhmisches Madel ist, trägt nichts nach, auch nicht, wenn's ein Kind kriegt. Aber vor der da.« Sie zeigte wieder auf die Figur »Nimm dich in Acht.« »Die saugt Blut.« »Sie ist auch eine Tschechin, aber von der alten, gefährlichen Rass.« »Das ist nicht wahr«, sagte der Student heiser. »So? Glaubst du?« »Sie ist aus dem Stamme Borivoy, sag ich dir. Und du?« Sie blickte den jungen Mann lang und nachdenklich in das schmale, braune Gesicht. »Und du?« »Du bist auch aus der Rasse Borivoy.« »So zwei zieht's zueinander wie Eisen und Magnet.« »Was braucht man da lang in den Zeichen zu lesen?« Sie wischte mit dem Ärmel über die Tafel, ehe sie der Student daran hindern konnte. »Gib nur Acht, daß du nicht das Eisen wirst, und sie der Magnet. Sonst bist du verloren, Buberl. Im Stamme Borivoy war Gattenmord, Blutschande und Brudermord an der Tagesordnung. Denk an Wenzel, den Heiligen.« Der Konservatorist versuchte zu lächeln. »Wenzel, der Heilige, war ebenso wenig aus dem Stamme Borivoy, wie ich es bin. Mich heißt doch bloß Wondreig, Frau, Frau Lysinka.« »Sagen Sie mir nicht immer, Frau Lysinka!« Wütend schlug die Alte mit der Faust auf den Tisch. »Ich bin keine Frau. Ich bin eine Hur. Ich bin ein Fräulein.« »Ich hätt nur noch gern gewußt, Lysinka, was haben Sie da vorhin gemeint mit dem Kaiserwerden und mit Jan Zitzka?« fragte der Student eingeschüchtert. Ein Knarren von der Wand her ließ ihn innehalten. Er drehte sich um und sah, daß im Rahmen der langsam sich öffnenden Tür ein Mann stand, eine große schwarze Brille im Gesicht, den übermäßig langen Gehrock zwischen den Schultern ungeschickt ausgestopft, wie um einen Buckel vorzutäuschen, die Nasenlöcher weit aufgebläht von Wattepfropfen, die darin staken, eine fuchsrote Perücke auf dem Schädel und einen ebensolchen Backenbart, dem man auf hundert Schritte ansehen konnte, daß er angeklebt war. »Prosim, Milos Pane, gnädigste!« wandte sich der Fremde mit deutlich verstellter Stimme an die böhmische Liesel. »Bitschen, pardon, wenn ich stehre, Bitschen, war sich nicht vorhin der Herr kaiserliche Leibarzt von Flugbeil hier?« Die Alte verzog ihren Mund zu einem lautlosen Grinsen. »Bitschen, man hat mir, Herrich, nämlich g'sagt, daß er hier g'wesen ist.« Die Alte grinste weiter wie eine Leiche. Der sonderbare Kerl wurde sichtlich betreten. »Ich soll nämlich dem Herrn kaiserlichen Leibarzt—' »Ich kenne keinen kaiserlichen Leibarzt!« schrie die böhmische Liesel jählos. »Schauen Sie, daß Sie hinauskommen, Sie Rindvieh!« Blitzartig schloss sich die Tür, und der nasse Schwamm, den die Alte von der Schiefertafel abgerissen und nach dem Besuch geschleudert hatte, fiel klatschend zu Boden. Es war nur der Stefan Brabetz, kam sie der Frage des Konservatoristen zuvor. Er ist ein Privatspitzel. Er verkleidet sich jedes Mal anders und glaubt, dann kenne man ihn nicht. Wenn irgendwo etwas los ist, dann schnüffelt er's heraus. Er möcht dann immer was erpressen, aber er weiß nie, wie er's machen soll. Er ist von unten, aus Prag. Da sind Sie alle so ähnlich. Ich glaub, das kommt von der geheimnisvollen Luft, die aus dem Boden steigt. Alle werden sie im Lauf der Zeit so wie er, einer früher, einer später, außer sie sterben vorher. Wenn einer dem anderen begegnet, grinst er hämisch, bloß damit der andere glaubt, man weiß was über ihn. »Hast es noch nie gemerkt, Buberl?« Sie wurde seltsam unruhig und begann ruhelos im Zimmer hin und her zu wandern. Daß in Prag alles wahnsinnig ist, vor lauter Heimlichkeit, du bist doch selbst verrückt, Buberl, und weißt es bloß nicht. Freilich, hier oben auf dem Khadschin, da ist eine andere Art Wahnsinn, ganz anders als unten, so, so mehr ein versteinerter Wahnsinn. Wie überhaupt hier oben alles zu Stein geworden ist. Aber wenn's einmal losbricht, dann ist es, wie wenn steinerne Riesen plötzlich anfangen zu leben und die Stadt in Trümmer schlagen, hab ich... Ihre Stimme sank zu leisem Gemurmel herab, hab ich mir als kleines Kind von meiner Großmutter sagen lassen. »Ja, na ja, und der Stefan Brabetz, der riecht's wahrscheinlich, daß hier auf dem Radschin irgendwas in der Luft ist. Irgendwas los!« Der Student verfärbte sich und blickte unwillkürlich scheu nach der Tür. »Wieso? Was soll los sein?« Die böhmische Liesel redete an ihm vorbei. »Ja, glaub mir, Buberl, du bist jetzt schon verrückt. Vielleicht willst du wirklich Kaiser der Welt werden.« Sie machte eine Pause. »Freilich, warum soll's nicht möglich sein? Wenn's in Böhmen nicht so viele Wahnsinnige gäb, wie hätt's sonst immer der Herd der Kriege sein können?« »Ja, sei nur verrückt, Buberl. Dem Verrückten gehört am Schluss doch die Welt.« »Ich bin ja auch die Geliebte von König Milan Obrenowitsch gewesen, bloß weil ich geglaubt hab, daß ich's werden kann.« »Und wie viel hat gefehlt, wäre ich Königin von Serbien geworden?« Es war, als erwachte sie plötzlich. »Warum bist du eigentlich nicht im Krieg, Buberl?« »So, ein Herzfehler. Na ja. Hm. Und warum meinst du, du bist kein Borivoi?« Sie ließ es nicht zur Antwort kommen. »Und wohin gehst du jetzt, Buberl, da mit der Geige?« »Zur Frau Gräfin Zarathka. Ich soll ihr vorspielen.« Die Alte sah überrascht auf, studierte wieder lang und aufmerksam den Gesichtsausschnitt des jungen Mannes und nickte dann, wie jemand, der seiner Sache gewiß ist. »Ja. Hm. Borivoi. No. Und hat sie dich gern, die Zarathka?« »Sie ist meine Patin.« Die böhmische Liesel lachte laut auf. »Patin!« »Patin!« Der Student wusste nicht, wie er sich das Gelächter deuten solle. Er hätte seine Frage nach Jan Zitzka gern wiederholt, aber er sah ein, dass es vergeblich wäre. Er kannte die Alte zu lange, um nicht aus ihrer plötzlich ungeduldig gewordenen Miene zu entnehmen, dass sie wünschte, die Audienz beendet zu sehen. Mit einem verlegenen, gemurmelten Dank drückte er sich zur Tür hinaus. Er war kaum des alten, im Abendrot träumenden Kapuzinerklosters, an dem er auf seinem Wege zum Palais der Gräfin Zarathka vorbei mußte, ansichtig geworden, da er klang dicht nebenan, als wolle es ihn begrüßen, gleich einem zauberhaften Orchester von Äolsharfen, das ehrwürdige Glockenspiel der St. Loretto-Kapelle, und zog ihn in seinen magischen Bann. Eingehüllt von melodisch schwingenden Luftwellen, die ihn umfingen, getränkt von Blütenhauch aus den verborgenen nahen Gärten, wie der unendlich weiche, liebkosende Schleier einer unsichtbaren Himmelswelt, blieb er ergriffen stehen und lauschte, bis es ihm schien, als mischten sich die Töne eines alten Kirchenliedes darin, gesungen von tausend fernen Stimmen. Und wie er horchte, da war es, als käme es aus seinem Innern, dann wieder, als schwebten die Klänge ihm zu häupten, um echogleich in den Wolken zu ersterben, bald so nahe, daß er glaubte, die lateinischen Worte der Psalmodie zu verstehen, bald, verschlungen vom hallenden Dröhnen aus dem erzenen Mund der Glocken, nur noch in leisen Akkorden, wie aus unterirdischen Kreuzgängen herauf. Sinnend schritt er über den mit hellen Birkenzweigen festlich geschmückten Ratschienplatz, an der königlichen Burg vorüber, an deren steinerner Resonanz sich die Wogen der Töne brachen, daß er seine Geige in dem hölzernen Kasten vibrieren fühlte, als sei sie in ihren Sarge lebendig geworden. Dann stand er auf der Plattform der neuen Schlossstiege und sah die breite Flut der zweihundert Balustraden umsäumten Granitstufen auf ein sonnenbeglänztes Dächermeer herab, aus dessen Tiefe einer ungeheuren schwarzen Raupe gleich eine Prozession langsam heraufkroch. Tastend schien sie ihren silbernen Kopf mit den purpurgefleckten Fühlern in die Höhe zu heben, wie unter dem weißen Baldachin den vier Geistliche in Alba und Stola trugen, der Fürsterzbischof mit rotem Scheitelbarrett und die Füße in rotseidenen Schuhen, das goldgestickte pluvial um die Schultern der singenden Menge voran Stufe um Stufe emporschritt. In der warmen, unbeweglichen Abendluft schwebten die Flammen über den Kerzen der Ministranten, kaum wahrnehmbar als durchsichtige Ovale, und zogen dünne schwarze Qualmfäden durch die bläulichen Schwaden der feierlich geschwungenen Weihrauchfästchen hinter sich drein. Das Abendrot lag auf der Stadt, glomm in purpurstreifen über die lange Brücke, strömte, in Blut verwandeltes Gold im Flusse unter ihren Pfeilern dahin, loderte in tausend Fenstern, als stünden die Häuser in Brand. Der Student starrte in das Bild hinein. Die Worte der alten Frau und was sie von der Moldau gesagt, und daß ihre Wellen einstens rot gewesen, klang ihm in den Ohren. Das Schaugebränge, das die Schlosssteige herauf immer näher und näher ihm entgegenzog. Einen Augenblick ergriff es ihn wie Betäubung. Ja, so müßte es sein, wenn sein wahnwitziger Traum, gekrönt zu werden, der einst Erfüllung gefunden haben würde. Er schloss eine Minute die Augen, um nicht zu sehen, daß sich Leute neben ihn gestellt hatten, die das Kommen der Prozession erwarteten. Eine kurze Spanne Zeit nur, wollte er sich gegen das Gefühl einer nüchternen Gegenwart wehren. Dann wandte er sich um und durchquerte die Schlosshöfe der Burg, um auf anderen, menschenleeren Wegen noch rechtzeitig in die Thunsche Gasse zu gelangen. Als er um das Landtagsgebäude bog, sah er von Weitem zu seiner Verwunderung das breite Tor des Wallsteinpalais weit offen stehen. Er eilte darauf zu, um einen Blick in den düsteren Garten mit seinen armdicken Efeuranken an den Mauern und die wundervolle Renaissancehalle und die historische Badegrotte dahinter zu erhaschen, die aus seinen Kinderjahren her, als er einmal all diese Pracht einer längst versunkenen Zeit hatte in nächster Nähe besichtigen dürfen, tief wie ein erschütterndes Erlebnis aus Märchen landen, als unauslöchliche Erinnerung in seine Seele eingegraben standen. Lakaien in silberbordürten Livrehen und kurzgeschnittenen Wangenbärten, die Oberlippe glatt rasiert, zogen schweigend das ausgestopfte Pferd, das einst Wallenstein geritten, heraus auf die Straße. Er erkannte es an der scharlachfarbenen Decke und den stieren gelben Glasaugen, die ihn, wie er sich plötzlich entsann, schon als Knabe lange bis in den Schlaf so mancher Nacht hinein, als rätselvolles Vorzeichen, das er niemals deuten konnte, verfolgt hatten. Jetzt stand das Ross vor ihm, in den rotgoldenen Strahlen der verscheidenden Sonne, die Füße auf ein dunkelgrünes Brett geschraubt, wie ein riesenhaftes Spielzeug aus einer Traumwelt herübergeholt und mitten hineingestellt in eine fantasiearme Zeit, die den furchtbarsten aller Kriege, den Krieg der Maschinendämonen gegen die Menschen, an dem gemessen die Schlachten Wallensteins anmuteten, wie alberne Wirtshausraufereien, mit stumpf gewordenen Sinnen hinnahm. Wieder, wie vorhin beim Anblick der Prozession, lief es ihm kalt über den Rücken, als er das Pferd, ohne Reiter, das nur darauf zu warten schien, dass sich ein entschlossener, ein neuer Gebieter in seinen Sattelschwinge, vor sich sah. Er hörte nicht, daß jemand geringschätzig hinwarf, das Fell sei von Motten zerfressen. Die Frage eines grinsenden Lakaien, der ihn spöttisch aufforderte, wollen der Herr Marschall vielleicht geruhen, aufzusteigen, wühlte sein Innerstes auf und sträubten ihm das Haar, als habe er die Stimme des Herrn des Schicksals aus der Tiefe des Urgrundes vernommen. Der Hohn, der in den Worten des Bedienten lag, glitt an ihm ab. »Du bist jetzt schon verrückt, Buberl, nur weißt du es nicht«, hatte vor einer Stunde die Alte gesagt, »aber hatte sie nicht noch im selben Atem hinzugefügt, am Ende gehört dem Verrückten doch die Welt«, er fühlte vor wilder Erregung das Herz bis hinauf zum Halse klopfen, riß sich los von seinen Hirngespinsten und floh hinüber zur Thunschen Gasse. Ende von Kapitel 3 Abschnitt 1 Gelesen von Hokus Pokus Teil 4 von Walpurgisnacht Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Walpurgisnacht von Gustav Meyrink Kapitel 3 Hungerturm Abschnitt 2 Die alte Gräfin Zarathka pflegte beim Kommen des Frühlings das kleine, finstere Palais ihrer Schwester, der verstorbenen Gräfin Morzin, zu beziehen, in dessen Zimmer nie ein heller Lichtstrahl fiel, denn sie hasste die Sonne und den Mai mit seinem lauen, brünstigen Atem und den festlich geputzten, fröhlichen Menschen. Ihr eigenes Haus, in der Nähe des Stratower-Premonstratenser-Klosters, auf dem höchsten Punkt der Stadt, lag zu solcher Zeit mit geschlossenen Fensterläden in tiefem Schlaf. Der Student stieg die schmale, ziegelsteingepflasterte Treppe hinauf, die, ohne einen Vorraum zu berühren, in einen kalten, nüchternen Gang mit Marmorfliesen auslief, in den die Türen der einzelnen Zimmer mündeten. Gott weiß, woher die Sage, es sei in dem kahlen, amtsgerichtsähnlichen Hause ein ungeheurer Schatz verborgen und es Spuke darin stammen mochte. Fast hätte man vermuten können, ein Witzbold habe sie erfunden, um den Widerspruch gegen alles Romantische, der von jedem Stein des Gebäudes ausging, nur greller hervorzuheben. Im Nu war jede Spur fantastischer Grübelei bei dem Studenten verflogen. Er fühlte sich mit einem Mal so deutlich, als der mittellose, unbekannte Niemand, der er war, daß er unwillkürlich einen Kratzfuß schon vor der Tür machte, ehe er anklopfte und eintrat. Das Zimmer, in dem die Gräfin Zarathka ihn in einem ganz in grauen Rupfen eingenähten Lehnstuhl sitzend erwartete, war das Unbehaglichste, das sich denken ließ. Der alte Meissner Kamin, das Sofa, Kommoden, Sessel, der wohl hundertflammige venezianische Kerzenlüster, bronzene Büsten, eine Ritterrüstung, alles war mit Tüchern umhüllt, wie vor einer Versteigerung. Sogar über den zahllosen Miniaturporträts, die die Wände von oben bis unten bedeckten, hingen Garzeschleier. Zum Schutz gegen die Fliegen glaubte der Student, sich zu erinnern, daß es ihm einmal die Gräfin gesagt hatte, als er, damals ein Kind noch, sie nach dem Grund dieser sonderbaren Abwehrmaßnahmen gefragt hatte. Oder hatte es ihm nur geträumt? Die vielen, vielen Male, die er schon hier gewesen, konnte er sich nicht entsinnen, auch nur eine einzige Fliege bemerkt zu haben. Oft hatte er sich den Kopf zerbrochen, was wohl hinter den trüben Fensterscheiben, vor denen die alte Dame saß, liegen mochte. Ob sie auf einen Hof hinausgingen, auf einen Garten oder auf eine Straße, aber nie hatte er den Versuch gewagt, sich zu überzeugen. Er hätte zu diesem Behufe an der Gräfin vorbeigehen müssen, und schon der Gedanke daran war ihm unfassbar. Der ewig gleiche Eindruck des Zimmers ließ nie einen neuen Entschluss in ihm aufwachen. In demselben Augenblick, wo er den Raum betrat, war er stets wie zurückgeschraubt in die Stunde, als er hier das erste Mal seinen Besuch machen musste, und kam sich vor, als sei sein ganzes Wesen, ebenfalls in Rupfen und Leinwand eingenäht, zum Schutz gegen Fliegen, die es gar nicht gab. Der einzige Gegenstand, der unverhüllt war, oder wenigstens nur teilweise, war ein lebensgroßes Porträt, mitten unter den Miniaturen. In den grauen Kaliko, der es samt dem Rahmen umgab, war ein viereckiges Loch geschnitten, und daraus schaute mit kahlem, birnenförmigem Schädel und den Blick der wasserblauen, gefühllosen Fischaugen ins Leere gerichtet, das hängebackige Gesicht des toten Gatten der alten Dame, des ehemaligen Oberhofmarschalls Zarathka. Wer es ihm erzählt, hatte Otto Carvondreig längst vergessen, aber er wußte irgendwoher, der Graf wäre ein Mensch voll Grausamkeit und erbarmungsloser Härte gewesen, voll Rücksichtslosigkeit, nicht nur gegen die Leiden anderer, auch gegen die eigenen, so hätte er als Knabe, zum bloßen Zeitvertreib, sich durch den nackten Fuß einen Eisennagel in die Diele gehämmert. Katzen gab es eine Unzahl im Haus, lauter alte, langsam schleichende Geschöpfe. Oft sah der Student ihrer wohl ein Dutzend auf dem Gang auf- und niederwandeln, grau und leise, als warteten sie, wie zu Gericht geladene Zeugen, bis man sie vernähme. Aber nie betraten sie das Zimmer, und wenn sie einmal den Kopf irrtümlich zur Tür hereinstreckten, zogen sie ihn sofort wieder zurück, gewissermaßen mit einer Entschuldigung, daß sie einsehen, es sei noch nicht an der Zeit, ihre Aussage vorzubringen. Die Gräfin Zarathka hatte eine eigentümliche Art, den Studenten zu behandeln. Zuweilen ging von ihr etwas auf ihn über, was ihn berührte, wie die zärtliche Liebe einer Mutter, aber es dauerte immer nur wenige Sekunden. Im nächsten Augenblick fühlte er eine Welle eiskalter Verachtung, fast wie Hass. Woher es kam, war ihm nie klar geworden. Es schien mit ihrem ganzen Wesen verwachsen, war vielleicht eine Erbschaft uralter böhmischer Adelsgeschlechter, die seit Jahrhunderten gewohnt gewesen, von demütigen Domestiken umgeben zu sein. In Worten kam ihre Liebe, wenn es überhaupt eine solche war, nie zum Ausdruck, aber ihr fast grausiger Hochmut trat oft berät genug hervor, wenn auch mehr in dem schroffen Ton, in dem sie etwas sagte, als in der Bedeutung der Rede selbst. Am Tage seiner Firmung hatte er ihr auf einer Kinderfibel etwas vortragen müssen. Das böhmische Volkslied »Andulco«, »Medite«, »Yamas mam rat«, dann später edlere Melodien, als sein Spiel immer besser und vollkommener geworden, Kirchen und Liebeslieder bis zu beethovenschen Sonaten, aber nie, gleichgültig, ob es ihm gut oder schlecht gelang, hatte er Anzeichen des Beifalls oder der Missbilligung in ihrem Gesicht wahrnehmen können. Bis heute wußte er nicht, ob sie seine Kunst zu würdigen verstand. Zuweilen hatte er versucht, in eigenen Improvisationen zu ihrem Herzen zu sprechen und aus dem rasch wechselnden Strom, der von ihr auf ihn überging, zu erfüllen, getrachtet, ob sie seine Töne den wahren Eingang zu ihrer Seele gefunden hätten, aber oft konnte er bei leisen Missklängen seiner Geige Liebe auf sich zuströmen fühlen, dagegen Hass, wenn ihm die höchste Meisterschaft den Bogen führte. Vielleicht war es der grenzenlose Hochmut ihres Blutes, der die Vollendung in seinem Spiel wie Eingriff in die eigenen Privilegien der Rasse empfand und als Hass aufloderte. Vielleicht die Instinkte der Slawin, nur das zu lieben, was schwach und armselig ist. Vielleicht war es nur Zufall. Aber eine unübersteigliche Schranke blieb es zwischen ihm und ihr, die er sehr bald aufgegeben hatte wegschieben zu wollen, so wie er nicht auf den Gedanken kam, zu den Fenstern zu gehen, um hindurch zu spähen. »Alsdann, Pane von Drake, spielens«, sagte sie in demselben alltäglich nüchternen Ton, wie stets in solchen Fällen, als er nach einer stummen, ehrerbietigen Verbeugung seinen Instrumentenkasten geöffnet und den Bogen eben angesetzt hatte. Mehr als je zuvor, und vielleicht durch den Kontrast zwischen den Eindrücken vor dem Waldsteinpalais und der grauen Stube der Gegenwart, die für ihn eine unbewegliche Vergangenheit bedeutete, zurückgeschleudert, wählte er, ohne zu wissen, was er tat, das Lied seiner Firmungszeit, das alberne, sentimentale Lied »Andulco«. Er erschrak, als er über die ersten Takte hinaus war, aber die Gräfin schien weder erstaunt noch ärgerlich. Sie hatte ins Leere geblickt, wie das Bild ihres Gatten. Allmählich variierte er die Melodie in Weisen, wie sie ihm der Augenblick eingab. Es war seine Art, sich von dem eigenen Spiel fortreißen zu lassen, dem er dann wie ein staunender Zuhörer lauschen konnte, als sei ein anderer der Geiger, und nicht er selbst, einer, der in ihm stak und doch nicht er selbst war, und von dem er nichts wußte, weder Gestalt noch Wesen, als daß er den Bogen strich. Im Geiste wanderte er dabei umher in fremden geträumten Orten, tauchte in Zeiten hinab, die nie eines Menschenauge gesehen, holte klingende Schätze aus fernen Tiefen, bis er selbst so entrückt war, daß die Wände ringsum für ihn verschwunden und eine neue, ewig wechselnde Welt voll Farben und Klänge ihn umgab. Dann mochte es zuweilen geschehen, daß die trüben Fenster glashell für ihn wurden, und er mit einem Mal wußte, daß hinter ihnen ein Feenreich lag, in wunderbarer Pracht, die Luft voll, weiß schimmernd im Sommer, und daß er sich durch unendliche, laubumwölbte Jasmingänge schreiten sah, liebestrunken die heiße Schulter des jungen, hochzeitlich geschmückten Weibes, das seine ganze Seele mit dem Duft ihrer Haut durchdrängte, innig an die Seine gepresst. Dann wurde, wie oft die graue Leinwandhülle um das Bild des toten Hofmarschall, zu einer Flut aschblonden Frauenhaares, ein länslicher, heller Strohhut darüber, mit blassblauem Band, und ein Mädchenantlitz mit dunklen Augen und halboffenen Lippen blickte auf ihn nieder. Und jedes Mal, wenn er die Züge lebendig werden sah, die er unablässig im Schlafen, im Wachen und im Traum, als seien sie sein wahres Herz in sich fühlte, da schien der Andere in ihm, wie unter einem geheimnisvollen Befehl, der von ihr ausging, zu stehen, sein Spiel bekam die düstere Farbe einer wilden, wesensfremden Grausamkeit. Die Türe, die ins Nebenzimmer führte, ging plötzlich auf, und das junge Mädchen, an das er dachte, kam leise herein. Ihr Gesicht glich dem Bilde der Rokoko-Dame im elsenwangerschen Palais, ebenso jung und schön wie jenes. Eine Schar Katzen spähte hinter ihr drein. Der Student sah sie an, so ruhig und selbstverständlich, als sei sie immer hier gewesen. Warum sollte er sich wundern? Sie war doch nur aus ihm herausgetreten und vor ihn hin. Er spielte und spielte, traumverloren, geistesabwesend. Er sah sich mit ihr in der Krypte der Georgskirche in tiefem Dunkel stehen. Das Licht einer Kerze, die ein Mönch trug, flackerte auf ein kaum menschengroßes Steinbild hin, aus schwarzem Marmor gehauen. Die Gestalt einer Toten, halb verwest, Fetzen um die Brust, die Augen verdorrt und unter den Rippen in dem grausig aufgerissenen Leib, statt eines Kindes eine zusammengeringelte Schlange, mit scheußlichem, flachem, dreieckigem Kopf. Und das Spiel der Geige wurde zu Worten, die der Mönch in der Georgskirche täglich wie eine Litanei, eintönig und geisterhaft, jedem erzählte, der die Krypte besuchte. Da hat es vor vielen Jahren einen Bildhauer in Prag gegeben, der lebte mit seiner Geliebten in sträflichem Wandel. Und als er sah, dass sie schwanger geworden war, da traute er ihr nicht mehr, im Glauben, sie habe ihn mit einem anderen betrogen, und hat sie erwürgt und hinab in den Hirschgraben geworfen. Dort haben die Würmer sie gefressen, und als man sie fand, da kam man auch dem Mörder auf die Spur und hat ihn mit der Leiche zusammen in die Krypte gesperrt und ihn gezwungen, ihr Bildnis in den Stein zu meißeln, zur Sühne für seine Schuld, ehe er aufs Rad geflochten wurde. Mit einem Mal fuhr Ottokar zusammen, und seine Finger blieben auf dem Griffbrett stehen. Er war zu sich gekommen und hatte mit den Augen des Wachseins plötzlich das junge Mädchen erblickt, das hinter den Sessel der alten Gräfin getreten war und ihn lächelnd ansah. Wie erstarrt, unfähig sich zu bewegen, hielt er den Bogen auf die Seite gelegt. Die Gräfin Saradka nahm ihre Lornette und drehte langsam den Kopf. »Spiel er weiter, Ottokar, es ist nur meine Nichte. Stör sie ihn nicht, Polyxena!« Der Student rührte sich nicht, nur der Arm sank ihm schlaff herab wie unter einem Herzkrampf. Wohl eine Minute herrschte lautlose Stille im Zimmer. »Warum spielt er nicht?« fuhr die Gräfin zornig auf. Ottokar riß sich auf und wußte kaum, wie er das Zittern seiner Hände vor ihr verbergen solle. Dann winselte die Geige leise und schüchtern an Dulko. Du, du, du bist so kalt und machst allen so heiß, zauberst Flammen hervor aus dem Eis. Medite, Javas Mamrat Ein girrendes Lachen der jungen Dame ließ die Melodie rasch verstummen. »Sagen Sie uns lieber, Herr Ottokar, was war das für ein herrliches Lied, das Sie vorhin gespielt haben? War das Fantasie? Ich habe dabei ...« Polyxena machte nach jedem Wort eine bedeutsame Pause und zupfte dabei mit gesenkten Augen scheinbar nachdenklich an den Fransen des Lehnstuhls, lebhaft an die »Krypte« in »der Georgskirche« denken müssen, Herr, Herr, Ottokar. Die alte Gräfin zuckte kaum merklich zusammen. Es lag etwas in dem Ton, mit dem ihre Nichte den Namen Ottokar ausgesprochen hatte, was sie stutzig machte. Der Student stotterte verwirrt einige konfuse Worte. Er sah zwei Augenpaare unverwandt auf sich gerichtet. Das eine so voll verzehrender Leidenschaft, daß es ihm fast das Hirn versenkte, das andere durchbohrend, messerscharf, misstrauen ausstrahlend und tödlichen Hass zugleich. Er wußte nicht, in welches der beiden er blicken sollte, ohne nicht das eine aufs Tiefste zu verletzen und vor dem anderen alles, was er fühlte zu verraten. »Spielen! Nur spielen! Rasch! Rasch!« schrie es in ihm. Er setzte hastig den Bogen an. Der Angstschweiß trat ihm auf die Stirn. »Um Gottes Willen! Nur jetzt nicht abermals das verfluchte Andulko Medite!« Er fühlte zu seinem Entsetzen beim ersten Streich, daß es unabwendbar wieder dazu führen musste. Es wurde ihm schwarz vor den Augen. Da kamen ihm die Töne eines Leierkastens draußen auf der Gasse zu Hilfe. Mit wahnwitziger, besinnungsloser Hast fetzte er den abgehackten Gassenhauer mit. »Mädchen mit blassem Gesicht, die sollen heiraten nicht. Nur die Rot, wie die Rosen, sollen mit Männern kosen, denen schadet es nicht.« Er kam nicht weiter. Der Hass, der von der Gräfin Zarathka ausging, schlug ihm fast die Geige aus der Hand. Er sah, wie durch einen Nebelschleier hindurch, daß Polyxena zu der Standuhr neben der Tür huschte, die Leinwandhülle beiseite zog, und die stillstehenden Zeiger auf die Ziffer acht schob. Er verstand, daß dies die Stunde eines Stelldicheins sein sollte. Aber der Jubel erfror, unter der Qual seiner würgenden Angst, die Gräfin habe alles durchschaut. Er sah ihre dürren langen Kreisenfinger, nervös an dem Strickbeutel an der Stuhllehne wühlen, ahnte, jetzt, jetzt wird sie etwas tun, etwas unsagbar Demütigendes für ihn, etwas so Schreckliches, daß er sich nicht auszudenken getraute. »Sie haben heute famos gespielt, Wondreig«, sagte die Gräfin, Wort für Wort hervorstoßend, zog aus der Tasche zwei zerknüllte Scheine und reichte sie ihm. »Da haben Sie ein Trinkgeld, und kaufen Sie sich auf meine Rechnung ein paar bessere Hosen für nächstes Mal, die ihrigen sind schon ganz speckig.« Der Student fühlte, wie ihm das Herz stillstand, vor namenloser Scham. Sein letzter klarer Gedanke war, daß er das Geld nehmen müsse, wollte er nicht alles verraten. Das ganze Zimmer verschwamm vor ihm in eine einzige graue Masse. Polyxena, die Uhr, das Gesicht des toten Hofmarschalls, die Rüstung, der Lehnstuhl, nur die trüben Fenster stachen hervor als weißlich auflachende Vierecke. Er begriff, die Gräfin hatte eine graue Leinwandhülle um ihn gezogen, zum Schutz gegen Fliegen, die er bis zum Tode nie mehr würde loswerden können. Als er an der Straße stand, war jede Erinnerung, auf welche Weise er die Treppe heruntergekommen war, wie ausgelöscht in ihm. War er überhaupt jemals oben im Zimmer gewesen? Das Brennen einer Wunde tief im Innern sagte ihm, daß es wohl so sein müsse. Auch hielt er das Geld noch in der Hand. Er steckte es gedankenlos in die Tasche. Dann fiel ihm ein, daß Polyxena um acht Uhr zu ihm kommen werde. Er hörte die Türme ein Viertel schlagen, ein Hund kläffte ihn an, es traf ihn wie ein Peitschenhieb ins Gesicht. Also sah er wirklich so schäbig aus, daß ihn bereits die Hunde der Reichen anbellten? Er biss die Zähne zusammen, als könne er dadurch seine Gedanken stumm machen, und raste mit zitternden Knien seiner Wohnung zu. An der nächsten Ecke blieb er taumelnd stehen. Nein, nicht nach Hause, nur fort, weit fort von Prag. Das Gefühl der Scham verbrannte ihn fast. Am besten ins Wasser. Mit dem schnellen Entschluss der Jugend wollte er hinunter zur Moldau laufen. Der andere in ihm lähmte seine Füße, log ihm vor, er würde Polyxena unfehlbar verraten, wenn er sich ertränkte. Verschwieg ihm hinterlistig, daß es nur der Lebenstrieb war, mittels dessen er ihn vom Selbstmord zurückhielt. »Gott! Oh Gott, wie soll ich ihr nur ins Gesicht sehen, wenn sie kommt?« heulte es in ihm auf. »Nein, nein, sie kommt nicht«, suchte er sich zu beruhigen. »Sie kann ja nicht kommen. Es ist doch alles aus.« Aber da biss der Schmerz in seiner Brust noch viel wütender um sich. Wenn sie nicht kam, nie mehr kam, wie sollte er dann weiterleben? Er trat durch die schwarz-gelbe Pforte in den Vorhof der Daliborka. Wusste, daß die nächste Stunde ein furchtbares, endloses Minutenzählen sein würde. Kam Polyxena, dann mußte er versinken vor Scham. Kam sie nicht, dann—dann wurde die Nacht eine Stunde des Wahnsinns für ihn. Vollgrauen blickte er zu dem Hungerturm hin, der mit seinem runden weißen Hut hinter der zerbröckelnden Mauer aus dem Hirschgraben ragte. Immer noch lebte der Turm, fühlte er dumpf. Wie viele Opfer waren in seinem steinernen Bauch schon wahnsinnig geworden, aber immer noch hatte der Moloch nicht genug. Jetzt, nach einem Jahrhundert des Todesschlafs, wachte er wieder auf. Das erste Mal seit seiner Kinderzeit sah er ihn nicht als ein Werk von Menschenhand vor sich. Nein, es war ein granitenes Ungeheuer, mit schauerlichen Eingeweiden, die Fleisch und Blut verdauen konnten, gleich denen eines reißenden nächtlichen Tieres. Drei Stockwerke darin, durch waagrechte Schichten voneinander getrennt, und ein rundes Loch, mitten hindurch, wie eine Speiseröhre, vom Schlund bis hinab in den Magen. Im Obersten hatte in alter Zeit, Kerkerjahr um Kerkerjahr, in lichtloser, schrecklicher Finsternis, die Verurteilten langsam zerkaut, bis sie an Stricken hinuntergelassen wurden, in den mittelsten Raum, zum letzten Krug, Wasser und Brot, um dort zu verschmachten, wenn sie nicht vorher wahnsinnig wurden, von dem aus der Tiefe hauchenden Fäulnisgeruch und sich selbst hinabstürzten zu den verwesenden Leichen ihrer Vorgänger. Ende von Kapitel 3, Abschnitt 2 Gelesen von Hukuspukus Teil 5 von Walpurgisnacht Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Walpurgisnacht von Gustav Meyrink Kapitel 3 Hungerturm Abschnitt 3 In dem Lindenhof atmete die taukühle Feuchte der Abenddämmerung, aber immer noch stand das Fenster des Wärterhäuschens offen. Ottokar setzte sich leise auf die Bank, um die alte, gichtbrüchige Frau nicht zu stören, die dahinter schlief, wie er glaubte. Einen kurzen Augenblick nur wollte er sich aus dem Kopf erreißen, was geschehen war, ehe die marternde Qual des Wartens begänne. Der kindische Versuch eines Jünglings, der wähnt, er könne sein Herz überlisten. Eine plötzliche Schwäche befiel ihn. Mit aller Kraft musste er sich gegen den Schluchtskrampf wehren, der ihm die Kehle zusammenschnürte und ihn zu ersticken drohte. Eine klanglose Stimme aus dem Innern des Zimmers, wie in Kissen hineingesprochen, drang an sein Ohr. Ottokar? Ja, Mutter. Ottokar, willst du nicht hereinkommen, essen? Nein, Mutter, ich hab keinen Hunger, ich, ich hab schon gegessen. Die Stimme schwieg eine Weile. Im Zimmer schlug eine Uhr leise und metallisch halb acht. Der Student presste die Lippen aufeinander und verkrampfte die Hände. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Wieder erwachte die Stimme. Ottokar? Er gab keine Antwort. Ottokar? Ja, Mutter. Warum, warum weinst du, Ottokar? Er zwang sich zu einem Lachen. Ich, was fällt dir ein, Mutter? Ich wein doch nicht. Warum sollte ich denn weinen? Die Stimme schwieg ungläubig. Der Student hob den Blick von der schattengereiften Erde. Wenn nur die Glocke endlich schlagen wollte und die Totenstille unterbrechen. Er sah in den scharlachfarbenen Riss am Himmel hinein, fühlte, dass er etwas sagen müsse. Ist Vater drinnen? Er ist im Wirtshaus, kam's nach einer Weile zurück. Er stand rasch auf. Dann geh ich auch auf eine Stunde hin. Gute Nacht, Mutter. Er griff nach seinem Geigenkasten und blickte zum Turm. Ottokar? Ja? Soll ich das Fenster schließen? Ottokar, Ottokar, ich weiß doch, dass du nicht ins Wirtshaus gehst. Du gehst in den Turm? Ja, dann, später. Es übt sich dort am besten. Guten. Kommt sie heute wieder in den Turm? Die Burgenna? Ach Gott, nun ja, vielleicht. Wenn sie Zeit hat, kommt sie manchmal. Wir plaudern dann ein bissl zusammen. Soll ich, soll ich dem Vater etwas ausrichten? Die Stimme wurde noch trauriger. Glaubst du, ich weiß nicht, dass es eine andere ist? Ich hör's am Schritt. So leicht und schnell geht niemand, der am Tag schwer gearbeitet hat. Aber was du wieder denkst, Mutter? Er versuchte zu lachen. Ja, du hast recht, Ottokar. Schließ die Fenster. Ich schweig ja schon. Und's ist auch besser so. Dann hör ich doch die furchtbaren Lieder nicht, die du immer spielst, wenn sie bei dir ist. Ich, ich wollt' ich könnt' dir helfen, Ottokar. Der Student hielt sich die Ohren zu. Dann riß er die Geige von der Bank, eilte zu dem Durchlass in der Mauer und lief die steinernen, zerfallenen Stufen hinunter, über eine kleine Holzbrücke in das oberste Stockwerk des Turms. Aus dem halbrunden Raum, in dem er stehen blieb, ging eine schmale Fensternische, eine Art erweiterte Schießscharte, durch die meterdicken Mauern hinaus nach Süden, und die Silhouette des Domes über der Burg schwebte darin. Für die Besucher, die tagsüber die Daliborka besichtigen kamen, waren ein paar rohe Holzstühle in den Raum gestellt, ein Tisch mit einer Wasserflasche darauf und ein alter, verblichener Divan. In dem herrschenden Halbdunkel sahen sie aus, wie mit Mauern und Boden verwachsen. Eine kleine eiserne Tür mit einem Kruzifix führte in das Gelass nebenan, in dem vor zweihundert Jahren eine Gräfin Lambua, eine Ururgroßmutter der Comtesse Polyxena, eingekerkert gewesen war. Sie hatte ihren Gatten vergiftet, und, ehe sie im Wahnsinn starb, sich die Adern des Handgelenkes aufgebissen und mit ihrem Blut sein Bild an die Wand gemalt. Dahinter lag eine lichtlose Kammer, kaum sechs Fuß im Gefährt, in deren Mauerquadern ein Gefangener mit einem Eisenstück eine Höhlung gekratzt hatte, so tief, dass sich ein Mensch darin zusammenkauern konnte. Dreißig Jahre hatte er daran gegraben. Noch eine Handbreit weiter, und er wäre ins Freie gelangt, um sich hinab in den Hirschgraben stürzen zu können. Aber noch rechtzeitig hatte man ihn entdeckt und im Innern des Turms dem Hungertod überliefert. Ruhelos ging Otto K. auf und nieder, setzte sich in die Fensternische, sprang wieder auf. Einen Augenblick lang wusste er bestimmt, Polyxena werde kommen. Im Nächsten war er überzeugt, er würde sie nie wiedersehen. Von beiden Aussichten erschien ihm eine schrecklicher als die andere. Sie waren Hoffnung und Furcht zugleich für ihn. Jede Nacht nahm er Polyxenas Bild mit in den Traum hinein. Es erfüllte im Schlafen und im Wachen sein ganzes Leben. Wenn er spielte, dachte er an sie, war er allein, so sprach er innerlich mit ihr. Die fantastischsten Luftschlösser hatte er ihretwegen und für sie gebaut. Und wie würde es in Hinkunft sein? Das Leben ein Kerker ohne Licht und Luft, stellte er sich vor in der ganzen uferlosen, kindischen Verzweiflung, deren nur ein Herz von neunzehn Jahren fähig ist. Der Gedanke, er könne jemals wieder auf seiner Geige spielen, erschien ihm als die unmöglichste aller Unmöglichkeiten. Eine feine, unhörbare Stimme in seiner Brust sagte ihm, dass alles ganz, ganz anders kommen werde, als er sich denke, aber er schenkte ihr kein Gehör, wollte nicht hören, was sie ihm zu sagen habe. Oft ist ein Schmerz so übermächtig, dass er nicht geheilt werden will, und ein Trost, selbst wenn er aus dem eigenen Innern kommt, ihn nur noch heißer Brennen macht. Die zunehmende Dunkelheit in dem öden Raum steigerte die Erregung des jungen Mannes von Minute zu Minute bis zur Unerträglichkeit. Jeden Augenblick glaubte er, ein leises Geräusch von draußen zu hören, und das Herz blieb ihm stehen bei dem Gedanken, sie müsse es sein. Dann zählte er die Sekunden, bis sie seiner Berechnung nach sich hereintasten müsste, aber jedes Mal hatte er sich getäuscht, und das Gefühl, sie könne vielleicht auf der Schwelle umgekehrt sein, stürzte ihn in eine neue Art von Verzweiflung. Vor wenigen Monaten erst hatte er sie kennengelernt. Wie ein zu Wirklichkeit gewordenes Märchen kam es ihm vor, wenn er daran zurückdachte. Zwei Jahre früher schon hatte er sie gesehen, als Bild, als das Bild einer Dame aus der Rokoko-Zeit mit aschblondem Haar, schmalen, fast durchsichtigen Wangen und einem eigentümlichen, grausam-wollüstigen Zug um die halboffenen Lippen, hinter denen winzig kleine, blutdürstige Zähne weiß hervorschimmerten. Es war im Palais Elsenwanger gewesen, in dessen Ahnensaal das Bild hing, und als er eines Abends dort vor den Gästen spielen musste, hatte es ihn von der Wand herab angeblickt und sich seitdem in sein Bewusstsein eingebrannt, dass er es immer wieder, so oft er in der Erinnerung daran die Augen schloß, deutlich vor sich sah. Und allmählich hatte es sich seiner sehnsüchtigen jungen Seele bemächtigt, und sein ganzes Sinnen und Trachten derart gefangen genommen, dass es für ihn Leben gewann, und er es oft wie ein Geschöpf von Fleisch und Blut an seine Brust geschmiegt fühlte, wenn er abends auf der Bank unter den Lindenbäumen saß und von ihm träumte. Es sei das Bildnis einer Gräfin Lambua, hatte er erfahren, und ihr Vorname wäre Polyxena gewesen. Alles, was er an Schönheit, Wonne, Herrlichkeit, Glück und Sinnenrausch sich in knabenhafter Überschwänglichkeit auszudenken vermochte, legte er von da an in diesen Namen hinein, bis er für ihn ein Zauberwort wurde, das er nur zu flüstern brauchte, um sofort die Nähe der Trägerin wie eine markversengende Liposung zu empfinden. Trotz seiner Jugend und bis dahin unerschüttert gewesenen Gesundheit fühlte er doch genau, dass das plötzlich bei ihm auftretende Herzleiden unheilbar sei, und er wohl in der Blüte der Jahre sterben werde. Aber er empfand es stets wie einen Vorgeschmack von der Süßigkeit des Todes, und nie mit Trauer. Die seltsame weltfremde Umgebung des Hungerturms, mit den düsteren Historien und Sagen, hatte von Kindheit an einen Hang zum Luftschlösserbauen in ihm erweckt, dem das äußere Leben mit seiner Ärmlichkeit und bedrückenden Enge wie etwas Feindliches, kerkerhaftes Gegenüberstand. Niemals war es ihm eingefallen, das, was er erträumte und voll Sehnsucht empfand, in die Gegenwart der irdischen Wirklichkeit hineinziehen zu wollen. Die Zeit war für ihn leer an Plänen für die Zukunft. Verkehr mit gleichaltrigen Genossen hatte er so gut wie nie gehabt. Die Daliborka mit dem einsamen Vorhof, seine beiden wortkargen Pflegeeltern und der alte Lehrer, der ihn bis über die Kinderjahre hinaus unterrichtet hatte, da seine Gönnerin, die Gräfin Zarathka, nicht wünschte, dass er die Schule besuchte, waren für ihn die ersten und lange die einzigen Eindrücke gewesen. Die äußere Freudlosigkeit und die Absonderung von der Welt des Ehrgeizes und der Jagd nach Erfolg und Gelingen hätten ihn wohl frühzeitig zu einem jener auf dem Ratschin so zahlreichen Sonderlinge gemacht, die, unberührbar von der hämmernden Zeit, ein tatenloses, eingesponnenes Eigenbrötler-Dasein führen, wäre nicht eines Tages ein Ereignis in sein Leben getreten, das seine Seele bis auf den Grund auffühlte. Ein Ereignis, so spukhaft und wirklich zugleich, dass es mit einem Schlag die trennende Mauer zwischen innen und außen zerbrach und aus ihm einen Menschen machte, dem in Momenten der Ekstase das wahnwitzigste Hirngespinst fast mühelos erfüllbar scheinen konnte. Er hatte im Dom zwischen Rosenkranz betenden Frauen gesessen, die kamen und gingen, ohne dass er, in langes geistesabwesendes Starren auf das Tabernakel versunken, es bemerkte, bis er plötzlich wahrnahm, dass die Kirche leer geworden und neben ihm das Bild Polyxenas saß. Zug für Zug dasselbe, von dem er die ganze Zeit geträumt hatte. In jenem Moment war die Kluft zwischen Traum und Wirklichkeit für ihn überbrückt. Es war nur eine Sekunde gewesen, denn in der nächsten wußte er, dass er ein lebendes junges Mädchen vor sich sah. Aber der kurze Augenblick hatte genügt, den geheimnisvollen Hebeln des Schicksals den Angriffspunkt zu schaffen, den er brauchte, um das Leben eines Menschen für immer aus der vorgezeichneten Bahn wägender Verstandesschlüsse in die grenzenlose Welt zu schleudern, in denen der Glaube Berge zu versetzen vermag. In der sinnverwirrten Begeisterung eines Verzückten, der den Gott seiner Sehnsucht plötzlich von Angesicht zu Angesicht schaut, hatte er sich damals mit ausgebreiteten Armen vor dem fleischgewordenen Bild seiner Träume niedergeworfen, hatte ihren Namen gerufen, ihre Knie umfasst, ihre Hände mit Küssen bedeckt, hatte ihr, bebend vor Erregung, in einer Flut sich überstürzender Worte erzählt, was sie ihm sei, und dass er sie seit langem kenne, ohne sie jemals lebendig gesehen zu haben. Und eine wilde, unnatürliche Liebe hatte sie beide noch in der Kirche, in der Gegenwart der goldenen Statuen der Heiligen ringsum, erfasst wie ein teuflischer Wirbelwind, erschaffen aus den plötzlich erwachten, gespenstischen Schwaden der jahrhundertelang zu Bildern erstarrten Vorfahren einer leidenschaftsverzehrten Ahnenreihe. Als habe sich ein Satanswunder begeben, war das junge Mädchen, das kurz vorher noch unberührt und unbefangen den Dom betreten hatte, beim Verlassen der Kirche auch in das seelische Ebenbild ihrer Stammesmutter verwandelt worden, die denselben Namen Polyxena getragen hatte und jetzt als Porträt im Schloss des Barons Elsenwanger hing. Seitdem waren sie zusammengekommen, wann immer sich die Gelegenheit bot, ohne sich zu verabreden und ohne sich je zu verfehlen. Es war, als fänden sie zueinander nur von dem magischen Zug ihrer Leidenschaft gelenkt, instinktiv wie stumme, brünftige Tiere, die keine Verständigung brauchen, weil sie die Stimme ihres Blutes verstehen. Keinem von beiden erschien es jemals erstaunlich, wenn der Zufall ihre Wege sich kreuzen ließ, genau in der Stunde, wo sie am heftigsten nacheinander begehrten, und ihm bedeutete es nur eine stete, fast gesetzmäßig gewordene Erneuerung des Wunders, wenn er statt ihres Bildes in seiner Brust sie plötzlich selbst erblickte, so wie es eben erst vor einer Stunde der Fall gewesen war. Als er ihre Schritte, diesmal wirklich, dem Turme näher kommen hörte, war seine Qual auch schon verflogen, verblasst wie die Erinnerung eines längst überstandenen Leides. Nie wusste er, wenn sie sich in den Armen hielten, war sie durch die Mauern gekommen wie eine Erscheinung oder durch die Tür getreten. Sie war bei ihm, das war alles, was er in solchen Fällen begriff, was vorher lag, verschlang der Abgrund der Vergangenheit mit rasender Eile, kaum, dass es sich vollzogen hatte. So war es auch jetzt wieder. Er sah ihren Strohhut mit dem blassblauen Band aus dem Dunkel des Raumes schimmern, achtlos auf den Boden geworfen, gleich darauf war alles verschwunden. Ihre weißen Kleider bedeckten in Nebelballen den Tisch, dann wieder lagen sie auf den Stühlen zerstreut. Er fühlte ihr heißes Fleisch, den Biss ihrer Zähne an seinem Hals, er hörte ihr wollüstiges Stöhnen. Alles, was geschah, war schneller, als er es erfassen konnte, reihte sich zusammen aus Bildern, die sich blitzschnell verdrängten, eines immer betäubender als das andere. Ein Sinnenrausch, an dem jeder Zeitbegriff zerschellte. Hatte sie von ihm verlangt, er solle ihr auf der Geige vorspielen? Er wusste es nicht. Er konnte sich nicht entsinnen, dass sie es gesagt hätte. Er wusste nur, dass er aufrecht vor ihr stand, seine Lenden von ihren Armen umschlungen. Er fühlte, dass der Tod ihm das Blut aus den Adern sog, dass sich ihm das Haar sträubte, die Haut kalt gerann und seine Knie zitterten. Er konnte nicht mehr denken, glaubte zuweilen, er falle nach rückwärts. Dann erwachte er im selben Moment, wie gehalten von ihr, und hörte ein Lied aus den Seiten klingen, das wohl sein Bogen strich und seine Hand, das aber auch von ihr kam, aus ihrer Seele und nicht aus der Seinen. Ein Lied, gemischt aus Wollust, Grauen und Entsetzen. Halb in Ohnmacht, wehrlos, lauschte er, was die Töne erzählten. In Bildern sah er vorüberziehen, was sich Polyxena ausmalte, um die Raserei ihrer Brunst noch zu steigern. Er fühlte, wie sich ihre Gedanken auf sein Hirn übertrugen, sah sie als Geschehnisse lebendig werden und dann wieder in verschnorkelten Buchstaben auf einer steinernen Tafel stehen. Es war die alte Chronik von der Entstehung des Gemäldes, das Bild des Gespießten, wie sie aufgeschrieben ist in der kleinen Kapelle auf dem Chatschin, zum Gedächtnis an das schreckliche Ende eines, der sich vermessen, nach der Krone Böhmens zu greifen. Nun war dem einen Ritter von denen, die man auf Pfähle gesteckt, namens Borivoy Klabek, der Pfahl neben der Achsel hinausgegangen und der Kopf unverletzt geblieben. Dieser betete mit großer Andacht bis an den Abend, und des Nachts brach ihm der Pfahl entzwei, zunächst am Hintern. So ging er mit dem anderen Teil, so in ihm steckte, bis auf den Chatschin und legte sich auf einen Misthaufen. Des Morgens stand er auf und ging in das Haus neben der Kirche St. Benedikti, ließ ihm einen Priester aus der Priesterschaft der Prager Schlosskirche holen und beichtete unserem Herrn Gott in seiner Gegenwart seine Sünden mit großer Andacht und meldete danach, dass er ohne Beicht und Empfangnus des hochwürdigen Sakraments, wie es von der christlichen Kirche unter einerlei Gestalt geordnet, keineswegs sterben könne, darum er aus dem Glauben diesen Gebrauch gehalten, dass er alle Tage Gott dem Allmächtigen zu ehren, einen Ave Maria und der heiligen Jungfrau zu ehren, hätt ein kurzes Gebetlein täglich gesprochen und sei also bis auf die Zeit des Vertrauens gewesen, dass er durch dieses Gebetlein und der heiligen Jungfrau Vorbitt ohne Empfang des hochwürdigen Abendmahls nicht sterben werde. Der Priester sprach Lieber Sohn, sag mir dasselbe Gebet. Er fing an und sprach Allmächtiger Herr Gott, ich bitte, du sollst mich der Sankt Barbara, deiner Märtyrerin Vorbitt genießen lassen, auf das ich dem schnellen Tod entgehe und vor meinem Ende mit einem hochwürdigen Sakrament versehen, auch von allen meinen Feinden, sichtbaren und unsichtbaren, beschützt, vor den bösen Geistern bewahret und endlich zu dem ewigen Leben gebracht werden möchte durch Christus, unseren Heiland und Seligmacher. Amen. Nach diesem ward ihm vom Priester das hochwürdige Sakrament gereicht und ist desselben Tages gestorben und bei der Kirche Sankt Benedikti mit viel Volksbeweinen begraben worden. Polyxena war gegangen, der Turm lag leblos grau unter den funkelnden Sternen der tiefen Nacht, aber in seiner steinernen Brust klopfte ein winziges Menschenherz, bis zum Zerspringen gefüllt mit dem Gelöbnis, nicht zu ruhen noch zu rasten und lieber die Qualen des grausam Gepfälten tausendfach zu erdulden, als zu sterben, bevor er der Geliebten das Höchste gebracht, was menschlicher Wille zu erringen vermöchte. Ende von Kapitel 3 Gelesen von Hokus Pokus Teil 6 von Walpurgisnacht Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Walpurgisnacht von Gustav Meyrink Kapitel 4 Im Spiegel Teil 1 Eine ganze Woche hindurch war der Herr kaiserliche Leibarzt Flugbeil nicht aus dem Ärger über sich selbst herausgekommen. Der Besuch bei der böhmischen Liesel hatte ihn nachhaltig missgestimmt, und das Schlimmste dabei war, dass er die Erinnerung an seine ehemalige Liebe zu ihr nicht loswerden konnte. Er gab der linden, süchtigen Luft des Mai die Schuld, der in diesem Jahr noch lockender blühte als sonst, und spähte jeden Morgen vergebens in den klaren Himmel, ob sich denn keine Wolke zeigen wolle, die den Johannistrieb seines alten Blutes zu kühlen versprach. Vielleicht war das Gulasch beim Schnell zu pfeffrig, sagte er sich, wenn er abends im Bett lag und ganz gegen seine Gewohnheit nicht einschlafen konnte, so dass er oft die Kerze anzündete, nur um die Gardine am Fenster deutlicher zu sehen, die ihm sonst im Mondlicht noch weiter allerlei spukhafte Grimassen geschnitten hätte. Um seine Gedanken abzulenken, war er schließlich auf die absonderliche Idee verfallen, sich eine Zeitung zu abonnieren. Aber das machte die Sache noch schlimmer, denn kaum hatte er sich für irgendeinen Artikel zu interessieren begonnen, fiel sein Auge auf einen spaltenlangen leeren Fleck, der selbst dann nicht wich, wenn er außer seiner Brille noch den Zwicker aufsetzte. Anfangs hielt er diese betrübliche Erscheinung zu seinem Schrecken für Sehstörungen, die am Ende gar in einer beginnenden Gehirnerkrankung ihre Ursache haben könnten, bis ihm seine Haushälterin feierlich versicherte, auch sie sähe genau dieselbe Stelle unbedruckt, woraus er allmählich schloß, dass lediglich ein Eingriff seitens der Zensur, damit der Leser vor falschen Erkenntnissen geschützt werde, vorliegen müsse. Trotzdem behielten solche weißen Flecken mitten in der Kobalt duftenden Druckerschwärze stets etwas Beunruhigendes für ihn. Eben weil er sich innerlich genau bewusst war, dass er die Zeitung nur vornahm, um nicht an die böhmische Liesel von einst denken zu müssen, fürchtete er vor dem Umblättern jedes Mal, es könnte die nächste Seite wieder leer sein und statt der schwungvollen Rede eines Leitartikels sich sozusagen als Niederschlag der eigenen seelischen Besorgnisse die gräulichen Züge der böhmischen Liesel auf dem Papier bilden. An sein Teleskop traute er sich schon gar nicht mehr heran. Bei der bloßen Erinnerung, wie ihm die Alte durch die Linse entgegengegrinst hatte, sträubte sich ihm auch jetzt noch das Haar, und wenn er trotzdem hindurchguckte, um sich selbst seinen Mut zu beweisen, geschah es nur nach vorherigem, mannhaften Zusammenbeißen seiner tadellosen weißen falschen Zähne. Tagsüber bildete nach wie vor das Erlebnis mit dem Schauspieler Zrückatloh einen Hauptbestandteil seiner Erwägungen. Einfälle, den Mann nochmals in der neuen Welt aufsuchen zu gehen, wies er aber begreiflicherweise weit von sich. Einmal beim Schnell hatte er dem Edlen von Schirnding gegenüber, als dieser gerade in ein Schweinsohr mit Krähen biß, das Gespräch auf den Mondsüchtigen gebracht und erfahren, dass Konstantin Elsenwanger seit jener Nacht wie ausgewechselt sei und keinen Besuch mehr empfange. Er lebe beständig in Angst, das unsichtbare Dokument, das der somnambule Schauspieler in die Schublade gelegt habe, könne am Ende doch wirklich sein und eine nachträgliche Enterbung durch seinen verstorbenen Bruder Bugomil enthalten. Und warum auch nicht, hatte der Edle von Schirnding gemeint und missgelaunt von seinem Schweinsohr abgelassen. Wenn schon Wunder geschehen und es verlieren Menschen unter dem Einfluss des Mondes ihr Gesicht, warum sollten die Toten nicht die Lebendigen enterben können? Der Baron hat ganz recht, wenn er die Schublade zulässt und nicht erst nachschaut. Besser dumm sein als unglücklich. Der Herr Leibarzt hatte dieser Ansicht zwar zugestimmt, aber nur aus Höflichkeit. Er konnte für seinen Teil die Gehirnschublade, in der der Zufall zurückhaltloh aufgehoben lag, keineswegs in Ruhe lassen, kramte vielmehr bei jeder Gelegenheit darin herum. »Ich muss einmal nachts in den grünen Frosch schauen. Vielleicht treffe ich den Kerl dort«, nahm er sich vor, als ihm die Sache wieder durch den Kopf ging. Die Liesel, verdammte Hex, dass man auch fortwährend an das Weibsbild denken muss, hat doch gesagt, er wandere in den Wirtshäusern umher. Noch am selben Abend, kurz vor dem Schlafengehen, beschloss er, seinen Plan zur Ausführung zu bringen, knöpfte seine bereits gelockerten Hosenträger wieder fest und stellte auch im Übrigen seine Toilette wieder her und begab sich, das Gesicht in abweisende Falten gelegt, damit entfernte Bekannte, denen er ebenfalls so spät noch begegnen könnte, nichts Ungewöhnliches von ihm dächten, hinab auf den Malteserplatz, wo, umgeben von altehrwürdigen Palästen und Klöstern, der grüne Frosch sein dem Bachus geweihtes, nächtliches Dasein führte. Seit Kriegsausbruch hatten weder er noch seine Freunde das Lokal besucht. Trotzdem stand das mittelste der Zimmer leer und für die Herren reserviert, als habe der Wirt, ein alter Herr mit goldener Brille und dem wohlwollend ernsten Gesicht eines Notars, der an nichts anderes denkt, als Mündelgelder rastlos zu verwalten, es nicht gewagt, anderweitig darüber zu verfügen. »Exzellenzbefehlen?« fragte der Notar, mit menschenfreundlichem Aufleuchten in den grauen Augen, als sich der Herr kaiserliche Leibarzt gesetzt hatte. »Oh, heute eine Flasche Melnika? Rot? Austisch 1914?« Mit affenartiger Behändigkeit stellte der Piccolo die Flasche Melnika 1914, die er auf den schon vorher geflüsterten Befehl des Notars geholt und hinterm Rücken verborgen gehalten hatte, auf den Tisch, worauf beide nach einer tiefen Verbeugung in das Labyrinth des grünen Frosches verschwanden. Der Raum, in dem der Herr kaiserliche Leibarzt am Kopfende eines weiß gedeckten Tisches Platz genommen hatte, bestand aus einer lang gestreckten Stube, mit je links und rechts einem portierenbedeckten Durchlass in die benachbarten Zimmer und einem großen Spiegel an der Eingangstür, in dem man beobachten konnte, was nebenan vorging. Eine große Anzahl von Ölgemälden an den Wänden, hohe Häupter aller Jahrgänge und Altersklassen darstellend, bekundete die über jeden Zweifel erhabene, loyale Gesinnung des Wirts, des Herrn Bütztinka, mit dem Tone auf Bützt, und strafte gleichzeitig die unverschämten Behauptungen gewisser Lästermäuler, er sei in seiner Jugend Seeräuber gewesen, Lügen. Der grüne Frosch hatte eine gewisse historische Vergangenheit, denn in ihm, hieß es, sei im Jahre 1848 die Revolution ausgebrochen, ob infolge des sauren Weines, den der damalige Wirt ausgeschenkt, oder aus anderen Gründen, bildete Abend für Abend den Gesprächsstoff an den verschiedenen Stammtischen. Um so höher war das Verdienst, des Herrn Wenzel Bütztinka anzuschlagen, der nicht nur durch seine vorzüglichen Getränke, sondern auch durch sein würdevolles Äußeres und den hohen sittlichen Ernst, von dem er selbst in den vorgerücktesten Nachtstunden niemals abließ, es verstanden hatte, den üblen Ruf des Lokales derart gründlich zu beseitigen, dass sogar verheiratete Frauen, mit ihren Gatten natürlich, darin bisweilen zu Speisen pflegten, wenigstens in den vorderen Räumen. Der Herr Kaiserliche Leibarzt saß gedankenverloren bei seiner Flasche Melnika, in deren Bauche ein rubinroter Funke klommen, hervorgerufen durch den Schein der elektrischen Stehlampe auf dem Tisch. So oft er aufblickte, sah er in dem Spiegel an der Tür einen zweiten kaiserlichen Leibarzt sitzen, und jedes Mal, wenn er es tat, kam ihm der Einfall, wie höchst wunderbar es eigentlich sei, dass sein Spiegelbild mit der linken Hand trank, wenn er selbst dazu die rechte gebrauchte, und dass jener Doppelgänger würfe er ihm seinen Siegelring zu, diesen nur am rechten Goldfinger tragen könnte. Es geht da eine seltsame Umkehrung vor, sagte sich der kaiserliche Leibarzt, die wahrhaft schreckenerregend auf uns wirken müsste, wenn wir eben nicht von Jugend an gewöhnt wären, etwas Selbstverständliches darin zu sehen. Hm, wo im Raume mag nur diese Umkehrung stattfinden? Ja, ja, natürlich, in einem einzigen mathematischen Punkt genau genommen. Merkwürdig genug, dass in einem so winzigen Punkt so ungeheuer viel mehr geschehen kann, als im ausgedehntesten Raume selbst. Ein unbestimmtes Bangigkeitsgefühl, er könne, wenn er der Sache weiter nachginge, und das in ihr enthaltene Gesetz auch auf andere Fragen ausdehne, zu der peinlichen Schlussfolgerung kommen, der Mensch sei überhaupt unfähig, irgendetwas aus bewusstem Willen heraus zu unternehmen, sei vielmehr nur die hilflose Maschine eines rätselhaften Punktes in seinem Inneren, ließ ihn von weiterem Grübeln abstehen. Um jedoch nicht neuerdings in Versuchung zu kommen, drehte er kurz entschlossen die Lampe ab und machte dadurch sein Spiegelbild ein für allemal unsichtbar. Sofort erschienen stattdessen auf der reflektierenden Fläche Teile der benachbarten Zimmer, bald das linke, bald das rechte, je nachdem der herrkaiserliche Leibarzt sich zur Seite bog. Beide waren leer. In dem einen stand eine reich geschmückte Tafel, mit vielen Stühlen herum, und dem anderen, einem im Barockstil gehaltenen Stübchen, nichts als ein Diwan mit schwellenden Polstern und ein geschweiftes Tischchen davor. Eine unsägliche Wehmut befiel den Herrn kaiserlichen Leibarzt, als er es erblickte. In allen Einzelheiten stand eine süße Schäferstunde, die er einst darin vor vielen, vielen Jahren genossen und im Laufe der Zeit vollständig vergessen hatte, wieder vor ihm. Er erinnerte sich, dass er das Erlebnis in sein Tagebuch eingetragen hatte, aber wie war es nur möglich, dass das in knappen, dürren Worten geschehen konnte? War ich damals wirklich ein so nüchterner Mensch? fragte er sich traurig, oder kommen wir unserer eigenen Seele erst näher, je weiter wir dem Grab entgegen gehen? Dort auf diesem Diwan war die junge Liesel mit den großen, sehnsüchtigen Rehaugen zum ersten Mal seine Geliebte geworden. Unwillkürlich blickte er nach dem halbverdunkelten Spiegel, ob nicht ihr Bild noch darin stünde. Aber nein, jetzt trug er den Spiegel, der jedes Bild bewahrte, doch in sich selbst, der an der Tür war, war ja nur ein treuloses, vergessliches Glas. Einen Strauß Teerosen hatte sie im Gerüttelstecken gehabt, damals. Plötzlich roch er den Duft der Blumen, als seien sie dicht in seiner Nähe. Es war etwas Geisterhaftes um Erinnerungen, wenn sie wieder lebendig werden. Sie kommen heraus, wie aus einem winzigen Punkt, lehnen sich aus, stehen mit einem Mal im Raum, schöner und gegenwärtiger noch, als sie gewesen sind. Wo war das Spitzentaschentuch hin, in das sie, um nicht aufzuschreien, unter der Glut seiner Umarmungen gebissen hatte? L.K., ihr Monogramm stand darin, Liesel Kossuth. Es gehörte zu dem Dutzend, das er ihr einst verehrte. Plötzlich wusste er auch, wo er es gekauft und eigens für sie hatte sticken lassen, sah den Laden vor sich. Warum habe ich sie nicht gebeten, es mir zu schenken? Zur Erinnerung, jetzt ist nur mehr die Erinnerung daran übrig. Oder, er schauderte, sie hat es als zerrissenen Fetzen unter ihren Lumpen liegen. Und ich, ich sitze hier im Dunkeln, allein mit der Vergangenheit. Er blickte weg, um den Diwan nicht mehr zu sehen. Was ist die Erde doch für ein grausamer Spiegel! Sie lässt die Bilder, die sie hervorbringt, langsam, scheußlich und welk werden, ehe sie verschwinden. Das Zimmer mit dem reich gedeckten Tisch erschien. Der Notar ging geräuschlos von einem Sessel zum anderen, um von verschiedenen Punkten aus wie ein Maler zu visieren, ob der Gesamteindruck auch ein befriedigender sei, und gab dem Piccolo stumme Winkel, wo noch Champagnerkühler aufzustellen waren. Dann wurden draußen Stimmen und Gelächter laut. Ein Zug Herren trat ein, die meisten im Smoking, Nelken im Knopfloch, fast lauter jüngere Leute, aus irgendwelchen Gründen Kriegsunabkömmlich oder beurlaubt, nur einer, offenbar der Gastgeber, von behäbig-juvialem Aussehen, Sechziger mit gelindem Spitzbauch, Kanzlei-Gehrock, goldener Berlocke-Uhrkette und ungebügelten Hosen, die übrigen sogenannte Windhunde. Der Piccolo nahm die Hüte, Stöcke und Überzieher in Empfang, bis er, bepackt wie ein Maulesel, fast unter der Last verschwand. Einer der Herren stülpte ihm zum Schluss seinen Zylinder auf den Kopf. Dann saß alles schweigend eine Weile vor der Speisekarte und studierte. Der Notar rieb mit verbindlicher Miene die Hände aneinander, als poliere er seine ganze Zuvorkommenheit in eine unsichtbare Kugel hinein. »Äh, Mocktörtelsuppe!« schnarrte einer der Herren und ließ sein Monokel fallen. »Mock heißt Schild und Törtelkröte. Warum sagen Sie nicht gleich Schildkrötensuppe?« »Gott trafe England!« »Man reiche mir die treffliche Mocktörtelsuppe!« »Das Walter Scott!« »Äh, mir auch!« stimmte ein anderer bei und die übrigen wierten. »Herrschaften! Herrschaften! Bö!« lispelte der juwiale ältere Herr, stand auf, schloss die Augen und wollte mit gespitzten Lippen eine Rede beginnen, wobei er sich als Einleitung die angeknöpften Manschetten aus den Ärmeln zupfte. »Herrschaften!« Bö! Bö! Aber er kam von dem Bö nicht los und setzte sich schließlich wieder, unverrichteter Sache, aber mit allen Anzeichen der Genugtuung, dass ihm wenigstens die Anrede geglückt war. Wohl eine halbe Stunde lang bekam der kaiserliche Leibarzt keinerlei Geistesblitze mehr zu hören. Die Herren waren zu sehr mit der Vertilgung aller möglichen Gerichte beschäftigt. Er sah den Piccolo unter Anleitung des Notars einen kleinen vernickelten Tisch mit Rädern hereinschieben, auf dessen Rost eine Hammelkeule über Spiritusflammen schmorte, bemerkte, wie das Gigerl mit dem Monockel den Braten kunstgerecht zerlegte und seinen Freunden knurrend versicherte, sie seien erbärmliche Banausen, die nur deshalb aufrecht säßen und nicht auf allen Vieren wie die Hunde, weil ihnen der Mut dazu wegen der hellen Beleuchtung fehle. Der junge Herr schien überhaupt tonangebend in allem zu sein, was die Kunst des Genießens anbelangte. Er bestellte die verrücktesten Speisen, die sich ausdenken ließen, gebackene Ananasspalten in Schweinefett, Erdbeeren mit Salz, Gurken in Honig, wild durcheinander, wie es ihm gerade einfiel, und die schnarrende, hingeworfene, keinen Widerspruch duldende Art, mit der er seine Wahl traf und in tiefstem Ernst diktatorisch begründete, Schlag elf Uhr hat ein Ehrenmann harte Eier zu essen oder das leckere Schweineschmalz hält das Gegröse des Menschen lebendig, wirkten so grotesk komisch, dass der kaiserliche Leibarzt manchmal ein Schmunzel nicht unterdrücken konnte. Die traditionell österreichische, unnachahmliche Selbstverständlichkeit, nebensächliches, mit tödlicher Würde, dagegen sogenannten Lebensernst kavaliermäßig als Schulmeisterei aufzufassen, wie er es im Kleinen vor sich sah, zauberte ihm wieder Episoden aus seiner eigenen Jugend vor die Seele. Wenn er selbst auch nie an der gleichen Gelagen teilgenommen hatte, so fühlte er doch, dass sich hier, trotz aller Gegensätze, etwas im innersten Wesen mit ihm gemeinsames Kund gab. Zu prassen gleich einem Ostelbier und dennoch bis in die Fingerspitzen hinein österreichischer Aristokrat zu bleiben, Wissen und Kenntnisse wohl zu besitzen, aber sie lieber zu verbergen hinter scheinbaren Skurrilitäten, als sie am unrechten Ort plump zur Schau zu stellen, wie durch die Erziehungslücke der Schule in seiner menschlichen Eigenart geschmacklos gewordener Dauergymnasiast. Nach und nach nahm das Festmahl den Charakter einer seltsamen, aber überaus komischen, allgemeinen Betrunkenheit an. Keiner kümmerte sich mehr um den anderen, jeder lebte sozusagen ein Leben für sich. Der fürstliche Zentralgüterdirektor, Dr. Hyazinth Braunschild, als solcher hatte sich der juwiale ältere Herr, schwer bezecht alsbald dem Piccolo vorgestellt, war auf einen Stuhl gestiegen und hielt dort unter zahlreichen Bücklingen eine, meist aus Bös, bestehende Huldigungsanrede, seine Durchlaucht, seinem allergnädigsten Gönner und Brotherrn, wobei ihm nach jedem längeren Satz das Gigerl mit dem Monockel allemal einen Zigarrenring als Orden verlieh. Dass der Herr fürstliche Zentralgüterdirektor bei solchen Anlässen nicht infolge Gleichgewichtsverlustes vom Sessel herabstürzte, hatte er lediglich der Umsicht des Notars zu verdanken, der, wie Weiland Siegfried mit der Tarnkappe bei König Gunther, hinter ihm stand und Acht gab, dass die Anziehungskraft der Erde ihre Amtsgewalt nicht ungebührlich missbrauchte. Ein anderer der Herren saß auf dem Boden, die Beine gekreuzt wie ein Fakir, den Blick starre auf die Nase gerichtet und einen Champagnerpfropfen auf dem Scheitel balancierend, und bildete sich offenbar ein, er sei ein indischer Büßer, während ein Zweiter, vor dem sein Tischnachbar, den Inhalt einer Schaumrolle ums Kinn gestrichen hatte und bemüht war, sich vor einem Taschenspiegel vermittels eines Obstmessers zu rasieren. Der Dritte hatte eine lange Reihe Schnapsgläser, gefüllt mit verschiedenfarbigen Likören, ausgestellt und gab sich, wie er laut behauptete, kabbalistischen Berechnungen hin, in welcher Aufeinanderfolge er sie zu trinken habe. Wieder ein anderer stand, ohne es im Geringsten zu bemerken, mit dem Linken seiner belackschuten Füße in einem eisgefüllten Sektkühler, jonglierte alle Porzellanteller, deren er in der Geschwindigkeit habhaft werden konnte, und stimmte, als der Letzte zerschellt auf dem Boden lag, mit krächzender Stimme das alte Studentenlied an, »Der Ziegelstein ist selten allein, er folget geselligen Trieben, und ist er allein, so ist er wahrscheinlich irgendwo liegen geblieben.« Und dann mußen alle, auch der Piccolo, oder sollten es wenigstens, den Refrain singen, »Stumpfsinn, Stumpfsinn, du mein Vergnügen, Stumpfsinn, Stumpfsinn, du meine Lust.« Ende von Kapitel 4 Abschnitt 1 Gelesen von Hokus Pokus Teil 7 von Walpurgisnacht Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Walpurgisnacht von Gustav Meyrink Kapitel 4 Im Spiegel Abschnitt 2 Wie es hatte geschehen können, dass plötzlich, mitten in diesem besoffenen Durcheinander, der Schauspieler Zrückartloh stand, wie aus dem Boden gewachsen, war dem Herrn kaiserlichen Leibarzt ein Rätsel. Auch der Notar hatte anfangs seine Anwesenheit nicht bemerkt, und daher kamen seine unwirrischen Zeichen, er möge sich auf der Stelle entfernen, zu spät, oder sie blieben unbeachtet, und den Mann gewaltsam zu entfernen, schien gewagt, denn sonst wäre der Zentralgüterdirektor inzwischen sicherlich vom Stängel gefallen, und hätte sich infolgedessen noch vor der Bezahlung der Rechnung den Hals brechen können. Von den Gästen war der Fakir der Erste, der des seltsamen Eindringlings ansichtig wurde. Entsetzt sprang er auf und starrte ihn an, felsenfest überzeugt, eine Astralgestalt aus dem Jenseits habe sich infolge seiner Andachtsübungen materialisiert und beabsichtige ihm, den Kragen umzudrehen. Das Aussehen des Schauspielers hatte in der Tat etwas geradezu Abschreckendes. Er war diesmal nicht geschminkt, so daß die gelbe Pergamentrolle seiner Haut noch wächserner hervortrat und sich die eingesunkenen Augen wie welkgewordene schwarze Kirschen daraus abhoben. Die meisten der Herren waren zu schwer bezecht, um sogleich das Sonderbare des Vorfalls zu erfassen, und insbesondere dem Herrn Zentralgüterdirektor war die Fähigkeit, sich zu wundern, derart abhandengekommen, dass er holzselig lächelte und, im Glauben ein neuer Freund gedenke durch seine Anwesenheit, die Tafelrunde zu verschönen, vom Stuhl herabkletterte, um den gespenstischen Eindringling mit einem Bruderkuss zu begrüßen. Zurückhatloh ließ ihn, ohne die Miene zu verziehen, ruhig herankommen. Er schien, wie damals im Palais des Baronelsenwanger, sich in tiefem Schlaf zu befinden. Erst als der Herr Zentralgüterdirektor bis dicht vor ihnen hingeschwankt war und sein gewohntes bööbööb solutiont die Arme ausbreitete, um ihn an die Brust zu ziehen, hob er mit einem Ruck den Kopf und blickte ihn feindselig an. Was sich gleich darauf abspielte, geschah so blitzartig schnell und kam so überraschend, daß der kaiserliche Leibarzt Flugbeil im ersten Moment annahm, das Bild im Spiegel habe ihn getäuscht. Der Herr Zentralgüterdirektor hatte bis dahin die Augen in seiner Trunkenheit geschlossen gehabt, aber kaum schlug er sie, nur noch einen Schritt von dem Schauspieler entfernt, auf, da hatte sich dessen Gesicht auch schon in eine Totenmaske verwandelt, so grauenhaft im Ausdruck, daß unwillkürlich auch der Herr kaiserliche Leibarzt in seinem verdunkelten Zimmer aufsprang und in den Spiegel starrte. Den Zentralgüterdirektor traf der Anblick des leichenhaft verzerrten Antlitzes wie ein Schlag zwischen die Augen. Im Nu war sein Rausch verflogen, aber es schien mehr als bloßer Schrecken zu sein, das sich in seinen Zügen malte. Seine Nasenflügel wurden mit einem Mal scharf und dünn, wie bei jemand, der unversehens betäubenden Äther eingeatmet hatte. Der Unterkiefer fiel ihm gelähmt herab, die emporgekrampfte Lippe wurde farblos und ließ die Zähne sehen, und seine Wangen, aschgrau und wie nach innen gesogen, bekamen blutrote, runde Flecken. Sogar die Hand, die er zur Abwehr vorgestreckt hatte, zeigte deutlich das Stocken des Blutes und war schneeweiß. Ein paar Mal schlug er mit den Armen wild um sich, dann brach er ein erstickendes Gurgeln in der Kehle zusammen. Der Herr Kaiserliche Leibarzt begriff auf der Stelle, dass es hier keine Hilfe mehr gab. Dennoch wäre er dem Verunglückten gern beigesprungen, wenn es nicht der allgemeine Tumult verhindert hätte. Nach wenigen Sekunden war der Tote von seinen laut durcheinander schreienden Freunden und dem Wirt hinausgetragen. Tisch und Sessel lagen umgestürzt umher, aus zerbrochenen Flaschen ergoss sich roter und schäumender Saft in Lachen auf den Boden. Einen Augenblick lang unschlüssig, was er tun solle, und ganz betäubt von dem Begebnis, das sich in grausiger Greifbarkeit und dennoch schemenhaft und unwirklich, da er es nur im Spiegel mit angesehen, vor ihm abgespielt hatte, war sein erster klarer Gedanke, wo ist der Zrückkatlo? Er drehte das elektrische Licht auf und prallte zurück. Der Schauspieler stand dicht vor ihm, wie ein Stück übrig gebliebene Dunkelheit in seinem schwarzen Talar, reglos, scheinbar wieder in tiefstem Schlaf, so wie vorhin, als der Betrunkene auf ihn zugetaumelt war. Der kaiserliche Leibarzt fasste ihn scharf ins Auge, jeden Moment, mit kaltem Blut gewärtig, ihn eine neue, schreckhafte Absonderlichkeit begehen zu sehen, aber nichts geschah. Der Mann rührte sich nicht, gleich einer aufrecht stehenden Leiche. »Was suchen Sie hier?« fragte er, kurz und befehlend, und blickte mit gespannter Aufmerksamkeit nach den Adern am Hals des Schauspielers. Aber nicht die leiseste Spur eines Pulsschlags ließ sich in ihnen wahrnehmen. »Wer sind Sie?« »Keine Antwort.« »Wie heißen Sie?« »Keine Antwort.« Der kaiserliche Leibarzt dachte nach, dann zündete er ein Streichholz an und leuchtete dem Somnambolen in die Augen. Die Pupillen, kaum zu unterscheiden von der tiefdunklen Iris, blieben weit offen stehen und reagierten nicht im geringsten auf den grellen Lichtschein. Er fasste den schlaff herabhängenden Arm am Handgelenk. Ein Klopfen, wenn es sich überhaupt fühlen ließ und nicht Einbildung war, so zart und langsam, als sei es ein fernes Echo des zögernden Pendelschlags der Uhr an der Wand und nicht eigenes Leben. Eins, zwei, drei, vier, höchstens fünfzehn Schläge in der Minute. Angestrengt zählte der kaiserliche Leibarzt weiter, fragte wieder laut und scharf, »Wer sind Sie?« »Antworten Sie!« Da mit einem Mal fing der Puls des Schauspielers an zu rasen, sprang von fünfzehn auf hundertzwanzig, dann ein zischender Laut, so heftig wurde der Atem durch die Nasenlöcher eingesogen. Als sei eine unsichtbare Wesenheit aus der Atmosphäre in ihn eingeströmt, glänzten plötzlich die Augen des Schauspielers und lächelten den kaiserlichen Leibarzt unschuldig an. Seine Haltung bekam etwas Weiches, Nachgiebiges, und durch den starren Ausdruck der Miene schmolz ein fast kindliches Gebärdenspiel hindurch. Der kaiserliche Leibarzt glaubte zuerst, der wahre Mensch sei in dem Somnambulen erwacht, und fragte freundlich, »Nun sagen Sie mir doch, wer sind Sie eigentlich?« Aber das Wort erstarb ihm im Mund. Dieser Zug um die Lippen des anderen. Jetzt, jetzt wurde es deutlicher und deutlicher. Und dieses Gesicht, dieses Gesicht, wieder ergriff es ihn, wie damals beim Elsenwanger, nur viel klarer und bestimmter noch. Dieses Gesicht kannte er, hatte es oft und oft gesehen, jeder Zweifel war ausgeschlossen. Und langsam, ganz langsam, als ob sich Schalen von seinem Gedächtnis lösten, erinnerte er sich, dass er es einst, vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben, in einem blitzenden Gegenstand, einem silbernen Teller vielleicht, erblickt hatte, bis er schließlich mit voller Sicherheit wusste, so und nicht anders musste er selbst als Kind ausgesehen haben. Wohl war die Haut, aus der es hervorschaute, alt und runzlig, und das Haar ergraut, aber der Ausdruck der Jugend strahlte hindurch wie Licht, jenes unbegreifliche Etwas, das kein Maler der Welt festhalten kann. »Wer ich bin?« kam es aus dem Mund des Schauspielers. Der kaiserliche Leibarzt glaubte, seine eigene Stimme von einstmals zu hören. Sie war die eines Knaben zwar, aber doch zugleich die eines Greises. Ein seltsamer Doppelklang tönte aus ihr, als sprächen zwei Kehlen. Die eine, aus der Vergangenheit, kam von weit her, die andere, aus der Gegenwart, war der Nachhall eines Schallbodens, der die erste laut und hörbar machte. Auch was sie sprachen, war ein Gemisch aus kindlicher Unschuld und dem drohenden Ernst eines alten Mannes. Wer ich bin, hat es je, seit die Erde steht, einen Menschen gegeben, der auf diese Frage die richtige Antwort wüsste? Ich bin die unsichtbare Nachtigall, die in dem Käfig sitzt und singt. Aber nicht jedes Käfigsstäbe schwingen mit, wenn sie singt. Wie oft habe ich in dir ein Lied angestimmt, das du mich hören möchtest, aber du warst taub dein Leben lang. Nichts im ganzen Weltenraum war dir stets so nah und eigen wie ich. Und jetzt fragst du mich, wer ich bin? Manchem Menschen ist die eigene Seele so fremd geworden, dass er tot zusammenbricht, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass er sie erblickt. Er erkennt sie dann nicht mehr, und sie scheint ihm zum Medusenhaupt verzerrt. Sie trägt das Antlitz der üblen Taten, die er vollbracht hat, und von denen er heimlich fürchtet, sie könnten seine Seele befleckt haben. Mein Lied kannst du nur hören, wenn du es mitsingst. Ein Missetäter ist der, der das Lied seiner Seele nicht hört. Ein Missetäter am Leben, an anderen und sich selbst. Wer taub ist, der ist auch stumm, schuldlos ist, wer immerwährend das Lied der Nachtigall hört, und ob er gleich Vater und Mutter erschlüge. Was soll ich hören? Wie soll ich es hören? fragte der kaiserliche Leibarzt, in seinem Erstaunen völlig vergessend, dass er einen unzurechnungsfähigen, vielleicht sogar Wahnsinnigen vor sich hatte. Der Schauspieler beachtete ihn nicht. Und redete weiter mit seinen beiden Stimmen, die einander seltsam durchdrangen und ergänzten. Mein Lied ist die ewige Melodie der Freude. Wer die Freude nicht kennt, die reine, grundlose, freudige Gewißheit, die Ursachlose, ich bin, der ich bin, der ich war und immer sein werde, der ist ein Sünder am Heiligen Geist. Vor dem Glanz der Freude, die in der Brust strahlt wie eine Sonne am inneren Himmel, weichen die Gespenster der Dunkelheit, die den Menschen als den Schemen begangener und vergessener Verbrechen früherer Leben begleiten und die Fäden seines Schicksals verstricken. Wer dies Lied der Freude hört und singt, der vernichtet die Folgen jeglicher Schuld und häuft nie mehr Schuld darauf. Wer sich nicht freuen kann, in dem ist die Sonne gestorben, wie könnte ein solcher Licht verbreiten? Sogar die unreine Freude steht näher dem Licht als der finstere, trübselige Ernst. Du fragst mich, wer ich bin? Die Freude und das Ich sind dasselbe. Wer die Freude nicht kennt, der kennt auch sein Ich nicht. Das innerste Ich ist der Urquell der Freude. Wer es nicht anbetet, der dient der Hölle. Steht denn nicht geschrieben, Ich bin der Herr, dein Gott, Du sollst nicht andere Götter neben mir haben? Wer das Lied der Nachtigall nicht hört und singt, Der hat kein Ich. Der ist ein toter Spiegel geworden, In dem fremde Dämonen kommen und gehen, Ein wandelnder Leichnam, Wie der Mond am Himmel mit seinem erloschenen Feuer. Versuch's nur und freue dich. So mancher, der's versucht, frägt, Worüber soll ich mich freuen? Die Freude braucht keinen Grund, Sie wächst aus sich selbst, wie Gott. Freude, die einen Anlass braucht, Ist nicht Freude, sondern Vergnügen. So mancher will Freude empfinden und kann nicht, Dann gibt er der Welt und dem Schicksal die Schuld. Er bedenkt nicht, Eine Sonne, die das Leuchten fast vergessen hat, Wie könnte die mit ihrem ersten schwachen Dämmerschein Schon die Gespensterschar einer tausendjährigen Nacht verjagen? Was einer sein ganzes Leben hindurch an sich selbst verbrochen hat, Lässt sich nicht gut machen in einem einzigen, kurzen Augenblick. Doch in wen einmal die ursachlose Freude eingezogen ist, Der hat hinfort das ewige Leben, Denn er ist vereint mit dem Ich, Das den Tod nicht kennt. Der ist immer da, Freude, Und wäre er auch blind und als Grüppel geboren. Aber die Freude will gelernt sein, Sie will ersehnt sein, Aber was die Menschen ersehnen, Ist nicht die Freude, Sondern der Anlass zur Freude. Nach ihm gieren sie, Und nicht nach der Freude. Wie sonderbar, Überlegte der kaiserliche Leibarzt, Da spricht aus einem wildfremden Menschen, Von dem ich nicht einmal weiß, Wer und was er ist, Mein eigenes Ich zu mir. Hat es mich denn verlassen Und ist jetzt sein Ich geworden? Wenn es so wäre, Könnte ich selbst doch nicht mehr denken, Kann man denn leben, Ohne ein Ich zu besitzen? Es ist alles dummes Zeug, Fuhr er ärgerlich in seine Gedankenfolge hinein, Der starke Wein ist mir zu Kopf gestiegen. Sonderbar finden Sie das, Exzellenz? Fragte der Schauspieler spöttisch, Mit plötzlich veränderter Stimme. Jetzt hab ich ihn, Dachte der Leibarzt grimmig bei sich, Und übersah dabei den merkwürdigen Umstand, Dass der andere in seinem Hirn gelesen hatte. Jetzt endlich wirft der Komödiant die Maske ab. Aber wiederum hatte er sich geirrt. Zrückertlo richtete sich hoch auf, Blickte ihm fest in die Augen, Und fuhr sich mit der Hand über die glatt rasierte Oberlippe, Als wüchse dort ein langer Schnurrbart, Zwirbelte ihn und zog ihn an den Mundwinkeln herab. Es war eine ungekünstelte, Einfache Bewegung, So wie eine alte Gewohnheit, Aber sie wirkte so drastisch, Dass der Herr kaiserliche Leibarzt Ganz verblüfft war Und einen Moment Wirklich einen Schnurrbart zu sehen glaubte. Sonderbar finden Sie das, Exzellenz? Glauben Sie im Ernst, Dass die Menschen, Die da für gewöhnlich in den Gassen herumlaufen, Ein Ich besitzen? Sie besitzen gar nichts, Sind vielmehr jeden Augenblick Von einem anderen Gespenst besessen, Das in ihnen die Rolle des Ichs spielt. Und erleben Exzellenz denn nicht jeden Tag, Dass sich ihr Ich auf andere Menschen überträgt? Haben Exzellenz noch nie bemerkt, Dass Leute unfreundlich gegen sie sind, Wenn sie von ihnen unfreundlich denken? Das mag daherkommen, Widersprach der Leibarzt, Weil am Gesicht abzulesen ist, Ob man unfreundlich denkt oder nicht. So, so! Das Phantom mit dem Schnurrbart lächelte boshaft. Und bei einem Blinden, Wie steht's mit dem? Sieht der es auch am Minenspiel? Der merkt's eben am Ton der Rede, Wollte der kaiserliche Leibarzt erwidern, Aber er unterdrückte den Einwurf, Denn im Herzen fühlte er, Dass der andere recht hatte. Mit dem Verstand, Exzellenz, Kann man sich alles zurecht machen, Gar mit einem, Der nicht besonders scharf ist, Und Ursache und Wirkung verwechselt. Stecken Sie doch gefälligst den Kopf nicht in den Sand, Exzellenz. Die Politik des Vogelstrauß Ziemt sich nicht für einen Pinguin. Sie sind aber ein unverschämter Kerl, Brauste der kaiserliche Leibarzt auf, Jedoch das Phantom ließ sich nicht beirren. Besser ich bin unverschämt, Als Sie sind's, Exzellenz. Glauben Sie, Es war keine Unverschämtheit von Ihnen, Mit der Brille der Wissenschaft Das verborgene Leben Eines Mondsüchtigen durchschauen zu wollen? Wenn's Ihnen nicht passt, Exzellenz, Bitte hauen Sie mir ruhig eine herunter, Falls Sie das erleichtern sollte, Aber bedenken Sie vorher gefälligst, Mich treffen Sie doch nicht, Höchstens den Armen zurück hat Lo. Und sehen Sie, So ähnlich verhält sich die Sache mit dem Ich. Wenn Sie die elektrische Lampe dort zertrümmern, Glauben Sie, Dass dadurch die Elektrizität beschädigt wird? Sie haben sich gedacht, Hat mich mein Ich denn verlassen Und sich auf den Schauspieler übertragen? Ich antworte Ihnen darauf, Das wahre Ich ist nur an der Wirkung zu erkennen, Es hat keine Ausdehnung, Und eben, Weil es keine hat, Ist es überall. Verstehen Sie wohl, Überall, Es steht über dem All, Ist überall gegenwärtig. Es darf Sie nicht wundern, Dass Ihr sogenanntes eigenes Ich Aus einem anderen deutlicher spricht, Als aus Ihnen selbst. Sie sind leider, Wie fast alle Menschen, Von Kindesbeinen an In dem Irrtum befangen gewesen, Unter Ich, Ihren Körper, Ihre Stimme, Ihr Denkvermögen, Oder weiß Gott, Was sonst noch zu verstehen. Deshalb haben Sie Keine blasse Ahnung mehr, Was eigentlich Ihr Ich ist. Das Ich fließt Durch den Menschen hindurch. Deshalb ist ein Umlernen Im Denken nötig, Um sich selbst Im eigenen Ich Wiederfinden zu können. Sind Sie ein Freimaurer, Exzellenz? Nein, Schade, Wenn Sie's wären, Wüssten Sie, Dass in gewissen Logen Der Geselle, Wenn er Meister werden soll, Rückwärts schreitend In das Heiligum Des Meisters eintreten muss. Und wen Findet er darin? Niemand. Wenn er jemand Darin finde, Wär's doch ein Du Und nicht das Ich. Das Ich Ist der Meister. Ist denn der Mensch Hier vor mir Ein unsichtbarer Oberlehrer? Könnten Sie jetzt Mit einer gewissen Berechtigung fragen, Exzellenz, Dass er mich unterrichtet, Ohne von mir dazu Aufgefordert zu sein? Beruhigen Sie sich, Exzellenz. Ich bin hier, Weil in Ihrem Leben Der richtige Zeitpunkt Gekommen ist. Für manche Kommt er überhaupt nie. Übrigens bin ich Kein Oberlehrer. Das sei ferne. Ich bin ein Mannschuh. Was sind Sie? Platzte der kaiserliche Leibarzt heraus. Ein Mannschuh. Aus dem Hochland Chinas. Aus dem Reich der Mitte. Wie Sie aus meinem langen Schnurrbart hätten leicht entnehmen können. Das Reich der Mitte liegt östlich vom Ratschin. Selbst wenn Sie sich Je entschließen Könnten, Über die Moldau hinüber nach Prag zu gehen, Hätten Sie von Dort immer noch Ein erkleckliches Stück nach der Manchurei. Ich bin nun Keineswegs ein Toter, Wie Sie vielleicht Aus dem Umstand Schließen könnten, dass ich mich des Körpers des Herrn Rückertloh bediene, wie eines Spiegels, um Ihnen zu erscheinen. Im Gegenteil. Ich bin sogar ein Lebendiger. Im innersten Osten gibt es außer mir noch mehrere Lebendige. Aber lassen Sie sich nicht etwa verleiten, mit Ihrer Troschke und dem Isabelhengst Karliczek ins Reich der Mitte reisen zu wollen, um dort meine nähere Bekanntschaft zu machen. Das Reich der Mitte, in dem wir wohnen, ist das Reich der wirklichen Mitte. Es ist der Mittelpunkt der Welt, der überall ist. Im unendlichen Raum ist jeder Punkt ein Mittelpunkt. Sie verstehen, was ich meine? Will er mich frotzeln? dachte der Herr kaiserliche Leibarzt misstrauisch. Wenn er ein Weiser ist, warum redet er so Burschikos? Das Gesicht des Schauspielers lächelte unmerklich. Feierlich, Exzellenz, ist bekanntlich nur ein Tropf. Wer im Humor nicht fähig ist, den Ernst zu fühlen, der ist auch nicht fähig, den falschen Ernst, den ein Mucker für das Um und Auf der Männlichkeit hält, humoristisch zu finden, und ein solcher wird ein Opfer der verlorenen Begeisterung, der fälschlich sogenannten Lebensideale. Die allerhöchste Weisheit wandelt im Narrenkleid. Warum? Weil alles, was einmal als Kleid und nur als Kleid erkannt und durchschaut ist, auch der Leib notgedrungen nur ein Narrenkleid sein kann. Für jeden, der das wahre Ich sein Eigen nennt, ist der eigene Leib, so wie auch der der anderen, ein Narrenkleid, nichts weiter. Glauben Sie, dass Ich könnte es in der Welt aushalten, wenn die Welt wirklich so wäre, wie sie der Menschheit auszuschauen scheint? Gut, Sie können einwenden, ringsum, wohin man blickt, ist Blut und Entsetzen, aber woher kommt das? Ich will es Ihnen alles in der äußeren Welt beruht auf dem merkwürdigen Gesetz der Plus- und Minuszeichen. Der liebe Gott, scheint es, hätte die Welt erschaffen. Haben Sie sich je gefragt, ob es nicht das Spiel des Ichs war? Seit die Menschheit denken kann, hat es wohl in jedem Jahr Tausende gegeben, die in dem Gefühl der sogenannten der falschen Demut schwelgten. Was ist das anderes als Masochismus, mit dem Mäntelchen einer selbstbelügnerischen Frömmelei bekleidet? Das nenne ich in meiner Sprache das Minuszeichen. Und solche Minuszeichen, aufgehäuft im Laufe der Zeit, wirken wie ein saugendes Vakuum ins Reich des Unsichtbaren hinein. Das ruft dann ein blutdürstiges, schmerzschaffendes, sadistisches Pluszeichen hervor, einen Wirbelstrom von Dämonen, die sich der Gehirne der Menschen bedienen, um Kriege zu entfesseln, Mord und Totschlag zu erzeugen, so wie ich mich hier des Mundes eines bewussten Schauspielers bediene, um ihnen Exzellenz einen Vortrag zu halten. Jeder ist Werkzeug, bloß weiß er es nicht. Nur das Ich allein ist nicht Werkzeug. Es steht im Reich der Mitte, fern von Plus- und Minus-Zeichen. Alles Übrige ist Werkzeug, eines das Werkzeug des Anderen, das Unsichtbare ist das Werkzeug des Ich. In jedem Jahr einmal, am 30. April ist Walpurgisnacht. Da, heißt es im Volksmund, wird die Welt des Spukes frei. Es gibt auch kosmische Walpurgisnächte, Exzellenz. Sie liegen in der Zeit zu weit auseinander, als dass die Menschheit sich ihrer erinnern könnte, darum gelten sie jedes Mal aufs Neue, als noch nie dagewesene Erscheinung. Jetzt ist der Anbruch einer solchen kosmischen Walpurgisnacht. Da kehrt sich das Oberste zu Unterst und das Unterste zu Oberst, da platzen Geschehnisse beinahe ohne Ursache auseinander, da ist nichts mehr psychologisch begründet wie in den gewissen Romanen, die das Unterleibsproblem der Liebe sinnig verhüllen, damit es umso schamloser Leuchte, als Kernpunkt des Daseins hinstellen und das Heiraten eines Bürgertöchterchens, das keine Mitgift hat, als erlösendes Moment im Dichtwerk erblicken. Die Zeit ist wieder da, wo die Hunde des wilden Jägers ihre Ketten zerreißen dürfen, aber auch für uns ist etwas entzweige brochen, das oberste Gesetz des Schweigens, der Satz Völker Asiens hütet eure heiligsten Güter, hat keine Gültigkeit mehr für uns, wir geben ihn preis zum Wohl anderer, die reif zum Fliegen sind, Wir dürfen reden. Das allein ist der Grund, weshalb ich zu eurer Exzellenz spreche. Es ist das Gebot der Stunde, nicht etwa der Privates Verdienst. Die Zeit ist da, in der das Ich zu viel reden soll. Mancher wird meine Sprache nicht verstehen, über den mag es wie die Unruhe im Innern kommen, die einen Tauben befällt, wenn er ahnt, jemand redet zu mir, aber ich weiß nicht, was er will, was ich tun solle. Ein solcher wird dem Wahnwitz verfallen, irgendetwas vollbringen zu müssen, was in Wahrheit nicht der Wille des Ichs, sondern der Befehl der teuflischen Pluszeichen am Bluthimmel der kosmischen Walpurgis Nacht. Was ich euer Exzellenz gesagt habe, geschah für diesmal von einem magischen Bild ausgehend, das sich im Zrückerloh nur spiegelte. Die Worte selbst kamen aus dem Reich der Mitte. Sie wissen, aus dem Ich, das über allem ist. Euer Exzellenz hochwohlgeborene Altfordern haben über ein Jahrtausend dem Ehrgeiz Leibärzte zu sein gefröhnt. Wie wäre es, wenn Exzellenz nunmehr in Erwägung zögen, sich ein wenig um Dero Seelen Wertes Befinden zu kümmern? Bisher haben Exzellenz – ich kann es zu meinem Leidwesen nicht verhehlen – Dero Flug nicht hoch genug genommen. Der schnell mit seinen Paprikas grenzt nicht so unmittelbar wie es wünschenswert wäre an das zu erstrebende Reich der Mitte. Flügelansätze haben ja Exzellenz, daran ist kein Zweifel. Wie es jenen ergeht, die gar keine haben, konnten sie vorhin an dem Herrn Zentralgüterdirektor bemerken, sonst hätte ich mich gar nicht erst her bemüht. Flügel zwar noch nicht, wie gesagt, aber Flügelansätze, etwa so wie ein Pinguin. Ein Schlag auf die Klinke unterbrach den Vortrag des beschnurrbarteten Gespenstes. Der Spiegel an der langsam sich öffnenden Tür ließ das Zimmer mit allem, was darin war, quer über seine Fläche wandern, dass es aussah, als habe jeder Gegenstand den Halt verloren, und herein trat ein Schutzmann. Bitte meine Herren, es ist zwölf Uhr, das Lokal gilt sich heiter als gesperrt. Und ehe der Herr kaiserliche Leibarzt zu einer der vielen Fragen ausholen konnte, die seine Brust erfüllten, war der Schauspieler bereits schweigend hinausgeschritten. Ende von Kapitel Vier Gelesen von Hokus Pokus Teil Acht von Walpurgis Nacht diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Walpurgis Nacht von Gustav Meyrink Kapitel Fünf Aweysha Jedes Jahr am Achtzehnten Mai zum Fest des Heiligen Johann von Nepomuk des Schutzpatrons von Böhmen pflegte, angeordnet vom Hausherrn selbst, im Erdgeschoss des Palais Elsenwanger ein großes Gesindeessen stattzufinden, dem nach Uralter Ratschiner Sitte die Herrschaft in eigener Person vorzusitzen gedachte. In dieser Nacht, beginnend Punkt Acht Uhr und abschließend mit dem letzten Schlag der zwölften Stunde galten alle Standesunterschiede zwischen Herr und Diener als aufgehoben, man aß und trank gemeinsam, redete einander mit Du an und gab sich die Hand. Wo ein Sohn im Hause war, musste dieser die Herrschaft vertreten, wo nicht, da oblag die Pflicht der ältesten Tochter. Baron Elsenwanger fühlte sich seit dem Erlebnis mit dem Mondsüchtigen so angegriffen, dass er seine Großnichte, die junge Komtesse Polyxena, hatte bitten lassen, seine Stelle einzunehmen. Weist Xenal hatte er, als er sie in seinem Bibliothekszimmer, umgeben von zahllosen Büchern, von denen er in seinem Leben auch nicht ein einziges jemals berührt hatte, vor einem Schreibtisch sitzend empfangen hatte, einen Strickstrumpf in der Hand und die Nadel dicht ans Licht einer Kerze haltend, wenn ihm eine Masche entfallen war. Weißt Xenal, ich hab halt gemeint, du bist eh so gut wie meine Tochter und es sind ja auch lauter bewährte Leut und wenn st nachher schlafen willst und nicht erst zu spät nach Hause gehen, dann schlafst halt im Gastzimmer, gell Xenal? Polyxenal lächelte geistesabwesend und wollte, nur um irgendetwas zu sagen, erwidern, dass sie sich bereits ihr Bett ins Bilderzimmer habe stellen lassen, erinnerte sich aber noch rechtzeitig, welche Aufregung ein solcher Entschluß bei ihrem Onkel hervorrufen müsste und schwieg. Wohl eine halbe Stunde noch saßen sie wortlos in dem dämmerigen dunklen Zimmer einander gegenüber, er in seinem tiefen Ohrensessel, ein gelbes Wollknäuel zu seinen Füßen und alle paar Minuten qualvoll aus tiefster Brust aufseufzend, als wolle ihm das Herz brechen, sie, zurückgelehnt in einem Schaukelstuhl, unter vergilbten Folianten, eine Zigarette rauchend und mit halbem Sinn auf das leise, eintönige Klirren seiner Stricknadeln horchend. Dann sah sie, wie seine Hände plötzlich innehielten, den Strumpf fallen ließen, und er selbst, fast unmittelbar darauf, mit vornüber nickendem Kopf, in den totenähnlichen Schlaf des Alters versank. Ein unerklärliches Gemisch aus körperlicher Müdigkeit und inneren, immerwährendem Verzehrtsein von irgendwas, für das sie keinen Namen wusste, hielt sie in ihrem Sessel gebannt. Einmal beugte sie sich schon vor und wollte aufstehen, vielleicht wird es besser sein, wenn ich das Fenster öffne und kühle Regenluft hineinlasse. Der Gedanke, der alte Mann könne darüber aufwachen und wieder irgendein ödes Kreisengespräch mit ihr beginnen, lähmte ihren Entschluss. Sie sah sich in dem fast nur mehr von dem schwachen Schein der Kerze erhellten Zimmer um. Ein dunkelroter Teppich mit langweiligem Girlandenmuster bespannte den Boden. Jede Arabesken- Schlinge kannte sie auswendig, so oft hatte sie als kleines Mädchen darauf gespielt. Jetzt noch fühlte sie den mürben Staubgeruch im Hals, der davon ausging, und sie, wie viele, viele Male, zu nervösem Weinen gebracht und so manche Stunde ihre Kindheit vergiftet hatte. Und dieses ewige, jahrelange Xenal, gib sie acht, daß sie sich keine Fleckerl nicht ins Kleiderl macht. Das Morgenrot ihrer frühesten Jugend war grau darunter geworden, voll Hass zerbiss sie ihre Zigarette und warf sie weit von sich. Wie ein beständiges Hin- und Herflüchten, von einem Ort der Trostlosigkeit zum anderen, kam ihr die Zeit ihrer Kindheit vor, wenn sie jetzt daran zurückdachte, qualvoll erinnert durch den Anblick der langen Reihen stockfleckiger Bücher, in denen sie einst in der vergeblichen Hoffnung ein Bild darin zu finden, so oft geblättert hatte. Wie das verzweifelte Umherflattern eines jungen Singvogels war es gewesen, der verirrt in einem alten Gemäuer verschmachtend nach einem Tropfen Wasser sucht, eine Woche nach Hause in das trübselige Schloss ihrer Tante Zaratka, dann über einen qualvollen Sonntag hierher und wieder zurück. Sie blickte lange und nachdenklich zu ihrem alten Onkel hinüber, dessen welke, blutleere Augenlider so fest geschlossen waren, dass sie sich gar nicht vorstellen konnte, er würde sie je wieder aufschlagen. Jetzt wusste sie auch mit einem Mal, was sie an ihm so hasste, an ihm und an ihrer Tante, trotzdem die beiden ihr nie ein böses Wort gesagt hatten. Es war der Anblick ihrer schlafenden Gesichter gewesen. Auf ein winziges Erlebnis, scheinbar belanglos wie ein Sandkorn, in ihrer frühesten Kindheit ging es zurück. Sie hatte in einem Bettchen gelegen, kaum vier Jahre alt und war plötzlich erwacht, vielleicht im Fieber, vielleicht gewürgt von einem angstvollen Traume, hatte geschrien, aber niemand kam, hatte sich aufgerichtet und da saß ihre Tante mitten im Zimmer, schlafend, so tief und bewusstlos schlafend, dass kein Rufen sie erwecken konnte, die ringförmigen Schatten der Brillengläser um die Augen wie ein toter Geier und im Gesicht ein versteinerter Ausdruck unversöhnlichster Grausamkeit. Und von da an hatte sich in dem Kindergemüt ein unbestimmter Abscheu vor allem festgesetzt, was irgendwie dem Abbild des Todes glich. Anfangs war es lange eine unbestimmte Furcht vor schlafenden Gesichtern gewesen, dann später wuchs es aus in einen dumpfen instinktiven Hass, in einen Hass gegen alles Tote, Blutleere, so tief, wie es nur in einem Herzen Wurzeln fassen kann, in dem eine Lebensgier schlummernd niedergehalten seit Geschlechtern nur auf einen günstigen Augenblick lauert, um einer Lohe gleich hervorzubrechen und das ganze Dasein im Nu in Brand zu setzen. Greisentum hatte sie umgeben, solange sie sich erinnern konnte. Greisentum des Leibes, des Denkens, des Redens, des Handelns, Greisenhaftigkeit in allem, was Bilder von Greisen und Greisinnen an den Wänden, die ganze Stadt und die Straßen und die Häuser Greisenhaft, verwittert, gefurcht, sogar das Moos an den uralten Bäumen im Garten, ein grauer Greisenbart. Und dann war die Erziehung im Kloster von Sacré-Cœur gekommen, anfangs wie ein helles Licht, infolge des Ungewohnten, aber nur für kurze Tage, dann immer blasser und trüber werdend, weil zu weihevoll und ruhig, zu sehr wie ein müdes Abend droht, als dass sich nicht eine zum Raubtier geschaffene Seele heimlich zum Sprung gedungt hätte. Dort im Kloster fiel das Wort Liebe zum ersten Mal, Liebe zum Erlöser, den Polyxena stündlich vor Augen hatte, ans Kreuz genagelt, mit blutigen Malen, blutender Brustwunde und blutigen Tropfen unter der Dornenkrone, Liebe zum Gebet, in dem zur Sprache wurde, was gleichzeitig ihr vor Augen stand, Blut, Märtyrertum, Geißelung, Kreuzigung, Blut, Blut, dann die Liebe zu einem Gnadenbild, in dessen Herzen sieben Schwerter starken, blutrote Ampeln, Blut, Blut, und das Blut als das Sinnbild des Lebens wurde die Inbrunst ihrer Seele, fraß sich ein ins Innerste. Von all den jungen adeligen Mädchen, die im Kloster von Sacré-Cœur erzogen wurden, war sie bald die Inbrünstigste, aber auch die Brünstigste, ohne es zu wissen. Das Bisschen Französisch, das Bisschen Englisch, das Bisschen Musik und Geschichte und Rechnen und all das Andere, sie begriff es kaum, hatte es im nächsten Augenblick vergessen. Nur die Liebe blieb haften, aber die Liebe zum Blut. Lange ehe sie Ottokar kennengelernt, war sie aus dem Kloster nach Hause zurückgekehrt, und als die fast vergessene Kreisenhaftigkeit sie abermals umhüllte, wie etwas zu neuer Gegenwart wiedererwachtes, da schien ihr das, was sie so lange mit heißester Liebe umfangen, das Märtyrer-Schicksal des Erlösers, langsam in eine Vergangenheit zu versinken, die noch tausend Jahre früher lag, als all das Grabähnliche, das die Umgebung an sich trug. Nur das Blut in seiner Farbe des Lebens rieselte unablässig wie ein ewiger Quell hindurch von drüben her, aus der Zeit des Gekreuzigten bis zu ihr, ein dünner, sickernder roter Faden. Und alles, was sie lebendig sah und jung, das verband sie unbewusst mit dem Begriff Blut, in allem, was schön war, und sie anzog und mit Sehnsucht erfüllte, Blumen, spielende Tiere, quellender Frohsinn, Sonnenschein, junge Menschen, Duft und Wohlklang, alles tönte in dem Wort, das ihre Seele unablässig, unhörbar noch murmelte, wie aus dem unruhigen Schlaf, der dem Erwachen vorhergeht, in dem Wort Blut, Blut. Dann war eines Tages das Zimmer bei Elsenwanger aufgesperrt worden, zu einem Bankett, in dem das Bild ihrer Urahne hing, der Gräfin Polyxena Lambua, und als sie es erblickte, mitten unter all den anderen, von denen die meisten ebenfalls ihre leiblichen Vorfahren waren, beschlich sie das unheimliche Gefühl, als sei es gar kein Gemälde einer Verstorbenen, sondern der Widerschein eines Wesens, das irgendwo in Wirklichkeit existieren müsse, viel lebendiger als irgendetwas, was sie je gesehen. Sie hatte gesucht, sich die Empfindung auszureden, aber sie kam immer wieder. Es hängt hier umgeben von lauter toten Gesichtern, es wird wohl die Ähnlichkeit mit meinem eigenen Schicksal sein, die mich so unheimlich berührt. hatte sie sich gesagt, aber doch nie Recht daran zu glauben vermocht. Aber das allein war es nicht, die Sache verhielt sich anders, ging über ihr Begriffsvermögen hinaus. Das Bild, das dort an der Wand hing, war gewissermaßen sie selbst, so wie ein Samenkorn das Konterfei der Pflanze, die es dereinst werden soll, in sich trägt, verborgen den äußeren Sinnen und dennoch in allen organischen Einzelheiten klar umrissen, so hatte jenes Bild in ihr seit der Kindheit angehangen, war die vorbestimmte Matrize, in die ihre Seele hineinwachsen musste mit jeder Faser und Zelle, bis auch die kleinste Vertiefung der Form von ihr ausgefüllt würde. Die plötzlich erwachende, unterbewusste Erkenntnis, sich mit allen noch schlummernden und allen bereits offenbar gewordenen Eigenschaften selber erblickt zu haben, hatte das Gefühl hervorgerufen, das Gemälde ihrer Urahne sei lebendiger als irgendetwas, was sie je gesehen. Lebendiger als irgendetwas anderes in der Welt kann aber nur der Mensch sich selbst vorkommen. Sie kannte das Gesetz nicht, auf dem alles Magische beruht. Wenn zwei Größen einander gleich sind, so sind sie ein und dasselbe und nur einmal vorhanden, auch wenn Zeit und Raum ihr Dasein scheinbar trennen. Hätte sie es erkannt und erfasst, sie wäre fähig gewesen, ihr Schicksal bis ins Kleinste voraus zu wissen. Ähnlich wie das Bild auf Ottokar wirkte, so wirkte es auch auf sie, nur wurde sie davon nicht verfolgt wie er, denn sie verwuchs allmählich damit und wurde es selbst, und hätte sie als des Bildes lebendige Repräsentantin nicht auf Erden existiert, nie würde es Ottokar in Bann habe schlagen können. So aber war es mit der Zauberkraft ihres Blutes geladen und das Seine witterte das Vorhandensein eines wirklichen lebenden Wesens und fühlte sich magnetisch zu ihm hingezogen. Als Polyxena später Ottokar im Dom traf, keine Macht der Welt hätte verhindern können, was damals geschehen war. Das Schicksal brachte nach ehrenen Gesetzen zur Reife was längst gesät war. Was im Körper als Form versiegelt und beschlossen gelegen hatte sich in die Tat verwandelt war aus Samenkorn zur Frucht geworden. Nicht sonst. Was der Weise mit dem Tier gemeinsam hat niemals Reue zu empfinden über irgendwelche vollbrachte Tat das kam auch über sie als das Blut in ihr den Sieg davon getragen hatte. Die Unschuld des Weisen und die Unschuld des Tieres machen das Gewissen verstummen. Tags darauf war sie schon zur Beichte gegangen mit klarer Erinnerung an das was man sie im Kloster gelehrt hatte dass sie tot umfallen werde wenn sie eine Sünde verschweige und sie hatte tief im Innersten gewußt sie werde verschweigen und trotzdem lebend stehen bleiben und sie hatte Recht behalten und dennoch geirrt das was bis dahin ihr selbst geschienen war tot umgefallen aber ein anderes selbst das das dem Bilde ihrer Urahne entsprach nahm im selben Augenblick die Stelle des Ersten ein es ist nicht Zufall oder blinde Willkür dass der Mensch die Aufeinanderfolge seiner Geschlechter mit dem Namen Stammbaum bezeichnet es ist in Wahrheit der Stamm eines Baumes der nach langem Winterschlaf und nach so und so oft wechselnder Färbung seiner Blätter immer und immer wieder ein und dieselben Zweige treibt Die tote Polyxena im Bilderzimmer war lebendig geworden und die lebendige tot umgefallen sie lösten einander ab und jede blieb schuldlos die eine verschwieg in der Beichte was die andere hatte begehen müssen und jeder neue Tag lockte neue Knospen aus dem jungen Zweig des alten Baumes neue und doch uralte wie sie der Stammbaum von je hervorzubringen gewohnt war in Polyxena verschmolzen Liebe und Blut zu einem einzigen untrennbaren Begriff von einer süßen wollistigen Begierde gepeitscht die die Kreise und Kreisinnen ihrer Umgebung für überspannten Wissenstrieb hielten wandelte sie von da an auf dem Ratschin umher von einer historischen Stätte auf der Blut vergossen war zur anderen von einem Märtyrerbild zum anderen jeder graue verwitterte Stein an dem sie früher achtlos vorüber gegangen war erzählte ihr von Blutvergießen und Folterqual aus jedem Fußbreit Erde hauchte der rötliche Dampf Wenn wenn sie den Erzinnen Ring an der Kapellentür anfasste an den sich König Wenzel angeklammert gehalten bevor ihn sein Bruder erschlug durchrieselte sie die Todesangst die an dem Metall klebte aber verwandelt in glühheiße rasende Brunst Der ganze Khadgin mit seinen schweigsamen erstarrten Bauten war für sie ein redender Mund geworden der ihr mit hundert lebendigen Zungen immer neue Begebnisse des Schreckens und Entsetzens aus seiner Vergangenheit zuzuflüstern wusste Polyxena zählte mechanisch die Schläge der Turmglocke die den Anbruch der achten Stunde verkündeten und ging dann die Treppe hinab in die Gesindestube Ein alter Diener in gestreifter Jacke kam ihr entgegen küßte sie auf beide Wangen und führte sie zu ihrem Sitz zu oberst eines langen Eichentisches ohne Gedeck ihr gegenüber am untersten Ende saß der Kutscher des Fürsten Lobkowitz ein junger Russe mit finsterem Gesicht und tief liegenden schwarzen Augen der nebst anderen Bedienten aus adeligen Häusern zu Gast geladen war neben ihr als Tischnachbar ein Tartar aus der Kirgisen Steppe eine runde rote feßartige Kappe auf dem glattrasierten Schädel man sagte ihr er sei Bereiter des Prinzen Rouhan und ehemals Karawanenführer des Asienforschers Shoma de Coires gewesen Bojena in Straßentoilette einen alten Schmelzdeckel mit nickender Feder ein Weihnachtsgeschenk der Gräfin Saratka über den aufgesteckten Zöpfen trug die Speisen herein zuerst Rebhühner mit Kraut und so dann in Scheiben geschnittene Knödel aus schwarzem Mehl mit Powidl zu Deutsch Zwetschgenmoos Laß dir's schmecken Polyxena und iss und trink sagte die alte Köchin Elsenwangers und zwinkerte den jungen Spül und Stuben Mädchen ermutigend zu die sich so dicht wie möglich um sie herum gesetzt hatten wie um eine Glucke der es obliegt sie unter ihre Fittiche zu nehmen falls es der adeligen Falkin am Ende doch einfallen sollte aus ihrer Höhe raubgierig herab zu stoßen Anfangs lastete eine gewisse Befangenheit auf der Gesellschaft die aus etwa zwanzig Männern Frauen und Mädchen jeden Alters bestand denn viele von ihnen war die Sitte mit der Herrschaft zusammen an einem Tisch zu essen neu und sie fürchteten beim Gebrauch der Messer und Gabeln irgendwelche Unschicklichkeiten zu begehen aber Polyxena wußte sie rasch in eine ungezwungene Stimmung zu bringen indem sie bald den einen bald den anderen in Gespräche verwickelte an denen auch die übrigen teilnehmen konnten bloß Moller Osman der Tatar verzehrte schweigend mit den Fingern die er alle Augenblicke in einer Schüssel Wasser abspülte sein Mal und auch der finstere Russe ließ kein Wort hören und blickte sie nur von Zeit zu Zeit lange und durchdringend fast hasserfüllt an Erzählt doch mal begann sie als die Speisen abgetragen worden und die Chai und Weingläser gefüllt waren Was ist eigentlich damals geschehen ist ist es wirklich wahr dass oben ein Mond züchtiger Ja freilich euer Gnaden Kommt Tesse fiel Borgenna eifrig ein verschluckte sich infolge eines Rippenstoßes den ihr die Köchin versetzte und verbesserte rasch ihre Anrede Ja freilich Polyxena ich hab ich's mit eigenen Augen gesegen es war furchtbar gleich wie sich der Brock angefangt hat zum Bellen hab ich gewusst genau wie der gnädige Herr Baron gesagt hat jessis Maria und Josef no und dann hat es ihm die Hände gerissen und er ist sich rund um adum geflogen wie soll ich sagen wie ein feiriger Gockel so gliehende Augen hat er gehabt wenn ich meinen Schottek sie griff nach einem Amulett das sie am Halse trug nicht zum Klick bei mir gehabt hätte ich glaub ich wär heut eine Hecken geschmissen und er ist es sich runter geflogen Jako Jako Zraru wie aus dem Rohr Pan Lukota sie wand sich an den kreisen Kammerdiener ist es sich Zeuge Blödsinn murmelte der Alte und schüttelte unwillig den Kopf es war alles ganz anders natürlich jetzt auf einmal sagen sie wieder sie sind sich nicht zeigungsfähig Pan Lutoka ereiferte sich Bozena aber gefürcht haben sie sich doch was durch die Luft ist er geflogen fragte Polyxena ungläubig an no prosim bittchen ja wirklich freigeschwebt prosim und glühende Augen hat er gehabt prosim und dann höre ich soll er sich in Gegenwart meiner Tante und meines Onkels und der übrigen Herren sowie verwandelt haben an prosim ganz lang und din wie ab besenstiel ist es sich geworden beteuerte Bozena ich hab ich's durch Schlüsselloch verlegen hielt sie inne denn sie fühlte dass sie sich verschnappt hatte na ja freilich weiter hab ich nix gesegen ich war ja nicht dabei die gnädige Frau Gräfin hat mich doch zur bämmischen Liesel ein neuerlicher Rippenstoß seitens der Köchin schloss ihr vollends den Mund eine weile schwiegen alle betreten wie heißt der Mann eigentlich fragte der Russe halblaut seinen Nachbar der angeredete zuckte die Achseln zurückhat soweit ich weiß antwortete polyxena statt seiner ich denke er wird ein fahrender komödiant von der fitlowaka vom jahrmarkt sein ja so nannte man ihn du glaubst also er heißt anders der Russe zögerte ich ich weiß nicht aber ein komödiant ist er doch nicht wahr nein bestimmt nicht ließ sich der Tatar vernehmen du kennst ihn sie kennen ihn panemola riefen alle durcheinander der Tatar hob abwehrend die Hände ich habe ihn nur einmal gesprochen aber ich glaube ich irre mich nicht er ist das Werkzeug eines Evli das Gesinde starrte ihn ratlos an ich weiß hier in Böhmen kennt man das nicht aber bei uns im Osten ist es gar nicht so selten und von Polyxena aufgefordert die Sache näher zu erklären erzählte er in kurzen Sätzen jedes paar Worte vorher im Geiste aus seiner Muttersprache ins Deutsche übersetzend Ein Evli ist ein Fakir Zauberer ein Fakir Zauberer braucht einen Mund sonst kann er nicht reden darum wählt er sich den Mund eines Toten wenn er reden will Du glaubst also der Zrückatlo ist ein Toter fragte der Russe mit allen Anzeichen plötzlicher Aufregung Ich weiß nicht vielleicht ist er ein Halb fragend wand sich wie sagt man das ein Halb ein Scheintoter ja ein Scheintoter wenn der Evli durch den Mund eines Anderen reden will geht er zuerst aus sich selbst heraus und dann in den Anderen hinein das macht er so einen Augenblick dachte der Tatar nach wie er es am besten erklären solle dann legte er sich den Finger auf die Stelle oberhalb des Zwerchfels wo die Rippen mit dem Brustbein verbunden sind hier sitzt die Seele die zieht er hinauf er zeigte auf seine Gurgel und dann auf die Nasenwurzel erst hierher dann dorthin dann verlässt er seinen Körper mit dem Atem und geht in den Toten ein durch die Nase durch den Hals in die Brust wenn der Leib des Toten noch nicht zerstört ist steht der Tote auf und ist lebendig aber er ist dann der Evli und was geschieht unterdessen mit dem Evli selbst fragte Polyxena gespannt Der Körper des Evli ist wie tot solange sein Geist in dem anderen ist Ich habe oft Fakire und Schamanen gesehen sie sitzen immer wie tot das kommt weil ihr Geist in anderen ist man nennt das Aweysha aber ein Fakir kann auch Aweysha mit lebenden Menschen machen nur müssen sie schlafen oder müssen betäubt sein wenn er in sie eintritt manche besonders Abgeschiedene die zu ihren Lebzeiten einen sehr starken Willen gehabt haben oder noch eine Mission auf der Erde erfüllen sollen die können sogar in wache Lebendige eintreten ohne dass diese es merken aber meistens benutzen auch sie die Körper von Scheintoten oder Lebendigen wie zum Beispiel den Zrückatlu warum schaust du mich so an Sergei der Russe war bei den letzten Worten aufgesprungen hatte einen schnellen Blick mit einem der anderen Bedienten gewechselt und hing förmlich an den Lippen des Tataren nichts nichts Moller ich staune bloß bei mir daheim fuhr der Tatar fort kommt es oft vor dass ein Mann der bis dahin ganz ruhig gelebt hat plötzlich nicht mehr weiß wie er heißt und weg wandert dann sagen wir ein Evli oder ein Schamane hat von seinem Körper Besitz ergriffen die Schamanen sind Ungläubige aber sie können dasselbe wie die Evli Das Aweishatum hat mit dem Koran nichts zu tun wenn wir früh aufwachen und fühlen dass wir nicht ganz so sind wie vorher abends beim Schlafen gehen so fürchten wir dass ein abgeschiedener in uns steckt und atmen heftig ein paar mal aus um wieder frei zu werden warum glaubst du wollen denn die Toten in die Körper der Lebenden eindringen fragte Polyxena vielleicht um zu genießen vielleicht um etwas auf der Erde nachzuholen was sie zu tun versäumt haben oder wenn sie grausam sind um ein großes Blutbad anzurichten da wäre es ja möglich dass der Krieg gewiss bestätigte der Tatar alles was die Menschen gegen ihren Wunsch tun kommt aus dem Aweysha her ob so oder so wenn die Menschen eines Tages übereinander herfallen wie die Tiger meinst du sie täten es wenn nicht irgendwer Aweysha mit ihnen gemacht hätte sie tun es denke ich weil sie nun weil sie eben begeistert sind für für irgendetwas für eine Idee vielleicht nun das ist doch Aweysha also ist Begeisterung und Aweysha dasselbe nein zuerst kommt Aweysha daraus entsteht dann Begeisterung man merkt meist nicht wenn jemand Aweysha mit einem macht aber die Begeisterung die fühlt man und daher glaubt man dass sie in einem von selbst entstanden ist weißt du es gibt verschiedene Arten Aweysha manche Menschen können Aweysha mit anderen machen bloß indem sie eine Rede halten aber es ist doch immer Aweysha bloß mehr Natürliches mit jemandem der sich nur auf sich selbst verlässt kann kein Mensch auf der Welt Aweysha machen auch nicht ein Aweysha oder ein Schamane und du meinst weil ein Aweysha mit uns Aweysha gemacht hat ist der Krieg entstanden der Tatar schüttelte lächelnd den Kopf oder ein Schamane wiederum Kopf schütteln also wer sonst Moller Osman zuckte die Achseln Polyxina sah ihm an dass er nicht reden wollte seine ausweichende Antwort wer nur an sich selbst glaubt und nachdenkt ehe er handelt mit dem kann keiner Aweysha machen bestärkte sie darin du bist Mohammedaner nein nicht ganz du siehst ich trinke Wein der Tatar hob sein Glas und trank ihr zu Polyxina lehnte sich zurück und studierte schweigend seine ruhevollen Züge ein rundes glattes Gesicht frei von jeder Leidenschaft oder Erregung Aweysha was das für ein sonderbarer Aberglaube ist sie nippte an ihrem Chai was er wohl sagen würde wenn ich ihn fragte ob auch Bilder Aweysha machen können ach was er ist ja doch nur ein Stall knecht und sie ärgerte sich dass sie ihm so lange zugehört hatte ärgerte sich mehr und mehr je klarer ihr wurde dass sie sich noch nie mal mit irgendeinem ihrer Verwandten auch nur annähernd so interessant unterhalten hatte fühlte sich wie an ihrer Rasse beleidigt sie kniff die Augen halb zu damit er nicht merkte dass sie ihn ununterbrochen beobachtete wenn ich ihn in meiner Gewalt hätte ich ließe ihm den Kopf abschlagen wollte sie sich in eine Art Blutrausch hineinreden um ihren gekränkten Hochmut wieder aufzurichten aber es gelang ihr nicht das Gefühl der Grausamkeit allein konnte in ihr nicht aufsteigen wenn es nicht mit Liebe oder Wollust gepaart war und beides prallte von dem Tataren ab wie an einem unsichtbaren Schild sie blickte auf ein Teil der jüngeren Dienerschaft hatte sich während ihres Zwiegesprächs mit dem Asiaten im Hintergrund des langgestreckten Zimmers zusammengescharrt und unterhielt sich halblaut aber anscheinend im höchsten Grade erregt ein paar Worte flogen zu ihr herüber das Proletariat hat nichts zu verlieren als seine Ketten der Bediente den der Russe vorhin so vielsagend angeblickt hatte führte das Wort er war ein junger Mann mit stierem Blick offenbar ein Prager Tscheche tat äußerst belesen und warf mit sozialistischen Zitaten nur so um sich Besitz ist Diebstahl dann längeres Gemurmel in dem der Name Jan Zitzka immer wieder vorkam das ist doch alles hirnverbrannter Unsinn zischte ein anderer hinein nur mit Mühe den Flüsterton einhalten und drehte sich wie um seinem Ärger Luft zu machen auf dem Absatz einmal um seine Achse kurz und klein werden wir geschossen wenn wir nur Mucksen Maschinengewehre Maschinengewehre Es brachte keine Wirkung hervor was er sagte immer schien der Russe eine Erwiderung zu wissen das Schlagwort Jan Zitzka blieb beständiger Refrain Plötzlich fiel der Name Otto K. Wondrejk Polyxena hatte ihn deutlich gehört es war ihr durch Mark und Bein gefahren Sie beugte sich unwillkürlich vor um genau zu verstehen was man da verhandelte Der Russe bemerkte ihre Bewegung und machte den anderen rasch ein Zeichen worauf diese sofort das Gespräch abbrachen und sich so unauffällig wie möglich auf ihre Plätze begaben Warum tun sie das überlegte Polyxena Instinktiv fühlte sie dass es sie und ihre Kaste betraf was da gesprochen worden war wenn es bloß Unzufriedenheit mit den Löhnen oder etwas der gleichen gewesen wäre sie hätten sich nicht so aufgeregt benommen Dass der Name Ottokar genannt worden war beunruhigte sie am meisten wissen sie vielleicht etwas gewaltsam schüttelte sie den Gedanken ab feiges Dienstbotengesindel was kümmert es mich sollen sie sich denken was sie wollen ich werde tun und lassen was mir passt sie suchte in den Minen Burgenas zu lesen sie wusste genau dass Ottokar früher zu Burgena in Beziehungen gestanden hatte aber es war ihr stets gleichgültig gewesen sie war viel zu stolz und hochmütig um auf ein Küchenmädchen eifersüchtig zu sein nein Burgenas Gesicht war gleichmütig und freundlich also musste Ottokars Name in einem anderen Zusammenhang erwähnt worden sein ein mühsam verhaltener Hass in den Augen des russischen Kutschers sagte ihr dass es sich um Dinge gehandelt haben müsse die über Persönliches hinausgingen ein Gerede das sie vor einigen Tagen zufällig in einem Laden mit angehört hatte fiel ihr ein unten in Prag seien die üblichen albernen Unruhen im Gang der Pöbel plane wieder einmal irgendwelche Kundgebungen Fenster einschlagen oder ähnliche demokratische Verrücktheiten Erleichtert atmete sie auf was kümmerte es sie wenn es weiter nichts war ein Aufstand in Prag Lappalie Bisher war so etwas noch niemals über die Brücken herauf auf den Ratschien gekommen an den Adel traute sich die Bestie nicht heran kalt und spöttisch erwiderte sie den Blick des Russen und doch überlief es sie so deutlich spürte sie den drohenden Hass der von ihm ausging Aber es steigerte sich nicht bis zur Furcht in ihr wurde langsam ein Kitzel eine Art lüsternes Haarsträuben wie sie sich ausmalte es könne eines Tages doch ernst werden und zu Blutvergießen kommen Grundwasser Mitten in ihrer Gedankenreihe war plötzlich das Wort Grundwasser aufgeschossen Eine Stimme in ihr schien es gerufen zu haben Warum Grundwasser Welchen Zusammenhang hat es mit dem woran sie dachte Sie wusste nicht einmal genau was das war Grundwasser Irgendetwas das in der Erde schläft bis es dann plötzlich steigt und steigt die Keller füllt Mauern unterwäscht alte Häuser über Nacht einstürzen macht oder etwas ähnliches und aus dieser unbewussten Vorstellung wuchs ein Bild hervor Blut war es das da emporstieg aus der Tiefe ein Meer von Blut das aus dem Boden drang aus den Gittern der Kanäle quoll die Straßen erfüllte bis es in Strömen sich in die Moldau ergoss Blut das wahre Grundwasser Prags eine Art Betäubung überkam sie ein roter Nebel legte sich ihr vor die Augen sie sah dass er von ihr langsam weg auf den Russen zuschwebte dessen Gesicht wie unterdrosselnder Angst fahl wurde sie fühlte dass sie irgendwie den Sieg über den Mann davongetragen hatte ihr Blut war stärker gewesen als das seinige es ist etwas dran an diesem an diesem abeisha sie blickte auf die Hände des Russen tatzen eines Ungeheuers breit furchtbar zum würgen geschaffen jetzt lagen sie hilflos und wie gelähmt auf dem Tisch die Stunde ist noch lange nicht da wo ihr Proletarier eure Ketten zerbrechen könnt höhnte sie innerlich sie wußte mit einem mal daß auch sie arveisha machen konnte wenn sie wollte es vielleicht immer schon gekonnt hatte sie und ihr stamm seit jahrhunderten kapitel fünf gelesen von hokus pokus teil neun von walpurgis nacht diese librivox aufnahme ist in der public domain walpurgis nacht von gustav meyring kapitel sechs jan zitzka von trocknoff teil eins beim letzten schlag zwölf uhr hatte sich das gesinde ehrerbietig erhoben die stunde der gemeinschaft war vorüber polyxena stand im bilderzimmer unschlüssig ob sie sich von burgenna beim entkleiden helfen lassen sollte dann schickte sie hinaus gieß die hand euer gnaden komtes das mädchen haschte nach ihrem ärmel und drückte einen kuss darauf gute nacht borgenna geh sie nur polyxena setzte sich auf den rand des bettes und blickte in die kerzen flamme jetzt schlafen gehen der gedanke war ihr unerträglich sie trat an das bogenfenster das hinaus auf den garten ging und zog die schweren Vorhänge auseinander der mond hing als schmale leuchtende sichel über den bäumen ein vergeblicher kampf gegen die finsternis der kies bestreute weg zum gittertor war matt erhellt von dem lichtschein der aus dem erdgeschoss fiel unförmige schatten glitten darüber hinweg sammelten sich fuhren auseinander dehnten sich verschwanden kehrten zurück wurden lang und dünn reckten die hälse über die dunklen rasenflecke hin um eine weile wie schwarze dunstschleier zwischen den sträuchern aufrecht zu stehen schrumpften wieder ein und steckten die köpfe zusammen als hätten sie irgendetwas geheimnisvolles erkundet daß daß sie sich in lautloser sprache ins ohr raunen müßten das silhouettenspiel der gestalten unten in der gesindestube dicht hinter der dunklen massigen parkmauer als sei dort die welt zu ende stieg der himmel aus nebliger tiefe sternenlos ein einfach nach oben gähnender unermesslicher abgrund polyxena suchte aus den bewegungen der schatten zu erraten was die da unten hinter den fensterscheiben wohl miteinander sprechen mochten ein vergebliches bemühen ob ottoka schon schlief ein weiches sehnsüchtiges empfinden kam über sie nur einen augenblick dann war es wieder vorbei ihr träumen war anders als das seine wilder heißer sie konnte nicht lange verweilen bei friedvollen vorstellungen sie war sich nicht einmal klar ob sie ihn wirklich liebte was sein würde wenn sie von ihm getrennt wäre zu weilen hatte sie darüber nachgedacht aber nie eine Antwort bekommen es war so vergeblich gewesen wie vorhin das erraten wollen was die Schatten miteinander sprechen ihr eigenes inneres war ihr eine unergründliche lehre undurchdringlich und verschlossen wie die finsternis vor ihr nicht einmal schmerz konnte sie empfinden wenn sie sich auszudenken versuchte Otto K. sei möglicherweise im selben Augenblick gestorben sie wusste dass er herzkrank war und dass sein Leben an einem dünnen Faden hing er hatte es ihr selbst gesagt aber seine Worte waren an ihr vorbeigegangen als hätte er sie an ein Bild hin sie drehte sich um ja an dieses Bild an das Bild dort an der Wand hingesprochen sie wich den Augen des Bildes ihrer Arne aus nahm die Kerze ging von einem Gemälde zum anderen und leuchtete es an eine tote Reihe starrer Gesichter Keines sprach zu ihr und wenn sie jetzt lebendig vor mir stünden sie wären mir fremd ich habe nichts mit ihnen gemeinsam sie sind in ihren Gräbern zu Asche geworden ihr Blick streifte das weiße aufgeschlagene Bett sich da hineinlegen und schlafen es schien ihr unfassbar ich glaube ich würde nie mehr aufwachen das schlafende Gesicht ihres Onkels mit den blut leeren geschlossenen Augenlidern fiel ihr ein der schlaf ist etwas furchtbares vielleicht noch schrecklicher als der tod sie schauderte so deutlich dass traumloser schlaf in einen ewigen tod des bewusstseins übergehen könne hatte sie es noch nie empfunden wie jetzt beim Anblick des weißen Grablinnens ein panischer Schrecken erfasste sie plötzlich um Gottes Willen nur fort nur fort aus diesem Zimmer voller Leichen der Page dort an der Wand so jung und schon verwest kein Blut mehr in den Adern die Haare neben sich im Sarg ausgefallen aus dem grinsenden Totenschädel verweste Greise 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 weg 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 mit diesen greisen erleichtert atmete sie auf als unten eine Tür ging und gleich darauf Schritte über den Kies knirschten sie hörte wie die Dienerschaft leise murmelnd voneinander Abschied nahm blies rasch die Kerze aus um von unten nicht gesehen zu werden und öffnete leise das Fenster horchte hinab der russische Kutscher blieb an dem Gartentor stehen suchte umständlich nach Streichhölzern in seinen Taschen bis die übrigen Gäste verschwunden waren und zündete sich eine Zigarre an er schien noch auf jemanden zu warten Polyxena erkannte es an der unheimlichen Art mit der er in den Schatten zurück trat wenn sich ein Geräusch im Hause vernehmen ließ und dann wieder durch die Stäbe spähte wenn es verstummt war endlich gesellte sich der junge tschechische Lakai mit dem stieren Blick zu ihm auch er wollte offenbar die Gesellschaft der übrigen meiden denn er blieb noch eine Weile bei dem Russen stehen nachdem er sich vorher vergewissert hatte dass niemand ihm nachkam Polyxena lauschte angestrengt was die beiden miteinander flüsterten aber sie konnte kein Wort verstehen trotz der toten Stille die ringsum herrschte dann wurde unten im gesindezimmer das licht abgedreht und der kiesweg verschwand mit einem ruck vor ihren augen wie von der dunkelheit eingeschluckt daliborka hörte sie plötzlich den russen sagen da wieder diesmal konnte kein zweifel obwalten daliborka sie hatte es genau verstanden also handelte es sich doch um ottokar sie erriet dass die beiden vorhatten jetzt noch trotz der späten stunde zur daliborka zu gehen und irgendetwas planten was die anderen nicht wissen sollten der turm war längst geschlossen was konnten sie dort wollen bei ottokars pflegeeltern einbrechen lächerlich bei so armen leuten oder ihm etwas antun aus Rache vielleicht sie verwarf den gedanken als mindestens ebenso absurd ottokar der nie mit leuten ihres schlages verkehrte kaum mit ihnen sprach wodurch hätte er sich ihren Hass zuziehen können nein es muss sich um tiefer liegende dinge drehen sie ahnte es so deutlich dass sie es mit gewissheit empfand das gittertor fiel leise ins schloss und sie hörte dass die schritte der beiden sich langsam einen augenblick schwankte sie was sie tun sollte hierbleiben und und schlafen gehen nein 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 also den beiden nach es galt so rasch wie möglich zu handeln jede minute konnte der portier das tor abschließen und dann war ein entkommen aus dem hause unmöglich sie tappte im finstern nach ihrem schwarzen spitzentuch getraute sich nicht die kerze anzuzünden nur diese furchtbaren kreisenhaften leichengesichter an den wänden nicht noch einmal sehen nein lieber sich allen möglichen gefahren in den einsamen nächtlichen straßen aussetzen es waren nicht neugierde die sie hinaustrieb eher noch furcht allein bis zum morgen in dem bilderzimmer bleiben zu müssen dessen luft ihr plötzlich dumpfig und erstickend vorkam wie erfüllt von gespensteratem sie war sich nicht völlig klar warum sie den entschluss fasste sie fühlte nur sie musste es tun aus irgendwelchen gründen vor dem gittertor überlegte welche richtung zur daliborka sie einschlagen müsse um nicht mit den beiden männern zusammenzustoßen es blieb ihr keine wahl als der lange umweg durch die spornergasse und über den waldsteinplatz vorsichtig drückte sie sich an den häusermauern entlang und huschte dann so schnell sie konnte von ecke zu ecke vor dem fürstenbergschen palais standen mehrere menschen schwätzend beisammen sie fürchtete an ihnen vorbeizugehen und erkannt zu werden denn sie nahm an es könnten etliche aus der gesindegesellschaft darunter sein es dauerte eine ewigkeit bis die gesellschaft sich endlich trennte dann lief sie die gewundene alte schloßstiege hinauf zwischen ragenden schwarzen steinmauern hinter denen die äste der bäume blüten beladen in der dunkelheit weißlich schimmernd die mondstrahlen aufhingen und die luft mit betäubendem geruch erfüllten bei jeder krümmung des wegs minderte sie ihre eile und trachtete zuerst die finsternis zu durchspähen ehe sie ihren gang fortsetzte um nicht unversehens irgendjemand in die hände zu laufen sie hatte bereits den größten teil der strecke zurückgelegt da schien es ihr plötzlich als röche sie tabakrauch der russe war ihr erster gedanke sie blieb sofort unbeweglich stehen um sich nicht durch das rascheln ihrer kleider zu verraten die finsternis ringsum schien undurchdringlich nicht die hand vor augen war zu sehen der obere rand der mauer zu ihrer rechten der den schwachen glanz der tief im himmel hängenden mond sichel zurück warf glomm mit laubschatten durchfleckt wie matter phosphorschein und machte es ihr durch sein irreleitendes dunstiges leuchten unmöglich auch nur die nächste Stufe zu unterscheiden sie horchte mit angespannten sinnen in die dunkelheit hinein aber kein laut war zu hören nicht ein blatt regte sich manchmal kam es ihr vor als vernehme sie ein leises verhaltenes hauchen ganz dicht in ihrer nähe so als dränge es unmittelbar aus der mauer zu ihrer linken sie bohrte ihren blick in die finsternis und bog sorgsam jegliches geräusch vermeidend lauschend den kopf vor da war es verschwunden kam auch nicht wieder vermutlich war es mein eigener atem oder hat sich ein vogel im schlaf bewegt und tasten streckte sie den fuß aus um die kommende Stufe nicht zu verfehlen da flammte eine brennende Zigarette dicht neben ihr grell auf und beleuchtete eine Sekunde lang ein Gesicht so schrecklich nah dem ihren dass sie es im nächsten Augenblick berührt hätte wäre sie nicht in ihrem Entsetzen noch rechtzeitig zurückgefahren das Herz stand ihr still sie glaubte einen Moment der Boden unter ihren Füßen bräche ein dann raste sie besinnungslos in die Nacht hinein und hielt erst inne als ihr die Knie versagten und sie auf dem obersten Absatz der Schlossstiege angekommen im Sternenlicht des freien Himmels Umrisse von Bauten und die neblig trübschimmernde Stadt zu ihren Füßen erkennen konnte erschöpft halb ohnmächtig lehnte sie sich an die steinernen Pfeiler des Torbogens unter dem ein Steinpfad den oberen Hang des Hirschgrabens entlang hin zur Dalliborka führte Erst jetzt wurde ihrem inneren Blick das Gesicht und die Gestalt die sie gesehen hatte lebendig in allen Einzelheiten Ein Mann mit schwarzen Brillengläsern Ein Buckliger musste es gewesen sein so glaubte sie wenigstens ihn wieder vor sich zu sehen mit langem dunklem Gehrock rotem Backenbart ohne Hut mit struppigem perückenhaftem Haar und sonderbar aufgeblähten Nüstern Wie sie wieder leichter Atem schöpfen konnte beruhigte sie sich allmählich Ein harmloser Krüppel der zufällig dort gestanden hat und vielleicht ebenso erschrocken ist wie ich was ist weiter dabei Sie schaute die Schlossstege hinab Gott sei Dank er geht mir nicht nach Trotzdem klopfte ihr das Herz infolge des überstandenen Schreckens noch lange und heftig und sie blieb wohl eine halbe Stunde auf der marmornen Balustrade der Treppe sitzen um sich zu erholen bis sie anfingen in der kalten Nachtluft zu frösteln und Stimmen von Leuten die die Stufen heraufstiegen ihr vollends zu Bewusstsein brachten zu und und sie raff schüttelte den rest von zaghaftigkeit ab und biss die Zähne zusammen um ihres Zitterns vollends Herr zu werden zu und schüttelten ist in der Public Domain und ehrenen Fäusten Ottokar der neben dem russischen Kutscher saß sah mit seiner schmächtigen Gestalt gegen sie aus wie ein Kind Wie sie bemerkte waren sie ihm sämtlich fremd denn er kannte nicht einmal ihre Namen Abseits von der Gruppe auf einem Steinblock kauerte den Kopf tief auf die Brust gesenkt wie schlafend der Schauspieler Zrückatlo Der Russe musste offenbar bevor sie gekommen war eine Rede gehalten haben denn allerhand Fragen die darauf hinwiesen wurden an ihn gestellt Auch ein Heft aus dem er wahrscheinlich einzelne Stellen vorgelesen hatte wanderte von Hand zu Hand Peter Alexejewitsch Kropotkin buchstabierte der links neben ihm sitzende tschechische Lakai das Titelblatt des Heftes bevor er es ihm zurückgab Ist das ein russischer General No und werden mir sich dann mit die russischen Truppen gegen die Juden verbünden bis es soweit ist Pane Sergei Der Russe fuhr hoch Mit Soldaten verbünden Wir Wir wollen doch selbst die Herren sein Weg mit den Truppen Haben jemals Soldaten etwas anderes getan als auf uns zu schießen »Ich protestiere, ich...« »Schweig! Du hast's versprochen, Wondreig, du hast's geschworen!« schrie der Russe und wollte ihn am Arm packen. »Nichts hab ich versprochen, Pane Sergei.« Ottokar stieß erregt die Faust zurück, die nach ihm griff. »Ich hab geschworen, nichts zu verraten, was ich hier sehen werde, und wenn man mir die Zunge aus dem Halse risse. Und das werde ich halten. Ich hab euch die Daliborka aufgesperrt, damit wir hier zusammenkommen können und beraten, was geschehen soll. Du hast mich angelogen, Sergei. Du hast gesagt, wir wollten...« Er kam nicht weiter. Der russische Kutscher hatte sein Handgelenk erwischt und riss ihn nieder. Ein kurzes Ringen entstand, wurde aber sofort unterbrochen. Ein riesiger Arbeiter mit breitem Tigergesicht stand drohend auf und funkelte den Russen an. »Loslassen, Pane Sergei. Hier kann sich jeder reden, wie er will. Verstehen Sie mich? Ich bin der Gerber Stanislav Havlik. Gut, es wird sich Blut fließen. Und muss sich Blut fließen. Es gähnt sich nicht mehr anders. Aber es gibt Menschen, die was nicht Blut sägen können. Und er ist es sich bloß ein Musikant.« Der Russe wurde blass bis in die Lippen, kaute wütend an seinen Fingernägeln und musterte unter den gesenkten Augenlidern hinweg die Gesichter der anderen, um zu erfahren, wie sie sich zu der Sache stellen würden. Zwietracht passte ihm jetzt am allerwenigsten. Es galt, unter allen Umständen die Zügel in der Hand zu behalten. Worauf es ihm einzig und allein ankam, war, sich selbst an die Spitze einer Bewegung zu setzen, gleichgültig, welchen Namen sie tragen würde. An die Möglichkeit, nihilistische Theorien durchzuführen, hatte er nie im Leben geglaubt, war auch viel zu klug dazu. Derlei Hirngespinste überließ er Träumern und Narren. Aber mit nihilistischen Schlagworten eine törichte Menge aufzupeitschen, um dann aus dem Wirrwarr der Folgen irgendeine Machtstellung für sich herauszufinden, einmal im Wagen zu sitzen, statt immer nur auf dem Bock, das erkannte er mit richtigem Kutscherblick, das war das wahre Rezept aller Anarchistenlehre. Der verborgene Wahlspruch der Nihilisten, »Geh du weg und lass mich hin«, war längst auch der seinige geworden. Er zwang sich zu einem Grinsen und lenkte ein. »Sie haben recht, Panehavlik, wir werden schon allein ganze Arbeit machen. Was wir alle wollen, ist doch dasselbe!« Er zog sein Heft wieder aus der Tasche und las vor. Hier steht, »Die kommende Revolution wird den Charakter der Allgemeinheit annehmen, ein Umstand, der sie vor allen vorhergehenden Umwälzungen auszeichnen wird. Es wird nicht mehr ein Land sein, das vom Sturm ergriffen wird. Die gesamten Länder Europas werden hineingezogen werden. Wie im Jahre 1848, so wird auch heute der Anstoß, der von einem Land ausgeht, notwendigerweise alle übrigen Länder in Bewegung setzen und den revolutionären Brand in ganz Europa entfachen. Und dann steht hier«, er blätterte um, »Sie haben uns die Arbeitsfreiheit versprochen, diese herrschenden Klassen, aber sie haben uns in Fabriksklaven verwandelt.« »Sie sind doch gar nicht Fabrikarbeiter, Pane Sergej«, ließ sich eine spöttische Stimme aus dem Hintergrund vernehmen. »Sie haben uns in Untergebene der Herren verwandelt. Sie haben es übernommen, die Industrie zu organisieren, um uns ein menschenwürdiges Dasein zu sichern, aber endlose Krisen und tiefes Elend sind das Resultat. Den Frieden haben sie uns versprochen, und zum Krieg ohne Ende haben sie uns geführt. Alle ihre Versprechen haben sie gebrochen.« »Stimmt, stimmt aufs Haar, was, was sagt man?«, rief der tschechische Lakai wichtig-tuerisch dazwischen, und blickte den Beifall heischend, der zu seinem Erstaunen ausblieb, mit stieren Augen umher. »Hört jetzt, was seine Durchlaucht, Fürst Peter Kropotkin, mein Vater hat seinerzeit die Ehre gehabt, bei ihm Leibkutscher zu sein, weiterschreibt. Der Staat ist der Beschützer der Ausbeutung und der Spekulation. Er ist der Beschützer des durch Raub und Betrug entstandenen Privateigentums. Der Proletarier, dessen einziges Gut die Kraft und Geschicklichkeit seiner Hände ist. Er hob wie zum Beweis seine muskulösen Pranken in die Höhe. Er hat nichts vom Staate zu erwarten. Für ihn ist er nichts weiter als eine Körperschaft, die bemüht ist, um jeden Preis seine Befreiung zu verhindern. Und weiter. Schreiten die herrschenden Klassen vielleicht vorwärts im praktischen Leben? Weit entfernt davon. In wahnsinniger Verblendung schwenken sie die Fetzen ihrer Fahnen, verteidigen sie den egoistischen Individualismus, den Wettkampf Mann gegen Mann, Nation gegen Nation. »Auf gegen die Juden!«, hetzte die Stimme im Hintergrund. Die Allmacht des zentralistischen Staates. Sie schreiten vom Protektionismus zum freien Austausch und vom freien Austausch zum Protektionismus. Sie gehen von der Reaktion zum Liberalismus und vom Liberalismus zur Reaktion, vom Muckertum zum Atheismus und vom Atheismus zum Muckertum. »Muck, Muck«, spöttelte es wieder in dem Hintergrund, und einige lachten. Immer furchtsam den Blick nach der Vergangenheit gerichtet, tritt ihre Unfähigkeit, nur das geringste dauerhafte Werk zu schaffen, mehr und mehr zu Tage. Und hört weiter. Wer dem Staat das Wort redet, muss auch den Krieg gutheißen. Der Staat ist und muss bestrebt sein, seine Macht fortwährend zu vergrößern. Er muss bestrebt sein, die benachbarten Staaten an Stärke zu übertreffen, wenn er nicht ein Spielzeug in ihren Händen sein will. Deshalb ist der Krieg für die Staaten Europas stets unentbehrlich. Aber noch ein oder zwei Kriege werden der baufälligen Staatsmaschine den Gnadenstoß versetzen. »Alles recht schön und gut«, unterbrach ein alter Handwerker ungeduldig. »Aber was soll jetzt geschehen?« »Du hörst doch, die Juden totschlagen und den Adel, überhaupt alles, was sich patzig macht«, belehrte ihn der tschechische Lakaai. »Wir müssen Ihnen zeigen, wer die wirklichen Herren im Lande sind.« Der Russe schüttelte verbissen und ratlos den Kopf. Dann wandte er sich, wie hilfesuchend, an den Schauspieler Zrückatloh, der aber immer noch, ohne an dem Streit teilzunehmen, auf seinem Stein sitzend vor sich hin dämmerte. Noch einmal raffte er sich zu einer Rede auf. »Was jetzt geschehen soll?« »Fragt ihr mich?« »Ich möchte euch fragen, was muss geschehen?« »Die Truppen sind im Feld. Es gibt nur noch Weiber und Kinder zu Haus und uns. Worauf warten wir?« »Es gibt aber noch Eisenbahnen und Telegrafen«, wendete der Gerber haflig gelassen ein, »wenn wir morgen losschlagen, sind sich Ibermorgen die Maschinengewehre in Prag. Und dann? Nos servus! »Nun, dann werden wir zu sterben wissen«, schrie der Russe, »wenn's so weit kommt, was ich nicht glaube.« Er schlug mit der flachen Hand auf sein Heft. »Wer sagt, wenn es das Heil der Menschheit gibt, die Freiheiten geben sich nicht von selbst, man muss sie sich nehmen?« »Panove, meine Herren, Ruhe und kaltes Blut, ich bitteschön«, mit einer weit ausholenden pathetischen Geste ergriff der tschechische Lakaid das Wort. »Panove, ein alter diplomatischer Satz isse sich der folgende, zuerst Geld, dann noch einmal Geld und dann erst recht Geld. Ich frage, hat der Pane Kropotkin?« Er machte mit den Fingern die Bewegung des Münzenzählens. »Hat der Kropotkin Peninze? Hat er Geld?« »Er ist tot«, murmelte der Russe. »Tot?« »No, ja, dann«, der Lakai machte ein langes Gesicht, »dann isse sich doch alles Reden umsonst.« »Geld werden wir haben wie Mist«, rief der Russe, »ist denn nicht die silberne Statue des heiligen Nepomuk im Dom dreitausend Pfund schwer? Liegen nicht im Kapuzinerkloster Millionen Perlen und Diamanten? Ist vielleicht nicht im Palais der Zaratka die uralte Herrscherkrone und ein Schatz vergraben?« »Damit kann man kein Brot nicht kaufen«, ertönte die Stimme des Gerbers Havlik. »Wie das zu Geld machen?« »Lächerlich«, verlockte der Lakai, der sofort wieder Mut gefasst hatte, »wozu ist sich denn das städtische Versatzamt da? Übrigens, wer zagt, wenn's das Heil der Menschheit gilt?« Ein Stimmengewirr für und wieder brach los, jeder wollte seine Meinung einbringen, nur die Arbeiter blieben ruhig. Als der Lärm sich gelegt hatte, stand einer von ihnen auf und sagte ernst, »was hier geschwätzt wird, geht uns nichts an. Das sind Menschenreden. Wir wollen hören, was Gott zu uns spricht.« Er deutete auf Zrückatloh, »aus seinem Munde soll Gott zu uns sprechen. Unsere Vorväter waren Hussiten und haben nicht gefragt, warum, wenn's geheißen hat, in den Tod stürmen. Wir werden's auch können. Wir wissen nur das eine. So geht's nicht weiter. Sprengstoff ist da, genug, um den ganzen Ratschinen in die Luft fliegen zu lassen. Wir haben's beiseite geschafft, Pfund für Pfund und versteckt. Soll er reden, was geschehen soll. Totenstille trat ein. Und alles blickte gespannt auf Zrückatloh. In höchster Aufregung beugte sich Polyxena über das Loch in der Decke. Sie sah, dass der Schauspieler taumelnd aufstand. Aber er brachte kein Wort hervor, zog nur abwärts streichend an seiner Oberlippe. Dann merkte sie, dass der Russe die Hände verkrampfte, als strenge er sich aus voller Macht an, den Mondsüchtigen durch seinen Willen zu beeinflussen. Das Wort Avesha fiel ihr ein. Und sofort erriet sie, was der Russe, vielleicht unklar für ihn selbst, bezweckte. Er wollte den Schauspieler als Werkzeug verwenden. Und es schien ihm auch glücken zu wollen. Zrückatloh bewegte bereits die Lippen. Nein, das darf nicht geschehen. Sie hatte nicht die leiseste Vorstellung, was sie tun müsste, um den Somnambulen nach ihrem Willen zu lenken. Sie wiederholte nur immer und immer wieder den Satz, das darf nicht geschehen. Die nihilistischen Theorien des Russen hatten ihr Verständnis nur gestreift. Bloß das eine war haften geblieben. Der Pöbel wollte die Herrschaft über den Adel an sich reißen. Das Blut ihrer Rasse bäumte sich gegen einen solchen Gedanken. Mit richtigem Instinkt begriff sie, was das treibende Gift in diesen Lehren war. Die Gier des Knechtes, sich zum Herrn aufzuschwingen, ein Pogrom in anderer Form. Dass der Schöpfer dieser Ideen, Kropotkin oder Tolstoi, den sie mit dazu zählte, und Michael Bakunin unschuldig darin waren, wusste sie nicht. Aber sie hatte ihren Namen von je aus tiefster Seele gehasst. »Nein, nein, nein, ich, ich will nicht, dass es geschieht!«, knirschte sie in sich hinein. Zurückhaltlos schwankte hin und her, als stritten zwei gegensätzliche Kräfte, die sich die Waage hielten, miteinander um die Oberherrschaft, bis eine dritte, unsichtbare Macht den Wettkampf für sich entschied. Aber als er endlich die ersten Worte hervorstieß, klangen sie unsicher. Voll Triumph fühlte Polyxena, dass sie abermals, wenn auch noch nicht vollends, den Sieg über den russischen Kutscher davongetragen hatte. Was auch immer der Somnambule jetzt sprechen würde, sie wusste, es konnte unmöglich im Sinne ihres Gegners sein. Der Schauspieler stieg, mit einem Mal ruhig und sicher geworden, auf seinen Stein wie auf eine Rednertribüne. Allgemeine Stille trat ein. »Brüder, ihr wollt, dass Gott zu euch spricht? Jegliches Menschenmund wird zu Gottesmund, wenn ihr glaubt, dass es Gottesmund ist. Der Glaube macht es allein, dass sich das Menschenmund in Gottesmund verwandelt. Jedes Ding wird Gott, sobald ihr glaubt, dass es Gott ist. Und wenn irgendwo Gottesmund zu euch spräche, und ihr glaubtet, dass es Menschenmund sei, so ist auch schon Gottesmund zum Menschenmund erniedrigt. Warum glaubt ihr nicht, dass euer eigener Mund Gottesmund sein kann? Warum sagt ihr nicht zu euch selbst, ich bin Gott, ich bin Gott, ich bin Gott? Wenn ihr es sagtet und glaubtet, so hätte euch der Glaube geholfen in derselbigen Stunde. So aber wollt ihr, dass Gottesstimme dort spricht, wo kein Mund ist, dass seine Hand eingreift, wo kein Arm ist. In jedem Arm, der euren Willen hemmt, seht ihr Menschenarm, in jedem Mund, der euch widerspricht, Menschenmund. In eurem eigenen Arm seht ihr nur Menschenarm, in eurem eigenen Mund nur Menschenmund. Nicht Gottesarm und nicht Gottesmund. Wie soll Gott sich euch denn offenbaren, wenn ihr nicht an ihn glaubt und dass er überall ist? Viele sind unter euch, die da glauben, Gott verhänge das Schicksal, und zur gleichen Zeit glauben sie, sie könnten Herr über ihr Schicksal werden. Also glaubt ihr, ihr könntet Herr über Gott werden und dennoch Menschen bleiben? Ja, ihr könntet Herr über das Schicksal werden, aber nur, wenn ihr wisst, dass ihr Gott seid, denn nur Gott kann Herr über das Schicksal sein. Wenn ihr glaubt, dass ihr nur Menschen seid und von Gott getrennt und von Gott geschieden und ein anderes als Gott, so bleibet ihr unverwandelt, und das Schicksal steht über euch. Ihr fragt, warum hat Gott den Krieg entstehen lassen? Fragt euch selbst, warum habt ihr ihn entstehen lassen? Seid ihr denn nicht Gott? Ihr fragt, warum enthüllt uns Gott nicht die Zukunft? Fragt euch selbst, warum glaubt ihr nicht, dass ihr Gott seid? Dann wüsstet ihr um die Zukunft, denn ihr erschafft sie euch selbst, jeder den Teil, der ihm obliegt, und aus dem Teil, den er selbst schüfe, könnte jeder das Ganze erkennen und vorher wissen. So aber bleibt ihr Sklaven des Schicksals, und das Schicksal rollt wie ein fallender Stein, und der Stein seid ihr, ein Stein aus Sandkörnern gefügt und gekittet, und ihr rollet mit ihm und fallet mit ihm. Und wie er rollt und wie er fällt, so ändert er seine Form in immer neue und neue Formen, gemäß den unwandelbaren Gesetzen der ewigen Natur. Auf die Sandkörner, die seinen Leib bilden, hat der Stein nicht Acht. Wie könnte er denn? Alles, was aus Erde besteht, kümmert sich nur um den eigenen Leib. Bisher war der große Menschheitsstein ein lockerer Stein, aus Sandkörner verschiedener Farbe wirr durcheinander gemengt. Jetzt erst nimmt er die Form an, die jedes einzelne Sandkorn im Kleinen hat. Er wird die Form eines einzigen, riesigen Menschen. Jetzt erst geschieht die Erschaffung des Menschen aus Hauch und Lehm. Und die, die Kopf sind, nüchterner, denkender, die werden zusammen sein Kopf sein. Und die, die Gefühl sind, weiches, ertastendes, schauliches, beschauliches, die werden sein Gefühl sein. So werden die Völker beisammen stehen, nach Art und Artung eines jeglichen, und nicht nach Wohnsitz, Abstammung oder Sprache. Hättet ihr von Anbeginn daran geglaubt, dass ihr Gott seid, so wär's im Anbeginn so geworden. So aber habt ihr warten müssen, bis das Schicksal Hammer und Meißel, Krieg und Elend zur Hand nahm, um den widerspenstigen Stein zu behauen. Ihr hofft, dass aus dem Mund dessen, den ihr zurückhaltet, den Spiegel nennt, Gott zu euch sprechen wird? Hättet ihr den Glauben gehabt, dass er Gott ist, und nicht nur sein Spiegel, so hätte euch Gott die volle Wahrheit gesagt über das, was da kommen wird. So aber kann nur ein Spiegel zu euch reden und euch einen winzigen Teil der Wahrheit enthüllen. Ihr werdet es hören, und dennoch nicht wissen, was ihr tun sollt. Wisst ihr doch nicht einmal jetzt, dass ihr den wertvollsten Teil des Geheimnisses, den ein Mensch ertragen darf, solange er noch sterblich ist, in wenigen Worten bereits empfangen habt? Ein Linsengericht werdet ihr bekommen, so ihr nicht nach mehr begehret. »Wie geht der Krieg aus? Wer gewinnt?«, platzte der tschechische Lakai mitten in die prophetische Rede hinein. »Die Deutschen?« »Pane Zrückatloh.« »Was ist das Ende?« »Das... das Ende?« Der Schauspieler kehrte ihm langsam und verständnislos das Gesicht zu. Seine Züge wurden schlaff, und in den Augen erlosch das Leben. »Das Ende?« »Der Brand von London und der Aufstand in Indien, das ist der Anfang vom Ende.« Die Leute umdrängten den Besessenen und bestürmten ihn mit Fragen, aber er gab keine Antwort mehr, glich einem Automaten ohne jede Empfindung. Der russische Kutscher stierte mit verglasten Augen vor sich hin. Die Zügel, mit denen er die Aufrührer zu lenken gehofft hatte, waren seinen Händen entfallen. Sein Spiel war verloren. Wo der Sektiererwahnsinn losbrach, gab es für ihn, den Machtbegierigen, keine führende Rolle mehr. Ein unfassbares Gespenst hatte ihn vom Bock herabgestürzt und lenkte den Wagen. Polyxena richtete, um ihre Sehkraft wiederzugewinnen, den Blick auf das dunkel gähnende Loch, um das die Menge herumgesessen war. Die ganze Zeit über hatte der Schauspieler dicht unter der Acetylenfackel gestanden. Das grelle, schneidende Licht hatte sie fast blind gemacht. Immer wieder tauchte der Reflex der Flamme, wie sie auf der Netzhaut brannte, aus dem schwarzen Hintergrund empor. Andere Bilder gesellten sich hinzu. Schemenhafte Gesichter drängten aus der Tiefe da unten, dem äußeren Sinn erkennbar geworden, infolge der Ermüdung der Augennerven. Die Ausgeburten einer seelischen Walpurgisnacht rückten heran. Polyxena fühlte, dass jede Fieber in ihr zuckte und bebte in einer fremdartigen Erregung. Die Worte des Schauspielers halten in ihr nach, hatten irgendetwas geweckt, was ihr bis dahin vollkommen unbekannt gewesen war. Auch die Männer musste es wie fanatischer Taumel ergriffen haben. Sie sah, dass ihre Minen verzerrt waren, und sie wild durcheinandergestikulierten, hörte ihre Schreie, »Gott hat zu uns gesprochen!« »Ich bin Gott«, hat er gesagt. Otto K. lehnte an der Wand, sprachlos, Lippen und Gesicht bleich, die flackernden Augen unverwandt auf den wie aus Stein gehauen dastehenden Schauspieler gerichtet. Sie blickte wieder auf die gähnende dunkle Öffnung und fuhr zusammen, stiegen da nicht Gestalten herauf, in Kleider aus Nebel gehüllt, gespenstische Wirklichkeit und nicht mehr Reflex. Ottokar noch einmal, sein Ebenbild als Schatten der Vergangenheit, ein Zepter in der Hand. Dann ein Mann mit einem rostigen Helm und einer schwarzen Binde über den Augen, wie Jan Zitzka, der Hussit, und ihre Urahne, die Gräfin Polyxena Lambua, die hier im Turm wahnsinnig geworden war, in grauem Kerkergewand. Sie lächelte grausig zu ihr empor, und alle mischten sich unter die Aufrührer, ohne von ihnen gesehen zu werden. Das Bild Ottokars verschmolz mit dem Lebendigen, der Mann mit dem Helm trat hinter den Schauspieler und verschwand. Statt seiner schwarzen Binde fiel plötzlich ein Schlagschatten über Zrückhaltlos Gesicht, und der rostige Helm war in wirres Haupthaar verwandelt. Die Schemen der toten Gräfin huschten neben den Russen und umschlossen mit den Händen würgend seinen Hals. Er schien es zu spüren, denn er rang angstvoll nach Atem. Ihre Gestalt löste sich allmählich auf unter dem sengenden Schein der Acetylenfackeln, aber die weißen Finger blieben sichtbar. Polyxena begriff, was ihr die Bilder in stummer Sprache sagen wollten. Sie richtete ihre ganze Willenskraft auf Zrückhaltloh und dachte daran, was ihr der Tartar über Aweysha erzählt hatte. Fast im selben Augenblick kam Leben in den Schauspieler. Sie hörte das Zischen, wie er die Luft heftig durch die Nasenlöcher in sich riss. Die Männer prallten zurück, als sie ihn so verwandelt sahen. Der Gerber Haflik deutete mit steifem Arm auf die Schattenbinde und schrie, »Jan Zitzka! Jan Zitzka von Trocknoff!« »Jan Zitzka von Trocknoff«, lief es in scheuem Geflüster von Mund zu Mund. »Jan Zitzka von Trocknoff!«, kreischte der tschechische Lakai und bedeckte sein Gesicht mit beiden Händen. »Die böhmische Liesel hat gesagt, dass er kommen wird.« »Die böhmische Liesel hat's prophezeit«, kam es wie ein Echo aus dem Hintergrund. Zurückhatloh streckte suchend die linke Hand aus, als kniete vor ihm ein unsichtbarer Mensch, nach dessen Haupt er fassen wollte. In seinen Augen lag der Ausdruck der Blindheit. »Ködemar, so please«, hörte ihn Polyxena murmeln, »Mönch, wo hast du deine Tonsur?« Dann hub er langsam, Zoll für Zoll die Faust, und ließ sie plötzlich wie auf einen Ambrus schmetternd niederfallen. Ein Ruck des Entsetzens fuhr durch die Menge, als habe er in Wirklichkeit, wie Zitzka zur Zeit der Taboriten, einem Pfaffen den Schädel zertrümmert. Polyxena glaubte, den Schemen eines Mannes in grauer Kutte niederstürzen zu sehen. Die Historien aus den Hussitenkriegen, die sie in ihren Kinderjahren heimlich gelesen, trat vor ihren Blick. Auf weißem Pferd der schwarze Zitzka in eiserner Rüstung, vor seinen Kämpferscharen, blitzende Sensen und stachelige Morgensterne, zerstampfte Felder, brennende Dörfer, geplünderte Klöster. Sie sah im Geiste die blutige Schlacht gegen die Adamiten, die, Männer und Frauen nackt, angeführt von dem rasenden Borek-Klatowski, nur mit Messern und Steinen in den Händen sich auf die Hussiten stürzten, sich in ihre Kehlen verbissen, bis man sie niederschlug wie tolle Hunde, und die letzten vierzig umzingelte und auf Scheiterhaufen lebendig briet. Sie hörte das Kriegsgetümmel in den Straßen Prags, die mit Ketten gesperrt waren, um den Ansturm der wahnwitzigen Taboriten aufzuhalten, hörte die Schreckensrufe der fliehenden Besatzung auf dem Khadschin, das Klirren der Streitkolben und Klingen der Äxte, das Sausen der Schleudern. Sie sah, wie der Fluch der sterbenden Adamiten, der einäugige Zitzka soll erblinden, an ihm in Erfüllung ging, sah den Pfeil schwirren, der ihn in das noch sehende Auge traf, sah ihn, gestützt links und rechts von seinen Hauptleuten, auf einem Hügel in die Nacht seiner Blindheit hineinstarren, während unten zu seinen Füßen im Sonnenschein die Schlacht tobte, hörte ihn Befehle geben, die die Scharen seiner Feinde niedermähten wie sicheln das Getreide, sah den Tod von seiner ausgestreckten Hand ausgehen wie einen schwarzen Blitz. Und dann, und dann das Furchtbarste von allem. Zitzka, an der Pest gestorben, und dennoch, dennoch lebendig, seine Haut auf eine Trommel gespannt, ihr schepperndes, grauenhaftes Bellen jagte alle in die Flucht, die es hören. Jan Zitzka von Trocknoff, der Blinde und Gehäutete, reitet, ein Gespenst auf verwestem Pferd, unsichtbar seinen Horden voran und führt sie von Sieg zu Sieg. Das Haar sträubte sich ihr bei dem Gedanken, dass der Geist Zitzkas auferstanden und in den Körper des besessenen Schauspielers gefahren sein könnte. Wie ein Sturmwind brachen die Worte zurückhaltlos, der sie zu den Anführern sprach, aus seinem Munde hervor, bald schrill und gebieterisch, dann wieder heiser, aufpeitschend, in kurzen abgebrochenen Sätzen hintereinander herjagend und die Wurzeln der Besinnung aus jedem Hirn reißend. Schon der Klang der einzelnen Silben betäubte wie mit Keulenschlägen. Was sie bedeuteten, sie konnte es nicht erfassen, so laut rauschte ihr vor Aufregung das Blut in den Ohren. Sie erriet nur, was er sagte, an dem wilden Feuer in den Augen der Männer, an den geballten Fäusten, an den sich duckenden Köpfen, wenn die Rede nach geflüsterten Pausen von Zeit zu Zeit losbrach wie ein Orkan und über die Herzen hinfegte. Immer noch sah sie die drosselnden Finger ihrer Ahne um den Hals des russischen Kutschers gelegt. »Die Bilder meiner Seele sind zu Gespenstern geworden und tun dort unten ihr Werk«, flüsterte sie, »und es kam wie schnelle Erkenntnis über sie, dass sie losgelöst von ihnen sei und für eine Weile ein eigenes Selbst sein könne.« Ottokar schaute zur Decke auf, als fühlte er mit einem Mal ihre Nähe. Seine Augen blickten fest in die Ihren. Der Ausdruck der Trauer und der Abgezogenheit lag darin, den sie so gut an ihm kannte. »Er sieht und hört nichts«, wusste sie. »Die Worte des Besessenen sind für ihn bestimmt.« Das Gebet der Stimme im Lindenhof geht in Erfüllung. Mutter Gottes, gebenedeite, erhöre die Sehnsucht, die ihn verzehrt, aber lass seine Hände reinbleiben von Menschenblut. Wie das brausende Lied aus Orgelklängen hüllte es sie plötzlich ein, das Gefühl einer unermesslichen Liebe zu Ottokar, wie sie nie für möglich gehalten, dass es je ein Menschenherz empfinden könnte. Als sei der dunkle Vorhang der Zukunft für einen Augenblick entzweigerissen, sah sie Ottokar dastehen, ein Zepter in der Hand. Der Schemen, der sich vorhin mit ihm verschmolzen hatte, wurde Fleisch und Wirklichkeit für sie, und auf dem Haupt eine Herrscherkrone. Jetzt verstand sie, welche Sehnsucht Ottokar verzehrte. Ihretwegen. Meine Liebe ist nur ein schwacher Widerschein der Seinen. Sie kam sich vor wie zerschmettert, konnte nicht mehr denken. Wie ein fernes Murmeln pochtet die Rede zurückhaltlos an ihr Bewusstsein. Er sprach von Böhmens versunkener Pracht und von dem Glanz einer neuen kommenden Herrlichkeit. Und jetzt »König«, hatte er nicht »König« gesagt? Sie sah, dass Ottokar zusammenzuckte und unverwandt zu ihr emporstarrte, als erkannte er sie plötzlich. Pfahl im Gesicht wurde, sich ans Herz griff und mit dem Umsinken kämpfte. Dann zerriss ein betäubendes Getöse die Luft und verschlang die letzten Worte des Schauspielers. »Jan Zitzka, Jan Zitzka von Trocknoff wird unser Führer sein!« Zrückatlo deutete auf Ottokar und brüllte ein Wort in die aufgeregte Menge. Sie verstand es nicht, sah nur, dass ihr Geliebter ohnmächtig niederstürzte, hörte ihren eigenen, gellenden Schrei »Ottokar, Ottokar!« Ein Heer von weißen Augen war plötzlich zu ihr emporgekehrt. Sie fuhr zurück, sprang auf, prallte mit jemandem zusammen, der da in der Dunkelheit gestanden haben musste. »Es ist der Bucklige von der Schlossstiege!«, schoss es ihr durch den Kopf. Dann riss sie die Tür des Turmes auf und stürzte über den Lindenhof in ein Nebelmeer hinein. Ende von Kapitel 6 Gelesen von Hokus Pokus Teil 11 von Walpurgisnacht Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Walpurgisnacht von Gustav Meyrink Kapitel 7 Abschied Teil 1 Mit Riesenschritten nahte der Zeitpunkt heran, der allmählich ein Ereignis ersten Grades im Leben des Herrn kaiserlichen Leibarztes bedeutete. Der erste Juni, die Reise nach Karlsbad. Jeden Morgen bei Sonnenaufgang umkreiste der rot bewestete Kutscher die königliche Burg, bis das Fenster klang, und er der Haushälterin allerlei für den gnädigen Herrn bestimmte, frohe Botschaften hinaufrufen konnte. Das neue Riemenzeug sei blank geputzt, die mit Emaikutschenlack solventner Patersatz bestrichene Reisekutsche glücklich trocken geworden, und Karlitschek habe bereits im Stall gewirrt. Der Herr kaiserliche Leibarzt konnte den Tag des Aufbruchs kaum mehr erwarten. Es gab keine Stadt der Welt, der man so gern den Rücken kehren möchte, wenn man in ihr wohnt, wie Prag, aber auch keine, nach der man sich so zurücksehnt, kaum, dass man sie verlassen hat. Auch der Herr kaiserliche Leibarzt war ein Opfer dieser sonderbaren Anziehungs- und Abstoßungskraft, obwohl er eigentlich gar nicht in Prag wohnte, vielmehr im Gegenteil auf dem Ratschien. Die Reisekörbe standen bereits gepackt im Zimmer umher. Der Herr kaiserliche Leibarzt hatte in der verflossenen Nacht einen Tobsuchtsanfall bekommen, sämtliche junge und alte böhmische Liesels, zurückhaltlos, Mannschus und grüne Frösche zum Teufel gejagt, kurz, einen Energiesturm in seiner Brust heraufbeschworen, der ihnen befähigte, in weniger als einer Stunde alles, was sich in Schränken und Kommoden für den Karlsbaderaufenthalt geeignetes vorfand, in die Schlünde der Felleisen und Ledertaschen hineinzustopfen, etwa wie ein wirklicher Pinguin Fische in die Schnäbel seiner Jungen, und schließlich die dickgeschwollenen Koffer, denen die Rockschöße, Halsbinden und Unterhosen nur so zum Maul heraushingen, so lange zu behüpfen und zu beflattern, bis ihr Widerstand endlich gebrochen war und die Riegel seufzend ins Schloss knipsten. Nur ein paar Pantoffel mit eingestickten Tigerköpfen und, vergiss mal nicht, Grenzen aus Glasperlen sowie ein Nachthemd hatte er zurückbehalten und beides vor Ausbruch seiner Raserei, sorgfältig mit Bindfaden am Kronleuchter befestigt, damit sie sich nicht vor seinem blinden Wüten verkröchen und dann wochenlang unauffindbar seien. Erstere trug er jetzt an den Füßen, in letzteres eine Art bis auf die Knöchel herabwallendes Bußgewand mit goldenen Knöpfen und hinten einer Kämmererspange, um zu Sitzbadezwecken ein Hochstecken der hinderlich langen Schlippen bewerkstelligen zu können, hatte er seinen Hagern Leib gehüllt. In diesem Aufzug durchmaß er ungeduldigen Schrittes sein Zimmer. So glaubte er wenigstens. In Wirklichkeit lag er im Bett und schlief. Zwar den unruhigen Schlaf des Gerechten vor der Abreise, aber immerhin, er schlief und träumte. Das Träumen war eine lästige Begleiterscheinung des Karlsbader Unternehmens. Er kannte das. Jedes Mal im Mai pflegte es sich einzustellen, und gar in diesem Mai hatte es geradezu unerträgliche Formen angenommen. In früheren Jahren hatte er hartnäckig alles, was ihm in solchen Fällen träumte, tagebücherlich vermerkt, im Wahn, es zu bannen, bis er dahinter kam, dass es dadurch nur schlimmer wurde. So war ihm schließlich nichts anderes übrig geblieben, als sich mit der unleidlichen Tatsache abzufinden und auf die übrigen elf Monate zu hoffen, in denen ihm erfahrungsgemäß tiefer, bewusstloser Schlummer gewiß war. Beim Hin- und Herwandern blieb sein Blick zufällig auf dem Abreißkalender über dem Bett haften, und verblüfft las er, dass dort immer noch der 30. April, das niederträchtige Datum der Walpurgisnacht hing. »Das ist ja grässlich«, murmelte er, »vier volle Wochen noch bis zum ersten Juni, und die Koffer schon gepackt. Was soll ich jetzt nur anziehen? Ich kann doch nicht im Hemd zum Schnellfrühstücken gehen.« Der Gedanke, alles wieder aufsperren zu müssen, war ihm entsetzlich. Er malte sich aus, wie die zum Platzen vollen Reisetaschen sogleich die ganze Garderobe ausspeien müssten, womöglich rülpsend und ächtzend, als hätten sie Brechweinstein gefressen. Im Geiste sah er bereits zahllose Krawatten jeglicher Gattung sich auf ihn zuschlängeln wie nattern. Der Stiefelzieher wollte ihn, aus Wut so lange eingesperrt gewesen zu sein, mit Krebsscheren in die Fersen beißen, und gar ein rosa Strickgeflecht, ähnlich einem Kinderhäubchen, nur mit weißen, weichen Glacé-Lederriemen statt Bändern. Es war die höchste Unverschämtheit, dass sich ein toter Gebrauchsgegenstand so etwas erlauben durfte. »Nein«, beschloss er im Traum, »die Koffer bleiben zu.« In der Hoffnung, doch vielleicht falsch gelesen zu haben, setzte der Herr kaiserliche Leibarzt seine Brille auf und wollte den Kalender nochmals überprüfen. Da wurde das Zimmer plötzlich eiskalt, und die Gläser beschlugen sich im Nu mit Wasserdampf. Als er sie abnahm, stand ein Mann vor ihm, nackt, nur ein Schurzfell um die Lenden, dunkelhäutig, hochgewachsen, unnatürlich schmal und eine schwarze Mitra, aus der goldene Funken herausleuchteten, auf dem Haupt. Der Herr kaiserliche Leibarzt wusste sofort, dass es der Lucifer war, wunderte sich aber nicht im Geringsten, denn es wurde ihm gleichzeitig klar, dass er tief innerlich eine solche Erscheinung längst erwartet hatte. »Du bist der Mann, der alle Wünsche in Erfüllung gehen lassen kann?« fragte er, und verbeugte sich unwillkürlich. »Kannst du auch?« »Ja, ich bin Gott, in dessen Hände die Menschen ihre Wünsche legen«, fiel ihm das Phantom in die Rede und deutete auf das Lendentuch. »Ich bin der einzig Gegürtete unter den Göttern, die anderen sind geschlechtslos.« Nur ich kann Wünsche verstehen. Wer in Wahrheit geschlechtslos ist, der hat für immer vergessen, was Wünsche sind. Die unerkennbare, tiefste Wurzel jedes Wunsches ruht stets im Geschlecht, wenn auch die Blüte, der wache Wunsch, scheinbar nichts mit Geschlechtlichkeit zu tun hat. »Der einzige Erbarmer unter den Göttern bin ich. Es gibt keinen Wunsch, den ich nicht auf der Stelle hörte und erfüllte. Aber nur die Wünsche der Seele höre ich und bringe sie dem Licht. Darum heiße ich Luciferro. Für die Wünsche, die aus dem Munde der wandelnden Leichname kommen, ist mein Ohr taub. Deshalb entsetzen sich diese Toten vor mir. Ich zerfleische die Leiber der Menschen erbarmungslos, wenn ihre Seele es wünscht, wie ein erbarmungsreicher Chirurg, erbarmungslos aus höherem Wissen, brandige Glieder erkennt und entfernt. So auch ich. Manches Menschenmund schreit nach dem Tod, indes seine Seele nach Leben schreit. Dem zwinge ich das Leben auf. Viele lächzen nach Reichtum, aber ihre Seele sehnt sich nach Armut, um durch das Nadelöhr einzugehen. Ich mach sie zu Bettlern auf Erden. Deine Seele und die deiner Väter haben sich nach Schlaf im irdischen Dasein gesehnt. Darum hab ich euch zu Leiberzen gemacht, hab eure Leiber in eine steinerne Stadt gesetzt und euch mit Menschen aus Stein umgeben. Flugbeil, Flugbeil, ich weiß, was du willst. Du sehnst dich, wieder jung zu sein. Aber du zweifelst an meiner Macht und meinst, ich könnte die Vergangenheit nicht mehr zurückbringen und wirst mutlos und möchtest lieber wieder schlafen gehen. Nein, Flugbeil, ich lasse dich nicht, denn auch deine Seele fleht, sie will jung sein. Darum werde ich euer beider Wunsch erfüllen. Ewige Jugend ist ewige Zukunft, und in dem Reich der Ewigkeit wacht auch die Vergangenheit wieder auf als ewige Gegenwart. Der kaiserliche Leibarzt bemerkte, dass die Erscheinung bei den letzten Worten durchsichtig wurde, und statt ihrer, da wo die Brust gewesen war, eine Ziffer immer deutlicher und deutlicher erschien, bis nur mehr das Datum 30. April übrig blieb. Um dem Spuk ein für allemal ein Ende zu setzen, wollte er die Hand ausstrecken und den Zettel abreißen, aber es gelang ihm nicht, und er sah ein, dass er wohl noch für eine Zeit die Walpurgisnacht mit ihren Gespenstern über sich werde ergehen lassen müssen. Ich habe ja eine schöne Reise vor mir, tröstete er sich, und die Verjüngungskur in Karlsbad wird mir gut tun. Da es ihm nicht glücken wollte, aufzuwachen, blieb ihm nichts anderes übrig, als in festen, traumlosen Schlummer zu versinken. Punkt fünf Uhr früh pflegte regelmäßig ein scheußlicher, schriller Ton, hervorgerufen durch einen elektrischen Straßenbahnwagen, der um diese Zeit unten in Prag beim böhmischen Theater in eine Kurve bog und die Schienen zum Heulen brachte, die Schläfer auf dem Hatschin zu wecken. Der Herr Kaiserliche Leibarzt war so gewöhnt an diese unliebsame Lebensäußerung der verächtlichen Welt, dass sie ihn gar nicht mehr störte, und er vielmehr anfing, sich unruhig im Bett hin und her zu werfen, als diesen Morgen der Ton befremdlicherweise ausblieb. »Es muss was los sein da unten«, schob sich eine Art logische Erwägung durch sein Bewusstsein und zog ein Heer dumpfer Erinnerungen an die letzten Tage hinter sich drein. Des öfteren hatte er, gestern noch, durch sein Fernohr geguckt, und jedes Mal waren die Straßen überfüllt von Menschen gewesen. Sogar über die Brücken war das Getümmel gewogt, und das unaufhörliche »Slawa« und das »Nastra«-Geschrei hatte sich in langgezogenen »Ha! Ha! Ha!« Rufen bis zu seinem Fenster verirrt. Gegen Abend war dann, über dem Hügelrücken im Nordosten Prags, das riesige Transparentbild Zitzkas, beleuchtet von zahlreichen Fackeln, sichtbar geworden, wie ein weißes Spektrum aus der Unterwelt. Seit Kriegsausbruch zum ersten Mal wieder. Er hätte der Sache weiter keine Beachtung geschenkt, wenn ihm nicht schon vorher allerlei sonderbare Gerüchte zu Ohren gekommen wären. Zitzka habe sich, auferstanden von den Toten, leibhaftig und wirklich – die Haushälterin beschwor es sogar unter allen Zeichen höchster Erregung mit sämtlichen zehn Fingern – da und dort nächtlicher Weile in den Gassen gezeigt. Dass den Prager Fanatikern nie etwas unwahrscheinlich genug dünkte, um es nicht so lange weiterzuerzählen, bis sie es selbst glauben und ein Menschenauflauf entstanden ist, wusste er aus langer Erfahrung. Aber eine derartig hirnverbrannte Idee, festen Fuß fassen zu sehen, war ihm denn doch neu. Kein Wunder daher, dass er sich im Halbschlaf das Ausbleiben des Trambahngeräusches als Anzeichen ausbreitender Unruhen deutete, überdies mit voller Berechtigung, denn tatsächlich stand Prag wieder einmal im Zeichen des Auflaufs. Einige Stunden später erschien ihm, mitten ins schönste Dröseln hinein, wie weiland dem Belsarza eine Hand – nur war es die eines Hausknechts namens Ladislaus – und obendrein schrieb sie nicht, hätte es auch gar nicht können, sondern überreichte ihm vielmehr eine Visitenkarte. Darauf zu lesen war Stefan Brabetz Behördlich konzessioniertes Privatorgan, zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, sorgfältigste Überwachung des Ehelebens, nebst Eruierung diskreter Kinder, sowie ununterbrochenes im Auge behalten säumiger Schuldner, Wechsel es kommt und Häuserverkauf. Jeder verlorene Hund wird unter Garantie der Wiedererkenntnis zurückgebracht. Zahllose Dankschreiben »Walpurgisnacht«, murmelte der kaiserliche Leibarzt, und glaubte allen Ernstes einen Augenblick, er träume noch. »Was will der Mensch?«, fragte er laut. »Das weiß ich nicht«, war die lakonische Antwort. »Wie sieht er denn aus?« »Jeden Tag anders, bitt schön.« »Was soll das heißen?« »No, der Stefan Brabetz zieht sich doch alle fünf Minuten um, weil er nicht will, dass man weiß, dass es ist.« Der kaiserliche Leibarzt dachte eine Weile nach. »Gut, er soll hereinkommen.« Somit ließ sich ein heftiges Räuspern auf der Türschwelle vernehmen, und an dem entschwindenden Hausknecht vorbei huschte auf lautlosen Gummisohlen ein Mann ins Zimmer, mit beiden Augen schielend, eine aufgeklebte Warze auf der Nase, die Brust voller Blechorden, unter dem verbindlich gekrümmten Arm eine Aktentasche nebst Strohhut, und ließ einen Schwall serviler Phrasen los, der mit den Worten schloss, »Womit dich euer Exzellenzkneherr, kaiserlich-keniglicher Leibarzt, meine alluntertänigste Aufwartung zu machen gestatte.« »Was wünschen Sie?« fragte der Pinguin scharf, und machte unter der Bettdecke eine unwirrsche Flatterbewegung. Der Spitzel wollte wieder zu säuseln beginnen, wurde aber je unterbrochen. »Was Sie wünschen, will ich wissen.« »Es, bitteschön, pardon, es handelt sich nämlich um die gnädigste Fräulein-Komtesse. Natürlich, bitteschön, Exzellenz, eine sehr hoch ansehnliche junge Dame, nicht, dass ich auf sie sag, Gottes Willen.« »Was für eine Komtesse?« fragte der Leibarzt erstaunt. »No, Exzellenz werden schon wissen.« Flugball schwieg. Er scheute sich aus Taktgefühl weiter nach dem Namen zu forschen. »Hm, nein, ich kenne keine Komtesse.« »Als dann, bitte nicht, Exzellenz.« »Ja, hm, übrigens, was habe ich damit zu tun?« Der Detektiv ließ sich schwalbenhaft und ehrerbietig auf die Sesselkante nieder, drehte seinen Hut, schielte süßlich lächelnd zur Decke empor und wurde dann plötzlich berät. »Entschuldigen schon, Exzellenz, aber ich habe mir denkt, die Fräulein-Komtesse ist nämlich eine wunderschäne junge Dame mit noch zarten Formen, wie man so sagt. No, und so, und überhaupt. No, und da habe ich mir denkt, es isse sich doch jammerschad, dass sich eine vornehme Dame, und noch dazu in jungen Jahren, wo sie es doch nicht nötig hat, in einen elendigen Lumpen wie den Wondräg wegschmeißt, der was keinen Heller in der Tasche hat, und so. No, und gar, wo Exzellenz, knähe, kaiserlich-kenniglicher Leibarzt im Hause ein- und ausgehen, und es im Hause doch viel bequemer wär. Übrigens, wenn es zu Hause nicht passt, wisst ich ein anderes Haus, wo ein jedes Zimmerl einen extra Ausgang hat, und so. Interessiert mich nicht, schweigen Sie, fuhr der Pinguin auf, senkte aber doch im selben Atem versöhnlich die Stimme, denn er hätte gern gewusst, was weiterkommen werde. Ich habe keine Verwendung für ... für den Artikel. Als dann bitte nicht, Exzellenz, hauchte das Privatorgan, sichtlich enttäuscht. Ich habe ja auch nur gemeint, schade, es hätte mich nur ein Wort an die Freilein-Komtesse gekostet, denn ich weiß etwas auf sie. No, und außerdem habe ich mir halt denkt, Exzellenz hätte dann ... Die Stimme des Herrn Brabetts bekam einen spitzen Ton. Auch nicht mehr zur böhmischen Liesel zu gehen gebraucht. Tja! Der Herr kaiserliche Leibarzt erschrak, wusste einen Moment lang nicht, was er sagen solle. Sie glauben doch nicht am Ende, ich sei deshalb zu der alten Vettel gegangen. Sind Sie verrückt? Der Detektiv hob abwehrend die Hände. Ich und so was glauben? Mein Ehrenwort, Exzellenz! Er vergaß mit einem Mal zu schielen und blickte den kaiserlichen Leibarzt lauernd an. Ich weiß doch selbst versteht sich, dass Exzellenz gewiss andere Gründe gehabt haben, als Exzellenz, pardon, zur bärmischen Liesel, tje, gegangen sind. No, und deswegen bin ich ja eigentlich gekommen. Tje, andere Gründe. Der Pinguin schob sich neugierig vom Polster. Und die wären? Brabetts zuckte die Achseln. Ich lebe doch von Diskretion. Ich will ja nicht direkt sagen, dass Exzellenz in die Verschwörung, die was mit der Liesel zusammenhängt, verwickelt sind, obwohl— Was, obwohl— Obwohl heutigen Tag sehr angesehene Leute im Verdacht des Hochverrats stehen. Der Herr kaiserliche Leibarzt glaubte nicht recht, gehört zu haben. Hochverrat? Nein, im Verdacht! Im Verdachte! Tje, im Verdachte! Da der kaiserliche Leibarzt den Wink offenbar nicht verstand, wurde der Spitzel deutlicher. Tje, no, und ein Verdacht? Er betrachtete, kramerfüllt seine Plattfüße. Geneigt, leider. Es wäre von rechts wegen meine Pflicht, an gewissen Stellen untertänigst zu vermelden, und so, wenn ich etwa von einem Verdachte weiß. Tje, ich bin nämlich ein pflichtreier Mensch, mein Ehrenwort, außer freilich, wenn ich zu der Überzeugung komme, dass ein Verdacht entkräftet ist. No, und schließlich wäscht ja im täglichen Leben eine Hand die andere. Er blickte unwillkürlich auf seine schmutzigen Fingernägel. In dem Herrn kaiserlichen Leibarzt kochte die verhaltene Wut. Mit anderen Worten, Sie wollen ein Trinkgeld? Bittchen, ganz nach Eurer Exzellenz ermessen! Gut, der kaiserliche Leibarzt klingelte. Der Hausknecht erschien. Ladislaus, pack den Kerl beim Kragen und schmeiß ihn die Stiege hinunter. Zu dienen. Die ungeheure Tatze entfaltete sich wie ein Palmblatt, verfinsterte das Zimmer, und eine Sekunde später waren Spitzel und Hausknecht verschwunden, als seien sie bis dahin nur ein Filmbild gewesen. Der Herr kaiserliche Leibarzt lauschte. Ein Krach unten im Flur. Dann polterten schwere Schritte die Stiege hinab, dem lebenden Geschoss nach. Na, Servus, der Ladislaus hebt den Kerl, scheint mir, auf und wirft ihn vielleicht gar noch die Schlossstiege hinunter. Er nimmt die Sache wörtlich, brummte der kaiserliche Leibarzt, kreuzte die Arme über der Brust und schloß die Lieder, um die gestörte Morgenruhe wiederherzustellen. Ende von Kapitel 7, Teil 1 Gelesen von Hokus Pokus Teil 12 von Walpurgisnacht Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Walpurgisnacht von Gustav Meyrink Kapitel 7 Abschied Teil 2 Kaum eine Viertelstunde war vergangen, als ein Winseln ihn aufschreckte. Gleich darauf öffnete jemand vorsichtig die Tür, und Baron Elsenwanger, gefolgt von seinem gelben Jagdhund Brock, schlich, den Finger warnend auf die Lippen gelegt, auf den Zehenspitzen herein. »Grüß dich Gott, Konstantin! Ja, wo kommst du denn her so in aller Frühe?« rief der kaiserliche Leibarzt erfreut. Aber es verschlug ihm sofort die Rede, als er ein leeres, blödsinniges Lächeln im Gesicht seines Freundes gewahrte. »Armer Teufel«, murmelte er, tief erschüttert, »er hat sein bisschen Verstand verloren.« »Pst, pst«, flüsterte der Baron geheimnisvoll, »pst, pst, nur nöt, nur nöt.« Und dann blickte er sich scheu um, zog hastig einen vergilbten Briefumschlag aus der Tasche und warf ihn aufs Bett. »Da, nimm, Flugbeil, aber nur nöt, nur nöt.« Der alte Jagdhund zog den Schwanz ein, richtete die halbblinden, milchig glänzenden Augen, unverwandt auf seinen wahnsinnigen Herrn, und öffnete rund das Maul, als wollte er heulen, aber es kam kein Ton aus seiner Kehle. Ein unheimlicher Anblick. »Was willst du, dass ich nicht tun soll?« fragte der kaiserliche Leibarzt mitleidig. Elsenwanger hob den Finger. »Taddeus, ich bitt dich, aber nur nöt, nur nöt. Weißt, weißt, weißt.« Mit jedem seiner Flüsterworte kam er dem Ohrflugbeils näher, bis er es fast mit dem Mund berührte. »Die Polizei ist mir auf der Spur, Taddeus, und die Dienerschaft weiß auch schon davon. Pst, pst, alle sind's fortgelufen, die Bojena auch.« »Was? Deine Dienerschaft ist weggelaufen?« »Aber warum denn? Und wann?« »Heute früh.« »Pst, pst, nur nöt, nur nöt. Weißt, gestern war einer bei mir, einer mit schwarzen Zähnen und schwarzer Handschuh, und geschäkelt hat er auf beiden Augen. Weißt, einer von der, von der Polizei.« »Wie hat er geheißen?« fragte der kaiserliche Leibarzt. »Brabetz«, hat er gesagt, heißt er. »Und was hat er gewollt von dir?« »Das Xenal ist auf und davon«, hat er gesagt. »Pst, pst, ich weiß schon, warum sie weg ist. Sie hat alles erfahren. Pst, nur nöt. Weißt, und ein Geld hat er wollen. Sonst sagt er als«, hat er gesagt. »Du hast ihm doch hoffentlich keins gegeben.« Der Baron sah sich wieder scheu um. »Ih hab ihm halt vom Wenzel die Stiegen runterschmeißen lassen.« »Merkwürdig, wie richtig Verrückte manchmal doch handeln«, dachte der Pinguin bei sich. »Pst, aber jetzt ist der Wenzel auch weg. Der Brabetz hat ihm halt alles g'sagt.« »Ich bitte dich, Konstantin, überleg doch ruhig, was könnte er ihm denn gesagt haben?« Elsenwanger deutete auf das vergilbte Kuvert. Der kaiserliche Leibarzt nahm es. Es war offen und, wie man auf den ersten Blick sehen konnte, leer. »Was soll ich damit, Konstantin?« »Jesis, Maria und Josef, nur nicht, nur nicht«, jammerte der Baron. Der kaiserliche Leibarzt sah ihn ratlos an. Elsenwanger näherte sich, furcht in den Augen, wieder seinem Ohr und ächzte. »Der Bogumil, der Bogumil, der Bogumil.« Der kaiserliche Leibarzt fing an zu verstehen. Sein Freund hatte, wahrscheinlich rein zufällig, irgendwo im Bilderzimmer den Briefumschlag gefunden und sich so lange eingebildet, dass Papierstamme von seinem toten Boder Bogumil, alle möglichen Erinnerungen an Zuckatlo hineinmischend, bis er darüber den Verstand verloren hatte. »Weiß, Thaddeus, es kann ja sein, er hat mich enterbt, weil ich ihn nie drunten in der Teinkirche besucht habe. Aber, Jesus Maria, mir kann sich doch nicht nach Prag gehen.« »Gib's weg, Thaddeus, gib's weg!« »Nur nicht, nur nicht. Ich darf doch nicht wissen, was drinsteht. Ich wär doch sonst enterbt. »Heb's Aufflugball, heb's gut auf. Na, 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 nur nicht neinschauen, nicht neinschauen.« »Und schreib drauf, dass es mir gehört, wenn du einmal stirbst. Weiß, dass es mir gehört. Aber versteck's gut, hörst. Bei mir ist es nimmer sicher. Alle wissen davon. Drum sind's fort. Das Xenal ist auch fort.« »Was? Deine Nichte?« rief der Leibarzt. »Ist fort? Wohin denn?« »Pst, pst, fort ist, weil's jetzt alle wissen.« Unablässig beteuerte Elsenwanger auf Flugballs fragen. Polyxena sei verschwunden, weil sie alles wisse. Mehr war aus ihm nicht herauszubringen. Weiß Thaddeus die ganze Stadt es auf. Alle wissen davon. Gestern am Abend war der Zitzkerberg beleuchtet, weil sie das Testament gesucht haben. Und der Brock, er zwinkerte geheimnisvoll nach dem Jagdhund hin, muss doch was gemerkt haben. Schau nur, wie er sich fürcht. No, und bei der Zaratka ist die Fliegenpest ausgebrochen. Alles voller Fliegen, das ganze Palais. »Konstantin, um Gottes Willen, was redest du da zusammen?« rief der kaiserliche Leibarzt. »Du weißt doch, in ihrem Haus war nie eine Fliege. Sie bildet sich das bloß ein. Glaub doch nicht alles, was du hörst.« »Meiner Seel und Gott«, beteuerte der Baron und schlug sich auf die Brust, »mit meinen eigenen Augen hab ich's gesehen.« »Die Fliegen?« »Ja, alles schwarz.« »Von Fliegen?« »Ja, von Fliegen.« »Aber ich muss jetzt gehen, sonst merkt's die Polizei.« »Und hörst gut aufheben und net vergessen.« »Wenn's stirbst, es gehört mir.« »Aber nit drin lesen, sonst bin ich enterbt.« »Nur nöt, nur nöt, und niemand sagen, dass sie hier war.« »Servus, Flugbeil, servus!« Auf den Zehenspitzen, leise, wie er gekommen war, schlich der Wahnsinnige hinaus. Mit eingekniffenem Schwanz der Jagdhund hinterdrein. Das Gefühl unsäglicher Bitterkeit überkam den Pinguin. Er stützte den Kopf in die Hand. »Wieder einen hat der Tod bei lebendigem Leib geholt.« Armer, armer Kerl. Er musste an die böhmische Liesel denken und ihren Jammer, dass die schöne Jugend dahin war. Was das nur sein mag mit der Polyxena und mit den Fliegen. Sonderbar, ihr ganzes Leben hat die Zaratka sich gegen eingebildete Fliegen geschützt. So lange, bis sie wirklich gekommen sind. Es ist rein, als hätte sie sie allmählich herbeigewünscht. Eine dumpfe Erinnerung stieg in ihm auf. Es habe ihm heute Nacht ein nackter Mann mit einer Mitra auf dem Kopf etwas von der Erfüllung unbewusster Wünsche erzählt. Irgendetwas, das sich ganz gut mit dem Erscheinen der Fliegen in Verbindung bringen ließ. »Ich muss fort«, scheuchte es ihn plötzlich auf, »ich muss mich noch anziehen, wo nur das Frauenzimmer mit den Hosen wieder bleibt. Besser, ich fahre heute schon, nur weg aus dem grämlichen Prag. Da dunstet ja der Wahnsinn wieder einmal aus allen Gassen. Ich muss nach Karlsbad, mich verjüngen.« Er klingelte. Wartete. Niemand kam. Er klingelte nochmals. »Na, endlich!« Es klopfte. »Herein!« Erschrocken warf er sich in die Kissen zurück und zog die Bettdecke bis zum Kinn. Statt der Haushälterin stand die Gräfin Zaradka auf der Schwelle, eine Ledertasche in der Hand. »Um Himmels Willen, gnädigste! Ich—ich hab nur ein Hemd an!« »Kann ich mir denken, dass Sie nicht in Reitstiefeln schlafen«, murmelte die Alte, ohne ihn anzusehen. »Die hat heute wieder einmal ihren Rappel«, dachte der kaiserliche Leibarzt, und wartete, was die Gräfin sagen werde. Sie schwieg eine Weile und starrte in die Luft. Dann riss sie die Handtasche auf und reichte ihm eine alte Reiterpistole. »Da! Wie ladet man das Zeug?« Flugbeil betrachtete die Waffe und schüttelte den Kopf. »Es ist ein Steinschlossgewehr, gnädigste. Man kann es heutzutage kaum mehr laden. Ich will's aber!« »Nun, man müsste zuerst Pulver in den Lauf schütten, dann eine Kugel und Papier hineinstampfen, und dann Pulver auf die Pfanne geben. Wenn der Feuerstein niederschlägt, zündet der Funke das Ganze.« »Gut, ich danke.« Die Gräfin steckte die Pistole wieder ein. »Gnädigste werden doch nicht am Ende Gebrauch von der Waffe machen wollen. Wenn sie fürchten, es könnte zu Unruhen kommen, wär's doch das Beste, sie führen aufs Land.« »Sie meinen, ich soll vor dem Gesindel davonlaufen, Flugbeil?« Die Gräfin lachte grimmig auf. »Das fehlte noch. Reden mir sich von etwas anderem.« »Wie geht es der Comtesse?« begann der kaiserliche Leibarzt stockend nach einer Pause. »Die Xena ist fort.« »Was?« »Fort?« »Um Himmels Willen ist ihr etwas geschehen. Weshalb sucht man sie nicht?« »Suchen?« »Warum? Glauben Sie, es wird besser, wenn man sie findet, Flugbeil?« »Aber wie ist denn das alles zugegangen? So erzählen Sie doch, Gräfin.« »Zugegangen?« »Sie ist seit Johanni von zu Hause fort. Sie wird wohl beim Ottokar. Wondreig sein. Hab's mir immer gedacht, dass es so kommen muss. Das Blut. Ja, und dann war kürzlich ein Kerl bei mir. Langer gelber Vollbart, grüner Zwicker. Aha, der Brabetz, murmelte der Pinguin. Hat gesagt, er weiß was auf sie. Hat Schweigegeld haben wollen. Hab ihn natürlich rausgeschmissen. »Und hat er denn nichts Genaueres erzählt? Ich bitte Sie, gnädigste. Gesagt hat er, er weiß, dass der Ottokar mein unehelicher Sohn ist.« Der kaiserliche Leibarzt richtete sich empört auf. »Und das haben Sie sich gefallen lassen? Ich werde dafür sorgen, dass man den Halunken unschädlich macht.« »Kümmern Sie sich nicht um meine Angelegenheiten, Flugbeil«, brauste die Gräfin auf. »Die Leute reden noch ganz andere Sachen über mich.« »Haben Sie es denn nie gehört?« »Ich wäre doch sofort eingeschritten«, versicherte Flugbeil. »Ich.« Aber die Alte ließ ihm nicht zu Wort kommen. »Weil mein Mann, der Zaratka, der Oberhofmarschall selig, verschollen ist, heißt es, ich habe ihn vergiftet und seine Leiche im Keller versteckt. Gestern erst wieder in der Nacht haben sich drei Kerle heimlich hereingeschlichen, um ihn auszugraben. Ich habe sie mit der Hundspeitsche hinausgehauen. »Ich glaube, gnädigste, Sie sehen das ein wenig zu schwarz«, fiel der kaiserliche Leibarzt lebhaft ein. »Vielleicht kann ich die Sache aufklären. Es geht nämlich auf dem Ratschin die Sage, im Palais Morzin, wo Sie jetzt wohnen, sei ein Schatz versteckt. Den haben Sie vielleicht ausgraben wollen.« Die Gräfin gab keine Antwort, flackerte mit ihren schwarzen Augen im Zimmer umher. Eine lange Pause entstand. »Flugbeil«, stieß sie endlich hervor, »Flugbeil«. »Ich bitte sehr, gnädigste.« »Flugbeil«, »sagen Sie, halten Sie es für möglich, dass, wenn man einen Toten nach vielen Jahren ausgräbt, dass da Fliegen aus der Erde kommen?« Den kaiserlichen Leibarzt überlief es eiskalt. »Flieh, fliegen?« »Ja, schwärme weiß.« Der kaiserliche Leibarzt zwang sich gewaltsam zur Ruhe. Er drehte den Kopf zur Wand, damit die Zaratka das Grauen in seinem Gesicht nicht sehen solle. »Fliegen können nur von einer frischen Leiche kommen, Gräfin. Schon nach wenigen Wochen ist der Körper eines Menschen, wenn er in der Erde liegt, verwest,« sagte er tonlos. Die Gräfin dachte ein paar Minuten nach, ohne ein Glied zu rühren. Völlig erstarrt. Dann stand sie auf und ging zur Tür, wandte sich noch einmal um. »Wissen Sie das bestimmt, Flugbeil?« »Es ist ganz sicher, ich kann mich nicht irren.« »Gut.« »Adiö, Flugbeil.« »Küß.« »Die Hand.« »Gnä.« »Gnädigste.« Der kaiserliche Leibarzt brachte die Worte kaum heraus. Die Schritte der alten Frau verhalten in dem steinernen Vorzimmer. Der kaiserliche Leibarzt wischte sich den Schweiß von der Stirn. Die Gespenster meines Lebens nehmen Abschied von mir. Entsetzlich, entsetzlich. Eine Stadt des Irrsinns und des Verbrechens hat mich umgeben und meine Jugend gefressen, und ich habe nicht gehört und nicht gesehen, war taub und blind. Er klingelte wie rasend. »Meine Hosen! Zum Donnerwetter, warum bringt man mir meine Hosen nicht?« Er sprang aus dem Bett und lief im Hemd zum Treppengeländer. Alles wie ausgestorben. »Ladislaus! »Ladislaus!« Niemand rührte sich. Die Haushalterin schien wahrhaftig davongelaufen zu sein, wie die Diener Konstantins. »Und der Ladislaus!« »Verdammter Esel!« »Wetten möchte ich, dass er den Brabets totgeschlagen hat!« Er riss das Fenster auf. »Keine Seele auf dem Schlossplatz!« Durch das Teleskop zu schauen, hatte keinen Zweck. Das Ende des Rohrs war mit einem Klappenverschluss bedeckt, und er konnte doch nicht halbnackt auf die Brüstung hinaustreten, um ihn zu entfernen. So viel er mit freiem Auge unterscheiden konnte, wimmelte die Brücke von Menschen. Narretai verfluchte, »jetzt bleibt mir also nichts anderes übrig, als die Koffer wieder auszupacken!« Er wagte sich an eines der ledernen Ungeheuer heran, und öffnete ihm den Rachen, wie der gottselige Androklos dem Löwen, und es quoll ihm eine Flut von Kragen, Stiefeln, Handschuhen und Strümpfen entgegen, nur keine Hosen. Ein Felleisen hauchte die Seele in Form einiger geknüllter Gummimäntel, durchspickt mit Bürsten und Kämmen aus, und sank dann entleert und seufzend zusammen. Ein anderes hatte seinen Inhalt mithilfe einer rötlichen Flüssigkeit, die es mehreren Mundwasserflaschen zu entlocken gewußt, nahezu verdaut. Im Bauch eines Korbes, von sonst recht vertrauenswürdigem Aussehen, fing es an, hoffnungsvoll zu klingeln, kaum daß der Pinguin die Hand ans Schloss gelegt. Aber es war nur der versehentlich eingepackte Küchenbäcker, der, von der engen Umarmung zahlreicher Schlummerpolster und feuchte Handtücher betäubt gewesen, nunmehr ahnungsfroh wie eine Lerche sein schmetterndes Morgenlied angestimmt hatte. Bald glich das Zimmer dem Tummelplatz eines Hexensabbats, angeordnet Berufsinventuraufnahme von Tietz oder Wertheim. Nur eine einzige, utensilienfreie Insel war dem Pinguin geblieben, von der er aus gestreckten Halses das unter der plutonischen Schaffenskraft seiner Hände aufgetürmte vulkanische Gelände ringsum überschauen konnte. Mit zornklimmenden Augen spähte er zu seinem Bette hin. Von dem Wunsche durchglüht, seiner Taschenuhr auf dem Nachtkastel habhaft zu werden, um nachsehen zu können, wie spät es sei, und von je ausbrechendem Ordnungssinn befallen, spannte er seine Kniekehlen, um einen Gletscher weiß gestärkter Frackhemden zu erklimmen, aber es gebrach ihm an Mut, sein Vorhaben auszuführen. Nicht einmal Harras, der kühne Springer, hätte es gewagt, sich über solches Hindernis hinwegzusetzen. Er dachte nach. Nur noch zwei Koffer konnten die heißersehnten Beinhüllen bergen. Entweder der eine, eine gelbe, langgestreckte Kanalie aus Leipzig von Mädler und Co., oder der andere, ein starrer Granitwürfel aus grauer Leinwand, regelmäßig behauen in der Form wie ein Eckstein zu Salomons Tempel. Er entschloss sich nach längerem Schwanken zu dem Eckstein, verwarf ihn jedoch alsbald, denn sein Inhalt entsprach nicht dem Gebot der Stunde. Wohl näherten sich die Dinge, die er darin fand, ereignissengleich, die ihre Schatten vorauswarfen, hinsichtlich ihres Zweckes den Bedürfnissen der unteren Hälfte der Menschen, aber Hosen waren es deshalb noch lange nicht. Bloß zu anderen Zeiten nützliche Gegenstände traten dazu Tage. Eine zusammengerollte Badewanne aus Kautschuk, ein Stoß Seidenpapier, eine Wärmeflasche und ein geheimnisvoll bronzefarbig lackiertes Blechgefäß mit Schnabel, daran ein langer roter Gummischlauch sich, nach dem Vorbild der Schlange des Laokeon, nur viel kleiner und dünner, um den Hals der irrtümlich ins Reisegepäck geratenen Schreibtischstatuette des Feldherrn Graf Radetzky gewickelt hatte. Ein Seufzer der Befriedigung entrang sich der gequälten Brust Thaddeus Flugballs, er entsprang natürlich nicht der Freude des Wiedersehens mit dem roten, hinterlistigen Schlauch, sondern vielmehr dem frohen Bewusstsein, dass hinfort kein Missgriff mehr möglich sei, und nur noch eine dünne, in Sachsen hergestellte Scheidewand, Herren und Hose, Wunsch und Erfüllung voneinander trennten. Mit vorgestreckten, grausamen Ringerhänden näherte sich der herrkaiserliche Leibarzt, gedeckt von einem Hügel aus Brokatwesten und Zigarettenschachteln, Schritt für Schritt dem scheinbar arglosen Friedenserzeugnis aus dem verbündeten Nachbarreiche. Die Ränder fest zusammengebissen, heimtückisch funkelnden Schlüssellochs und auf das eigene Gewicht vertrauend, blond und niederträchtig, erwartete das rohrplattengepanzerte Fabrikat von den Ufern der Pleiße den Angriff des Pinguins. Zuerst ein prüfendes Abtasten, ein fast zärtliches Drücken und Kneten der vorspringenden Knöpfe und Warzen, dann ein ärgerliches Zerren an der messingnen Unterlippe, sogar Fußtritte, schließlich psychologische Schreckversuche sollten es wohl sein, Anrufungen des Fürsten der Unterwelt. Aber alles umsonst. Nicht einmal den Regungen des Mitleids war der Sprössling der Firma Mädler & Co. zugänglich. Es ließ ihn kalt, daß der Herr kaiserliche Leibarzt sich in der Hitze des Gefechts die Schleppe seines Hemdes abtrat. Der herzzerreißende Leinwand-Schrei des schönen Büßergewandes verhallte ungewollt in der Luft. Der Pinguin entwurzelte ihm das linke lederne Ohr, wach fürs Wut rauchend dem hämisch grinsenden Spiegelschrank ins Gesicht. Vergebens, der Sachse tat den Mund nicht auf. Ansturm auf Ansturm warf er zurück, ein Meister der Verteidigung. Antwerpen war ein Schmarren dagegen. Der verschlossene Sachse wußte, daß die wahre Springwurzel, sein Bollwerk zu bezwingen, ein kleiner stählerner Schlüssel, sicherer als in einer Dielenritze verborgen war, daß dieser Schlüssel an einem Ort hing, wo ihn der Herr kaiserliche Leibarzt tagelang nicht finden würde. Nämlich an einem blauen Bändchen um den Hals seiner Exzellenz selbst. Hosenlos, die Hände ringend, ragte der Flugbeil wieder mitten aus seiner Insel und blickte bald, hilfesuchend, zu der Glocke auf dem Nachttischchen hin, bald verzweifelt an seiner dürren Wade nieder, an der, unverhüllt von dem zerrissenen Hemd, die grauen Haare wie Drähte abstanden. Hätte er eine Flinte gehabt und ein Kornfeld, er würde ersteres in letzteres geworfen haben. »Hätte ich doch geheiratet«, jammerte er kreisenhaft weinerlich vor sich hin, »wie anders wäre alles gekommen? Jetzt muß ich den Abend meines Lebens allein und verlassen verbringen. Nicht einen einzigen Gegenstand besitze ich, der mich lieb hätte. Und ist's denn ein Wunder? Nie hat eine liebende Hand mir etwas geschenkt. Wie sollte Liebe von Dingen ausgehen? Alles habe ich mir kaufen müssen, sogar die da. Er nickte seinen vergissmeinichtumrandeten Tigerpantoffeln trübselig zu. Extra geschmacklos habe ich sie mir bestellt, um mir einreden zu können, sie seien ein Geschenk. Ich habe geglaubt, dass dadurch die heimliche Traulichkeit in meiner Stube einziehen würde. Oh Gott, wie habe ich mich geirrt! Und traurig gedachte er der einsam verbrachten Winternacht, wo er sich sie in einer Anwandlung von Rührseligkeit selbst zum Christkind beschert hatte. Oh Gott, wenn ich wenigstens einen Hund besäße, der mich lieb hat, wie der Brock den Elsenwanger! Er fühlte, dass es das Kindliche des Alters war, das ihn ergriffen hatte. Er wollte sich dagegen wehren, aber er fand die Kraft nicht mehr. Es half nicht einmal, dass er sich, wie zuweilen in solchen Fällen, selbst mit Exzellenz anredete. Ja, ja, der Zrückatlo hat ganz recht gehabt beim grünen Frosch. Ich bin ein Pinguin und kann nicht fliegen. Hab doch nie fliegen können. Ende von Kapitel 7 Gelesen von Hokus Pokus Teil 13 von Walpurgisnacht Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Walpurgisnacht von Gustav Meyrink Kapitel 8 Die Reise nach Pisek Teil 1 Abermals hatte es geklopft, immer wieder und wieder, lauter und leiser, aber der Herr kaiserliche Leibarzt getraute sich nicht mehr, herein zu sagen. Er wollte sich nicht der Hoffnung hingeben, es könne die Haushälterin sein, die ihm seine Hosen brächte. Nur nicht noch eine Enttäuschung. Die Stimmung, sich selbst zu bedauern, in der sich Kinder und Greise so oft gefallen, hatte ihn völlig unterjocht. Aber endlich murmelte er trotzdem herein. Wieder schlug die Hoffnung fehl. Als er scheu aufsah, steckte die böhmische Liesel schüchtern den Kopf ins Zimmer. Da hört sich doch alles auf, wollte der Herr kaiserliche Leibarzt aufbrausen, aber es gelang ihm nicht einmal, sein Exzellenzgesicht aufzusetzen, geschweige denn, die barschen Worte herauszubringen. Geh Sie, Liesinko, bitt Sie, bring Sie mir meine Hosen, hätte er gern in seiner Hilflosigkeit gefläht. Die Alte las in seinem Minenspiel, wie weich ihm ums Herz war, und fasste Mut. Verzeih, Thaddeus, ich schwör dir, es hat mich niemand gesehen. Ich wär auch nie zu dir herauf auf die Burg gekommen, aber ich muss dich sprechen. Hör mich an, Thaddeus, ich bitte dich. Nur eine einzige Minute, es geht ums Leben, Thaddeus. Hör mich an. Es kommt gewiss niemand, es kann niemand kommen. Ich hab zwei Stunden unten gewartet und mich überzeugt, dass niemand im Schloss ist. Und selbst wenn jemand käme, ich würd mich lieber zum Fenster hinausstürzen, als dass ich dir die Schand antippt, dass man mich hier im Zimmer antrifft. Sie hatte die Sätze mit fliegendem Atem und in steigender Erregung hervorgestoßen. Einen Moment lang kämpfte der kaiserliche Leibarzt mit sich. Mitleid und altgewohnte Angst um den seit mehr als einem Jahrhundert hochgehaltenen, fleckenlosen, guten Ruf, des Namens Flugbeil, lagen im Streit miteinander. Dann reckte sich ein freier, selbstbewusster Stolz, den er fast wie etwas Fremdes empfand, in ihm empor. Schwachsinnige Trottel, besoffene Schlemmer, treulose Dienstboten, abgefeimte Wirte, Erpressergesindel und Gattenmörderinnen, wohin ich schaue. Weshalb sollte ich eine Ausgestoßene, die jetzt, noch mitten in ihrem Schmutz und Elend, mein Bild in Ehren hält und küsst, nicht freundlich aufnehmen? Er streckte der böhmischen Liesel lächelnd die Hand entgegen. »Komm, setz dich, Liesinko, mach's dir bequem, beruhig dich und wein nicht. Ich freu mich doch, wirklich, von Herzen. Überhaupt, das muss jetzt anders werden. Ich dulz nicht länger, dass du hungerst und im Elend zugrunde gehst. Was kümmern mich die Leute?« »Flugbeil! Thaddeus, tat, tat, Thaddeus!« schrie die Alte auf und hielt sich mit beiden Händen die Ohren zu. »Sprich nicht so, Thaddeus, mach mich nicht wahnsinnig. Der Wahnsinn läuft durch die Straßen, am hellerlichten Tag. Alle hat's schon gepackt, nur mich nicht. Halt den Kopf beisammen, Thaddeus, werd nur du nicht verrückt. Sprich nicht so zu mir, Thaddeus. Ich darf jetzt nicht den Verstand verlieren. Es geht ums Leben, Thaddeus. Du musst fliehen. Jetzt, jetzt gleich!« Sie lauschte zum Fenster hin mit offenem Mund. »Hörst du's? Hörst du's? Sie kommen! Rasch! Versteck dich! Hörst du sie trommeln? Da! Wieder! Der Zitzka! Jan Zitzka von Trocknoff! Der Zuckatlo! Der Teufel! Erstochen hat er sich! Die Haut haben sie ihm abgezogen! Bei mir! In meinem Zimmer! Er hat's so gewollt! Und auf eine Trommel gespannt! Der Gerber Havlik hat's getan! Er geht vor ihnen her und trommelt! Die Hölle ist los! Die Rinnsteine sind voll Blut! Borivoi ist König! Der Ottokar Borivoi!« Sie warf die Arme vor und starrte, als sähe sie durch die Mauern hindurch. »Sie werden dich erschlagen, Thaddeus! Der Adel ist schon geflohen, heute Nacht. Haben sie dich denn alle vergessen? Ich muss dich retten, Thaddeus. Sie erschlagen alles, was zum Adel gehört. Einen hab ich gesehen, der hat sich niedergebeugt und das rinnende Blut aus der Gosse getrunken. Da, da, die Soldaten kommen! Die Soldat!« Sie brach erschöpft zusammen. Flugbeil fing sie auf und legte sie auf einen Kleiderhaufen. Das Haar stand ihm zu Berge vor Entsetzen. Sie kam sofort wieder zu sich und wollte von Neuem anfangen. »Die Trommel aus Menschenhaut! Versteck dich, Thaddeus! Du darfst nicht ums Leben kommen!« Er legte die Hand auf den Mund. »Sprich jetzt nicht, Lysenko. Hörst du? Folg mir. Du weißt, ich bin Arzt und muss das besser verstehen. Ich werde dir Wein bringen und was zu essen.« Er blickte sich um. »Herrgott, wenn ich nur meine Hosen hätt! Es geht gleich wieder vorüber. Der Hunger hat dich halt verwirrt, Lysenko.« Die Alte machte sich los und zwang sich, die Fäuste ballend, so ruhig wie möglich zu reden. »Nein, Thaddeus, du irrst dich. Ich bin nicht verrückt, wie du glaubst. Es ist alles wahr, was ich gesagt hab. Wort für Wort. Freilich, sie sind erst unten am Waldsteinplatz. Die Leute werfen in ihrer Angst die Möbel aus den Fenstern, um ihnen den Weg zu versperren. Und einige, die zu ihren Herren halten, brave Burschen leisten ihnen Widerstand und bauen Barrikaden. Der Moller Osman, der Tatar vom Prinzen Roan, führt sie an. Aber jeden Augenblick kann der Khadjin in die Luft fliegen. Sie haben alles unterminiert. Ich weiß es von den Arbeitern. Wie aus alter Berufsgewohnheit legte ihr der Leibarzt die Hand auf die Stirn, ob sie nicht fiebere. »Sie hat ein sauberes Tuch um«, streifte ihn ein flüchtiger Gedanke. »Mein Gott, sogar den Kopf hat sie sich gewaschen.« Sie erriet, dass er sie immer noch für krank hielt, und dachte einen Augenblick nach, ehe sie fortfuhr, was sie tun könne, um ihn von der Richtigkeit ihrer Angaben zu überzeugen. »Willst du mir nicht eine Minute richtig zuhören, Thaddeus? Ich bin hergekommen, um dich zu warnen. Du musst sofort fliehen. Irgendwie. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Dann sind sie hier oben auf dem Burgplatz. Sie wollen vor allem die Schatzkammer plündern und den Dom. Du bist keine Sekunde mehr deines Lebens sicher. Verstehst du mich?« »Aber ich bitte dich, Lesinko«, wendete der kaiserliche Leibarzt ein, immerhin arg erschrocken, »in einer Stunde längst wird Militär da sein. Was glaubst du denn? Heutzutage solche Verrücktheiten. Ich gebe zu, es mag schlimm zugehen, gar unten in der Welt, in Prag, aber hier oben, wo die Kasernen sind.« »Kasernen?« »Ja, aber Leere. Dass die Soldaten kommen werden, weiß ich auch, Thaddeus, aber vielleicht morgen, wenn nicht übermorgen oder erst nächste Woche werden sie hier eintreffen. Dann ist es zu spät. Ich sag dir doch, Thaddeus, glaub mir, der Ratschin steht auf Dynamit. So wie die ersten Maschinengewehre kommen, fliegt alles in die Luft.« »Also ja, meinetwegen, aber was soll ich denn tun?« krächzte der Leibarzt. »Du siehst doch, ich habe keine Hosen.« »Nur so zieh halt welche an.« »Wenn ich aber den Schlüssel nicht find,« heulte der Pinguin auf, mit einem erbosten Blick auf den sächsischen Koffer, »und das Mistvieh von Haushälterin ist auf und davon.« »Du hast doch da einen Schlüssel um den Hals. Vielleicht ist es der?« »Schlüssel?« »Ich? Hals?« Der Herr kaiserliche Leibarzt fuhr sich an die Gurgel, stieß einen markerschütternden Freudenschrei aus und hüpfte mit der Behändigkeit eines Kängurus über den Westenberg. Einige Minuten später saß er, glückstrahlend wie ein Kind, in Rock, Hosen, Strümpfen und Stiefeln auf der Kuppe des Hemdengletschers, ihm gegenüber auf dem anderen Hügel die böhmische Liesel, und zwischen den beiden, unten in der Tiefe, wandte sich ein farbiges Band aus Krawatten bis zum Ofen hin. Die Alte verfiel wieder in ihre Unruhe. »Draußen geht jemand. Hörst du's denn nicht, Thaddeus?« »Es wird der Ladislaus sein,« gab der Pinguin gleichmütig zurück. Seit er seine Hosen wieder hatte, existierten Furcht und Unschlüssigkeit nicht mehr für ihn. »Dann muss ich fort, Thaddeus. Was, wenn er mich hier bei dir sieht? Thaddeus, um Gottes Willen, schieb's nicht länger. Der Tod steht vorm Haus. Ich, ich wollte dir noch—« Sie holte ein Päckchen, in Papier gewickelt aus der Tasche, steckte es rasch wieder ein. »Nein, ich, ich kann nicht.« Die Tränen stürzten ihr plötzlich aus den Augen. Sie wollte zum Fenster eilen. Der Herr kaiserliche Leibarzt drückte sie sanft auf ihren Hügel zurück. »Nein, Liesinko, so gehst du mir nicht. Flenn nicht und schlag nicht um dich, Liesinko, jetzt red ich.« »Aber der Ladislaus kann doch jeden Augenblick hereinkommen. Und— Und du musst fort! Du musst! Das Dynamit!« »Ruhig Blut, Liesinko. Erstens kann's dir wurscht sein, ob der blöde Jan der Ladislaus hereinkommt oder nicht, und zweitens geht Dynamit nicht los.« »Dynamit auch noch! Das könnt mich so haben. Überhaupt ist Dynamit ein dummer Prager Schwindel. Ich glaub nicht an Dynamit. Aber was wichtiger ist, du bist hergekommen, um mich zu retten, nicht wahr? Hast du nicht wohin gesagt, sie haben mich alle vergessen, und keiner hat sich um mich gesorgt? Glaubst du wirklich, ich wär ein solcher Schuft und schämte mich deiner, wo du die Einzige warst, die an mich gedacht hat?« »Wir müssen jetzt sich halt überlegen, was weiter geschieht, Liesinko. Weißt, ich denk mir halt—« Der Herr Kaiserliche Leibarzt kam vor Glück, nicht mehr im Nachthemd dasitzen zu müssen, unwillkürlich ins Schwätzen hinein, und bemerkte erst gar nicht, dass die böhmische Liesel aschgrau im Gesicht wurde und, an Händen und Füßen zitternd, den Mund aufriss und wieder schloss, als müsse sie ersticken. »Ich denk mir halt, zuerst fahr ich nach Karlsbad und bring dich derweilen irgendwo hin aufs Land. Natürlich lass ich dir ein Geld da. Brauchst dich nicht zu sorgen, Liesinko. No, und nachher? Da lassen wir sich zusammen in Leitomischel nieder.« »Nein, nicht in Leitomischel, das ist ja trieben über der Moldau. Es fiel ihm ein, dass er bei einer solchen Reise unbedingt eine Brücke passieren müsse. Aber vielleicht—« Er raffte alle seine geografischen Kenntnisse zusammen. »Aber vielleicht in Pisek? In Pisek, Herrich, lebt es sich ungestört.« »Ja, ja, Pisek, das ist das Richtige. Damit meine ich natürlich—«, fuhr er hastig fort, damit sie nicht etwa auf den Gedanken käme, »er spiele auf künftige Flitterwochen an. Damit meine ich natürlich, es kennt uns dort niemand. Und du führst mir die Wirtschaft und gibst auf meine Hosen Obach. No, und so. Brauchst nicht glauben, dass ich viele Ansprüche mache.« »In der Früh ein Cafitschko mit zwei Mundsemmeln, am Vormittag mein Gulasch mit drei Salzstangerln zum Soßauftitschen, no, und zu Mittag, wenn's Herbst ist, Zwetschenknödel.« »Um Gottes Willen! Lysinko, was ist dir? Jesus Maria!« Die Alte hatte sich mit einem gurgelnden Laut in die Krawattenschlucht gestürzt, lag zu seinen Füßen und wollte ihm die Stiefel küssen. Vergebens bemühte er sich, sie aufzuheben. »Lysinko, geh! Mach doch keine Geschichten! Schau! Was ist denn weiter, Dab?« Verrührung erstickte ihm die Stimme. »Lass mich, lass mich da liegen, Thaddeus,« schluchzte die Alte. »Bitte dich! Schau mich nicht an! Du, du machst dir die Augen schmutzig!« »Lys«, wirkte der kaiserliche Leibarzt, brachte aber den Namen nicht heraus. Er räusperte sich, krächzte wie ein Rabe, als wäre er sich gegen einen heftigen Hustenreiz. Eine Stelle aus der Bibel fiel ihm ein, aber er schämte sich, sie auszusprechen, um nicht pathetisch zu werden. Überdies wusste er sie nicht genau. Und »Ermangeln sich des Ruhmes«, zitierte er schließlich automatisch. Eine lange Zeit verging, ehe die böhmische Liesel ihre Fassung wiedergewonnen hatte. Dann stand sie vor ihm, plötzlich wie verwandelt. Er hatte innerlich gefürchtet, ganz leise und heimlich, wie alte Leute, die die Erfahrung eines langen Lebens in solchen Dingen hinter sich haben, dass eine abgeschmackte, nüchterne Stimmung auf den Gefühlserguss folgen müsse, aber zu seiner Überraschung trat nichts dergleichen ein. Die da vor ihm stand, die Hände auf seine Schultern gelegt, war in keinem Zug mehr die alte, grauenhafte Liesel, aber auch nicht die Junge, wie er sie einst zu kennen geglaubt. Sie bedankte sich mit keinem Wort mehr für das, was er ihr gesagt und ihr angeboten hatte, streifte nicht einmal die Szene. Ladislaus klopfte, trat ein, blieb verblüfft auf der Schwelle stehen, zog sich scheu wieder zurück. Sie blickte nicht hin. »Taddeus, mein lieber, guter, alter Taddeus, jetzt weiß ich selber, warum's mich hergezogen hat. Ich hab's nur vergessen gehabt. Ja, gewiß, ich hab dich warnen wollen und dich bitten, dass du fließt, ehe's zu spät ist. Aber das allein war's nicht. Ich will dir sagen, wie alles gekommen ist. Neulich abends ist mir dein Bild, weißt du, das, was auf der Kommode steht, aus der Hand gefallen, wie ich's hab küssen wollen. Ich war so unglücklich darüber, dass ich geglaubt hab, ich müsst sterben. Du darfst nicht lachen. Aber, weißt du, es war halt das Einzige, was ich noch von dir gehabt hab. In meiner Verzweiflung bin ich zum Zrückatloh in sein Zimmer hineingelaufen, damit er mir helfen soll. Er, er war damals noch nicht tot. Sie schauderte in der Erinnerung an das grässliche Ende des Schauspielers. »Helfen?« »Wieso helfen?« fragte der kaiserliche Leibarzt. »Der Zrückatloh hätt dir helfen sollen?« »Ich kann's dir nicht erklären, Thaddeus. Ich müsste da eine lange, lange Geschichte erzählen. Ich würde sagen, ein anderes Mal, wenn ich nicht so genau wüsste, dass wir uns nicht wiedersehen. Wenigstens nicht.« Ein Glanz trat in ihr Gesicht, als wolle die bezaubernde Schönheit ihrer Jugend wieder auferstehen. »Aber nein, ich will's nicht aussprechen. Du könntest dir denken, junge Huren, alte Beetschwestern.« »War denn der Zrückatloh dein... dein Freund? Versteh mich nicht falsch, Lysinko, ich meine...« Die böhmische Liesel lächelte. »Ich versteh schon, wie du's meinst. Dich kann ich nie mehr falsch verstehen, Thaddeus.« Ein Freund, er war mir mehr als ein Freund. Manchmal war's mir, als hätte sich der Teufel selber meine Erbarmt in meinem Jammer und wäre in die Leiche irgendeines Schauspielers gefahren, um mir Linderung zu bringen. Ich sage, der Zrückatloh war mir mehr als ein Freund. Er war mir ein Zauberspiegel, in dem ich dich immer wieder vor mir sehen konnte, wenn ich wollte. Ganz so wie... wie einst. Mit deiner Stimme, mit deinem Gesicht. Wie er das hat machen können, ich hab's nie verstanden. Freilich, man kann sich ein Wunder nicht erklären. »So heiß hat sie mich geliebt, dass ihr sogar mein Bild erschienen ist,« murmelte Flugbeil tief ergriffen in sich hinein. »Wer der Zrückatloh in Wirklichkeit war, hab ich nie erfahren. Er hat eines Tages vor meinem Fenster am Hirschgraben gesessen. Das ist alles, was ich von ihm weiß. Aber ich will nicht abschweifen. Also, ich bin in meiner Verzweiflung zum Zrückatloh gelaufen. Im Zimmer war es schon ganz dunkel, und er ist an der Wand gestanden, als hätte er auf mich gewartet. So kam's mir vor, denn ich hab seine Gestalt kaum mehr unterscheiden können. Ich hab ihn bei deinem Namen angerufen, aber er hat sich nicht in dich verwandelt wie sonst. Ich lüg dich nicht an, Thaddeus, aber plötzlich, ich schwör's dir, war statt seiner ein anderer da, den ich noch nie vorher gesehen hab. Es war kein Mensch mehr, nackt bis auf ein Hüftentuch, schmal um die Schultern und etwas Schwarzes, Hohes auf dem Kopf, das aber doch in der Finsternis geglitzert hat. »Sonderbar, sonderbar, ich hab heute Nacht von so einem Wesen geträumt.« Der Herr, kaiserliche Leibarzt, griff sich sinnend an die Stirn. »Hat er mit dir gesprochen? Was hat er gesagt?« »Er hat etwas gesagt, was ich erst jetzt verstehe. Er hat gesagt, sei froh, dass das Bild zerbrochen ist. Hast du dir denn nicht immer gewünscht, es soll zerbrechen? Ich hab dir deinen Wunsch erfüllt. Warum weinst du? Es war ein trügerisches Bild. Sei nicht traurig. Und er hat noch mehr gesagt. Von einem Bild in der Brust, das nie zerbrechen kann. Von einem Land der ewigen Jugend hat er gesprochen. Aber ich hab's nicht recht begriffen, denn ich war verzweifelt und hab immer nur geschrien, »Gib mir mein Bild zurück!« »Und deshalb hast du dich zu mir?« »Ja, deshalb hat's mich zu dir gezogen.« »Schau mich jetzt nicht an, Thaddeus. Es täte mir weh, wenn ich in deinen Augen einen Zweifel lesen müsst. Und es klingt so, so dumm, wenn ich als altes Weib und als, als Auswurf der Menschheit es sag. Ich hab dich immer lieb gehabt, Thaddeus. Dich und dann später dein Bild. Aber es hat meine Liebe nicht zurückgegeben. Es hat mir nicht geantwortet. So aus dem Herzen heraus, mein ich. Weißt du, es war immer stumm und tot. Und ich hätt' doch so gern geglaubt, dass ich dir ein bissl was gewesen bin. Aber ich hab's nicht können. Ich hab gespürt, dass ich mich selber anlüg, wenn ich's mir hab einreden wollen. Und ich wär so glücklich gewesen, wenn ich nur ein einziges Mal hätt' wirklich glauben können. Lieb hab ich dich gehabt, wie du dir's gar nicht vorstellen kannst. Nur dich allein, nur dich von der ersten Stunde an. Und dann hat's mir Tag und Nacht keine Ruhe gelassen. Und ich hab zu dir gehen wollen und dich um ein neues Bild bitten. Aber ich bin immer wieder umgekehrt. Ich hätt's nicht überleben können, dass du mir Nein sagst. Ich hab doch gesehen, wie du mir neulich schon das Erste hast wegnehmen wollen, weil du dich geschämt hast und es auf meiner Kommode steht. Endlich hab ich mich aber doch getraut und... Lysinko, ich... Meiner Seele und Gott, ich hab kein Bild von mir. Ich hab mich seitdem nie mehr fotografieren lassen, beteuerte der Pinguin eifrig. Aber sobald mir in Pisek sind, ich versprech dir... Die bürmische Liesel schüttelte den Kopf. Ein so schönes Bild, wie du's mir vorhin geschenkt hast, Thaddeus, kannst du mir nicht geben. Ich werd's immer bei mir herumtragen, und es wird nie mehr zerbrechen. Aber jetzt leb wohl, Thaddeus. Liesel, was fällt dir ein? Lysinko, rief der Pinguin und haschte nach ihrer Hand. Jetzt, wo mir sich endlich gefunden haben, willst du mich allein lassen? Aber die Alte stand bereits an der Tür und winkte ihm unter Tränen lächelnd zu. Lysinko, um Gottes Willen, hör mich doch an! Eine Explosion, so fürchterlich, dass die Fensterscheiben klirrten, zerriss die Luft. Gleich darauf sprang die Türe auf, und der Hausknecht Thaddeuslaus stürzte totenblass herein. »Was noß, die Exzellenz, sie kommen sich die Schlossstiege herauf, fliegt sich die ganze Stadt in die Luft! »Meinen Hut, meinen, meinen Degen«, schrie der kaiserliche Leibarzt, »meinen Degen!« Mit blitzenden Augen, die Lippen schmal zusammengebissen, stand er mit einem Mal in seiner ganzen ungeheuren Größe hoch aufgerichtet da, eine solche wilde Entschlossenheit im Gesicht, dass der Diener zurückprallte. »Meinen Degen will ich haben, verstehst du nicht? Ich werd den Hunden zeigen, was es heißt, die königliche Burg zu stürmen. Weg da!« Ladislaus stellte sich vor die offene Tür. »Exzellenz werden sich nicht gehen, ich dulz nicht!« »Was soll das heißen? Weg da!«, sag ich, schäumte der Leibarzt. »Ich lasse ich eure Exzellenz nicht durch. Könnt's mir bitte niederschlagen, aber durch lasse ich Ihnen nicht.« Der Diener, weiß wie der Kalk der Wand, wich nicht von der Stelle. »Kerl, bist du verrückt geworden? Gehörst du auch zu der Bande? Meinen Degen her!« »Exzellenz haben sich keinen Degen nicht, und es isse sich alles umsonst. Es ist der sichere Tod draußen. Mut ist schänen, aber hat es sich keinen Zweck nicht. Ich führe Ihnen später, wenn Sie wollen, durch den Schlosshof hinüber zum Erzbischöflichen Palais. Von Durten ist es sich leicht in der Finsternis entkommen. Ich habe die schwerer Eichel der Pfurten zugespirrt. So schnell brechen sich mir die nicht herein. Ich darf ich's nicht mit ansägen, dass sich Knehern in die offene Todesgoschen hineinläuft.« Der Herr Kaiserliche Leibarzt kam zur Besinnung. Er sah sich um. »Wo ist die Liesel?« »Furt! Prick!« »Ich muss hier nach! Wo ist sie hin?« »Das weiß ich nicht.« Der Herr Kaiserliche Leibarzt stöhnte auf, wurde plötzlich wieder ratlos. »Exzellenz, müssen sich zu Ferder Stammal ordentlich anziehen,« redete ihm der Hausknecht beruhigend zu. »Haben bitte noch gar keinen Schlips, ummerdumm, und nur keine Überstürzung nicht. Dann geht es sich am schnellsten. Bis Nachmittag verstecke ich Ihnen, und dann wird der ärgste Sturm verrieber sein, vorläufig. Dann werde ich schauken, dass ich Ihnen die Troschke verschaffe. Mit dem Wenzel habe ich schon gesprochen. Er wird sich, wann's dunkel wird, mit dem Karliczek am Strahofer Tor warten. Dort ist alles ruhig, und bis da hinaus kommt auch wahrscheinlich kein Mensch nicht. So, und noch geschwind Handknöpfel hinten zuzwicken, sonst rutschte sich Kragen in die Hähe. Fertig. Jetzt freilich müssen sich Exzellenz hier warten, aber es nutzt nix. Gehnt sich nicht anders. Hab ich mir alles genau überlegt. Für später brauchen's keine Sorgen nicht zu haben. Ich räum schon hier auf. Mich werden's schon nicht erschlagen. Es wär auch nicht so leicht. Und dann bin ich doch selber Bähme. Ehe der Herr kaiserliche Leibarzt noch Widerspruch erheben konnte, hatte Ladislaus bereits das Zimmer verlassen und die Tür hinter sich abgesperrt. Ende von Kapitel 8 Teil 1 Gelesen von Hokus Pokus In unerträglicher Langsamkeit, mit schwerbleiernden Gewichten an den sonst so beschwingten Füßen, schleppten sich die Stunden für den Pinguin dahin. Stimmungen aller Art befielen ihn und ließen wieder ab von ihm, um neuen Platz zu machen. Von Wutausbrüchen, in denen er mit geballten Fäusten an die geschlossene Tür hämmerte und nach Ladislaus rief, angefangen, bis zur müden Resignation. Nüchterne Momente kamen, die ihnen Hunger spüren, und eine im Hamsterschränkchen versteckte Salami aufstöbern ließen. Tiefste Niedergeschlagenheit, seinen Freund Elsenwanger verloren zu haben, wechselte mit minutenlang auftauchender, beinahe jugendlicher Zuversicht in Pisek, ein neues Leben zu beginnen. Gleich darauf sah er ein, wie töricht eine solche Hoffnung sei und dass derartig sanguinische Pläne selbstverständlich im Sande verlaufen müssten. Bisweilen kam es wie eine gewisse verstohlene Befriedigung über ihn, dass die böhmische Liesel auf seinen Antrag, Haushälterin bei ihm zu werden, nicht eingegangen war, und eine Minute später schämte er sich wieder bis in die Seele hinein, die warmen Worte, die er zu ihr gesprochen hatte, so bald schon als knabenhafte Übereilung, sozusagen als studentische Bocksprünge empfinden zu können, ohne rot zu werden. Statt dass ich das Bild, das sie von mir heimgenommen hat, selbst hochhalte, trete ich es mit eigenen Füßen in den Schmutz. Ein Pinguin? Ich? Froh könnte ich sein, wenn ich's wäre. Ein Schwein bin ich. Der unerquickliche Anblick des Wüsten Durcheinanders ringsum vertiefte noch seine Melancholie. Aber nicht einmal Trauer und Selbstbeweinung konnten sich in ihm dauernd festsetzen. Die Reue verflog, wenn er an den Glanz dachte, den er im Gesicht der Alten hatte aufleuchten sehen, und wurde zu einer wortlosen, jubelnden Freude in seinem Herzen, die er sich als kommende schöne Tage in Karlsbad und später in Pisek weiter ausmalte und gegenständlich machte. Er zog gewissermaßen alle die Ich, die sein Leben ausgemacht hatten, noch einmal an, ehe er auf die Reise ging. Der Pedant war das letzte Kleid, in das er sich hüllte. Das Getöse und das Stimmengewirr, das von draußen her von Zeit zu Zeit an sein Ohr schlug, lautbrausend und heulend wie die wilde Jagd bisweilen und dicht am Fuße der Burg, dann wieder zu lautloser Stille erstorben, wenn die Wogen des Aufruhrs zurückäppten, fanden keinen Eingang in sein Interesse. Alles, was mit dem Pöbel und seinen Taten zusammenhing, war ihm von Kindesbeinen an verächtlich, gleichgültig oder hassenswert gewesen. »Ich muss mich vor allem rasieren«, sagte er selbst, »das Übrige findet sich dann von selbst. Als Stoppelfeld kann ich nicht auf die Reise gehen.« Bei dem Wort »Reise« gab's ihm einen leisen Ruck. Es war, als hätte sich eine Sekunde lang eine dunkle Hand auf sein Herz gelegt. Im selben Augenblick fühlte er tief im Innersten, dass es seine letzte Reise sein würde, aber die Lust, sich zu rasieren und voll Muße und Gelassenheit Ordnung in seinem Zimmer zu schaffen, ehe er ging, ließ es auch nicht zu einer Spur von Unruhe oder Besorgnis in ihm kommen. Die erwachende Ahnung seiner Seele, dass in Bälde die Walpurgisnacht des Lebens einem strahlenden Tag weichen werde, erfüllte ihn mit Behagen, und die unbestimmte, aber freudig zitternde Gewissheit, er brauche nichts auf der Erde zurückzulassen, dessen er sich schämen müsste, stimmte ihn froh. Er war mit einem Mal eine wirkliche Exzellenz geworden. Mit peinlicher Sorgfalt rasierte und wusch er sich, schnitt und polierte seine Nägel, legte Hose um Hose in die Bügelfalten und hängte sie in den Schrank, Röcke und Westen darüber, auf die Achsel spreizen, ordnete die Kragen in symmetrischen Kreisen und die Krawatten in einer farbenprächtigen Flaggengala. Das Waschwasser wurde in den Toiletteneimer gegossen, die Kautschukwanne zusammengerollt und jeder Stiefel behutsam über seinen Leisten gezogen. Dann wurden die leeren Koffer aufeinandergeschichtet und an die Wand geschoben. Ernst, aber ohne Vorwurf im Herzen, klappte er zuletzt die blonde Kanalie zu und band ihr, auf dass sie nie mehr gegen den Stachel löcke, wer auch immer in Hinkunft ihn gegen sie schwänge, die blaue Schnur mit dem Schlüssel in die Schnauze. Bis dahin hatte er nicht darüber nachgedacht, welchen Anzug er zu seiner Reise wählen sollte. Er brauchte es auch jetzt nicht zu tun, der richtige Einfall kam ihm in der richtigen Sekunde. Die Gala-Uniform, die er seit Jahren nicht mehr getragen hatte, hing in einem tapetenbeklebten Wandschrank, sein Degen daneben, der samtene Dreispitz darüber. Er zog sie an, in würdevoller Ruhe, Stück für Stück, die schwarzen Pantalons mit den goldenen Streifen, die glänzenden Lackstiefel, den goldbordürten Leibrock mit den zurückgenähten Schößen, das schmale Spitzenjabot unter der Weste, schnallte den Degen mit dem Perlmuttergriff um und schlüpfte mit dem Kopf durch die Kette, an der das Schildkrötlerunion hing. Das Nachthemd legte er in das Bett und strich mit der Hand über die Polster, bis auch die letzten Knitter verschwunden waren. Dann setzte er sich an den Schreibtisch, versah, wie sein Freund Elsenwanger es gewünscht hatte, den vergilbten, leeren Briefumschlag mit dem nötigen Vermerk, zog aus einer Schublade das seit seiner Mündigkeit bereitliegende Testament und schrieb an den Schluss, »Mein Vermögen in Wertpapieren gehört, wenn ich sterbe, dem Fräulein Liesel Kossuth, Ratschin, neue Weltgasse Nummer 7, Paterre oder, falls sie vor mir mit Tod abgehen sollte, meinem Diener, dem Herrn Ladislaus Podruzek, nebst allen meinen übrigen Habseligkeiten. Lediglich die Hose, die ich heute getragen habe, sie hängt am Kronleuchter, ist meiner Haushälterin auszufolgen. Für die Bestattung meiner Leiche hat, laut kaiserlichem Hausgesetz, § 13, der K&K-Schlossfonds Sorge zu tragen. Hinsichtlich des Beerdigungsortes hege ich keinerlei Wünsche. Lieb wäre mir, falls der Fonds die diesbezüglichen Überführungskosten bewilligen sollte, immerhin der Gottesacker in Pisek. Ausdrücklich jedoch lege ich hier fest, dass meine irdischen Überreste unter keinen Umständen durch die Eisenbahn oder ähnliche maschinelle Transportmittel befördert werden und insbesondere nicht unten in Prag oder anderen jenseits von Flüssen gelegenen Ortschaften beigesetzt werden dürfen. Als das Testament versiegelt war, schloss der Herr kaiserliche Leibarzt seinen Folianten und holte die sämtlichen versäumten Eintragungen nach. Nur in einem einzigen Punkt wich er dabei von den Gepflogenheiten seiner Vorfahren ab. Er setzte seinen Namenszug darunter und zog mit dem Lineal einen Strich. Er fühlte sich dazu berechtigt, da er keine leiblichen Nachkommen besaß, die es später für ihn hätten besorgen können. Dann zog er sich gemächlich die weißen Glacé-Handschuhe an. Dabei fiel sein Blick auf ein verschnürtes Päckchen, das auf dem Boden lag. »Es gehörte vermutlich der Liesel«, murmelte er. »Ganz richtig. Sie wollte es mir heute Morgen geben, hat sich aber nicht getraut.« Er knüpfte den Packen auf und hielt ein Taschentuch, L.K. bestickt in der Hand, dasselbe, an das er im grünen Frosch so lebhaft hatte denken müssen. Gewaltsam kämpfte er die Rührung, die in seiner Brust aufsteigen wollte, nieder. Tränen vertragen sich nicht mit der Uniform einer Exzellenz. Aber er drückte einen langen Kuss darauf. Als er es in seine Brusttasche steckte, bemerkte er, dass er sein eigenes Tuch vergessen hatte. »Brave, Liesinka, sie denkt an alles. Jetzt wäre ich beinahe ohne Taschentuch auf die Reise gegangen«, flüsterte er vor sich hin. Es kam ihm durchaus nicht sonderbar vor, dass genau in dem Augenblick, als seine sämtlichen Vorbereitungen beendet waren, ein Schlüssel draußen rasselte und ihn aus seinem Gefängnis befreite. Er war gewohnt, dass alles am Schnürchen ging, wenn er seine Galauniform anhatte. Kerzengerade schritt er an dem verblüfften Ladislaus vorbei die Tür hinab. Als verstünde es sich von selbst, dass die Droschke unten vor dem inneren Schlosstor seiner Harre, beantwortete er nur mit einem kühlen »Ich weiß«, die hervorgesprudelte Nachricht des Dieners. »Exzellenz, was Nosti, Bitschen, ist es sich jetzt momentan keine Gefahr nicht, können sich gleich hier einsteigen. Alle sind sich trieben im Dorm, wo gerade Ottokar, der dritte Borivoy, zum Kaiser der Welt gekränt wird.« Der Kutscher riß ehrerbietig den Hut vom Kopf, als er die hohe, schlanke Gestalt und das vornehm ruhige Gesicht seines Herrn im Dämmerlicht des Schlosshofes erkannte und machte sich sofort am Wagen zu schaffen. »Nein, das Dach bleibt unten«, befahl der kaiserliche Leibarzt, »fahr in die neue Welt.« Dem Diener wie dem Kutscher blieb das Herz stehen vor Schreck. Aber keiner von ihnen wagte einen Widerspruch. Ein angstvoller Schrei lief die krumme Mauer entlang, als die Droschke mit dem gespenstischen, isabelfarbenen Klepper davor, die in der schmalen Gasse über dem Hirschgraben versammelten Kreise und Kinder vor sich her trieb. »Die Soldaten sind da! Heiliger Watzlaff, bitte für uns!« Vor dem Haus Nr. 7 blieb Karlitschek stehen und klapperte mit den Scheuledern. Beim Schein einer trübselig brennenden Laterne sah der Herr kaiserliche Leibarzt, dass eine Gruppe Weiber vor der verschlossenen Tür der Hütte stand und sie öffnen wollte. Einige von ihnen waren niedergebeugt, um einen dunklen Fleck auf der Erde gescharrt, andere spähten ihnen neugierig über die Schultern. Sie wichen scheu zurück, als der kaiserliche Leibarzt ausstieg und unter sie trat. Auf der Bahre aus vier Stangen lag leblos die böhmische Liesel. Eine tiefe Wunde klaffte ihr über den Scheitel hinab bis in den Nacken. Der Herr kaiserliche Leibarzt wankte einen Augenblick und griff sich ans Herz. Er hörte, dass jemand neben ihm halblaut sagte, »Sie hat sich, heißt es, vors südliche Burgtor gestellt und es verteidigen wollen. Sie haben sie erschlagen.« Er kniete nieder, nahm den Kopf der Alten zwischen beide Hände und blickte ihr lange in die gebrochenen Augen. Dann küßte er die Tote auf die Stirn, legte sie vorsichtig wieder auf die Bahre zurück, stand auf und stieg in den Wagen. Durch die Menge zuckte das Entsetzen. Die Weiber bekreuzigten sich stumm. »Wohin soll ich fahren?« fragte der Kutscher mit bebenden Lippen. »Grad aus«, murmelte der kaiserliche Leibarzt, »grad aus, immer grad aus.« Die Troschke schwankte über nebeldunstige, feuchte, grundlose Wiesen und über weich gepflügte, sprossende Äcker. Der Kutscher fürchtete sich vor den Landstraßen. Jede Stunde konnte den Tod bringen, wenn man die goldschimmernde Uniform seiner Exzellenz drinnen in dem offenen Wagen erkannte. Karliczek stolperte und stolperte, brach fast in die Knie und musste immer wieder mit den Zügeln emporgerissen werden. Plötzlich versank das eine Rad, und das Gefährt neigte sich auf die Seite. Der Mann sprang ab. »Euer Gnaden! Ich fürchte, die Achse ist gebrochen!« Der kaiserliche Leibarzt gab keine Antwort, stieg aus, schritt mit langen Beinen in die Dunkelheit hinein, als ginge ihm das alles gar nichts an. »Exzellenz! Bitte, zu warten! Der Schaden ist nicht so groß! Exzellenz! Exzellenz!« Der kaiserliche Leibarzt hörte nicht, ging immer geradeaus. Eine Böschung, ein grasbewachsener Damm, er klomm hinauf. Niedrige Drähte, an denen ein feiner, unspürbarer Wind als leises, drohendes Klingeln entlang fuhr. Der kaiserliche Leibarzt stieg darüber hinweg. Ein Schienenweg lief in den letzten Glanz des erlöschenden Himmels, wie in die Unendlichkeit hinein. Der kaiserliche Leibarzt trat mit langen Beinen von einer Schwelle zur anderen, wanderte geradeaus und geradeaus. Es schien ihm wie ein Klettern auf einer Waage recht liegenden Leiter, die kein Ende nehmen wollte. Unverwandt hielt er die Augen auf den Punkt in der Ferne gerichtet, in dem die Schienen zusammenliefen. »Dort, dort, wo sie sich schneiden, ist die Ewigkeit«, murmelte er. »In diesem Punkt geschieht die Verwandlung. Dort muss, dort muss Pisek sein.« Die Erde fing an zu zittern. Der kaiserliche Leibarzt fühlte deutlich das Beben der Schwellen unter seinen Füßen. Ein Brausen wie von unsichtbaren Riesenflügeln ging durch die Luft. »Es sind meine eigenen«, murmelte der kaiserliche Leibarzt, »ich werde fliegen können.« Plötzlich stand auf dem Schnittpunkt der Schienen in der Ferne ein schwarzer Klumpen und wuchs und wuchs. Ein Zug mit verlöschenden Lichtern donnerte heran. Winzige rote Punkte wie Korallenschnüre flogen ihm zu beiden Seiten nach, die türkischen Mützen bosnischer Soldaten, die aus den Wagenfenstern schauten. »Das ist der Mann, der die Wünsche erfüllt. Ich erkenne ihn. Er kommt auf mich zu«, rief der kaiserliche Leibarzt laut in die Luft hinein und starrte die Lokomotive an. »Ich danke dir, mein Gott, dass du ihn mir geschickt hast.« In der nächsten Minute hatte ihn die Maschine erfasst und zermalmt. Ende von Kapitel 8 Gelesen von Hokus Pokus Teil 15 von Walpurgisnacht Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Walpurgisnacht von Gustav Meyrink Kapitel 9 Die Trommel Luzifers Polyxena stand in der Sakristei der Kapelle aller Heiligen im Dom und ließ, stumm und in Erinnerungen versunken, mit sich geschehen, dass Bojena und eine andere Dienerin, die sie nicht kannte, ihr ein morsches, zerschlissenes, moderig riechendes Gewand, mit erblindeten Perlen, Gold und Juwelen bestickt, geraubt aus der Schatzkammer, über das weiße Frühlingskleid legten, das sie trug. Und es beim Schein der hohen, armdicken Wachskerzen mit Nadeln und Spangen feststeckten. Die letzten Tage lagen hinter ihr wie ein Traum. Sie sah sie vorüberschweben wie Bilder, die noch einmal aufwachen wollen, ehe sie für immer schlafen gehen, Wesenlos, schattenhaft und vom Nachfühlen abgetrennt, als gehörten sie einer Zeit an, die niemals existiert hat, langsam abrollend, von mattem, stumpfem Licht umflossen. Wie eins nach dem anderen verschwindet, tritt jedes Mal in den Zwischenräumen die dunkelbraune Maserung der alten, wurmstichigen Kirchenschränke hervor, als wolle der Hauch der Gegenwart sich melden und wispern, dass sie noch lebe. Bis zu der Stunde, als sie aus der Daliborka geflohen und durch die Straßen geirrt war, um auf halbem Wege abermals zu dem Wärterhäuschen im Lindenhof zurückzulaufen und die ganze Nacht bei dem von Herzkrämpfen bewusstlosen Geliebten sitzen zu bleiben, mit dem festen Entschluss, ihn nie mehr zu verlassen, konnte Polyxena in ihren Erinnerungen zurückfinden. Alles, was vorher lag, die Umgebung ihrer Kindheit, das ganze Dasein bis dahin, ihre Klosterzeit, die unter Greisen, Greisinnen, verstaubten Büchern und trostlosen, aschgrauen Dingen aller Art verbrachten Jahre, alles schien ihr unwiederbringlich versunken, als hätte es statt ihr ein empfindungsloses Porträt erlebt. Aus diesem schwarzen Hintergrund drangen jetzt Worte hervor, und die Bilder aus den jüngst vergangenen Tagen reiten sich an. Sie hörte den Schauspieler reden, wie damals in der Daliborka, aber eindringlicher noch und zu einer kleinen Versammlung, zu den Aufrührern der Taboriten, zu ihr und zu Ottokar. Es ist in einer schmutzigen Stube eines alten Weibes, das man die böhmische Liesel nennt. Eine Lampe schwelt. Einige Männer lehnen umher und lauschen den Worten des Besessenen. Sie glauben wieder, wie in der Daliborka, er sei in Jan Zitzka, den Hussiten, verwandelt. Auch Ottokar glaubt es. Nur sie allein weiß, dass es nichts als Erinnerungen an eine alte, vergessene Legende sind, die aus ihrem Hirn, Formen gewinnend, hinüberwachsen in das des Schauspielers, um dort zu spukhafter Wirklichkeit zu werden, ohne dass sie es beabsichtigt. Das magische Aweisha strömt aus ihr, aber sie kann es nicht hemmen und nicht lenken. Es wirkt selbstständig, scheint anderen als ihren Befehlen zu gehorchen. Es wird nur in ihrer Brust geboren, und dort entspringt es. Aber die Zügel führt eine fremde Hand. Die unsichtbare Hand, ihre gespenstischen Ahne Polyxena Lambua mag es sein, fühlt sie. Dann wieder zweifelt sie daran und möchte glauben, dass es das Gebet der Stimme im Lindenhof ist, das um Stillung der Sehnsucht Ottokars nach Erfüllung ringt und die magische Kraft des Aweisha in Bewegung setzt. Ihre eigenen Wünsche sind gestorben. Ottokar soll gekrönt werden, wie er es in seiner Liebe um meinetwillen begehrt, und sei es auch nur für eine kurze Stunde. Ob ich dabei glücklich werde, was kümmert's mich? Das ist das Einzige, was in ihr noch wunschhaft flüstern kann, und auch das spricht eher ihr Konterfei als sie selber. Dahinter verbirgt sich, vampirgleich der unsterbliche Keim, der alten, blutdürstigen Brandstifterrasse, der sich auf sie vererbt hat seit Geschlechtern und sie nur vorschiebt als Werkzeug, um teilzuhaben am Leben und der Furchtbarkeit der herannahenden Geschehnisse. Sie sieht vor sich in den Gesten und Reden des Schauspielers, wie die Sage von Zitzka dem Hussiten allmählich sich wandelt und sich der Gegenwart anpasst. Ihr Graut. Sie sieht das Ende voraus. Das Gespenst Jan Zitzkars wird die Wahnwitzigen in den Tod führen. Und Bild um Bild wirbelt das magische Aweysha ihre Vorahnungen ins Reich des Körperlichen hinein, auf das Ottokars Sehnsucht aus einem Luftschloss zur Wirklichkeit werde. Zrückatloh befiehlt mit der Stimme Zitzkas, dass Ottokar gekrönt werden soll, und besiegelt die prophetischen Worte, indem er dem Gerber Stanislav Havlik das Amt überträgt, aus seiner Haut eine Trommel zu fertigen. Dann stößt er sich selbst ein Messer ins Herz. Der Weisung gemäß beugt sich Havlik über die Leiche. Die Männer fliehen, von Grausen gepackt. Nur sie hält es unerbittlich an der Tür fest. Das Konterfei in ihr will zusehen. Will zusehen! Endlich, endlich hat der Gerber sein blutiges Werk vollbracht. Ein anderer Tag taucht vor ihr auf. Stunden des Rausches und der verzehrenden Liebe kommen und verschwinden. Ottokar hält sie umfangen und spricht zu ihr von einer nahenden Zeit des Glücks, der Pracht und der Herrlichkeit. Mit allem Glanz der Erde will er sie umgeben. Keinen Wunsch wird sie haben, den er ihr nicht erfüllen könnte. Unter seinen Küssen zerbricht die Fantasie die Fesselunmöglichkeit. Aus der Hütte im Lindenhof wird ein Palast. Sie sieht in seinen Armen das Luftschloss erstehen, das er für sie baut. Er reißt sie an sich, und sie fühlt, dass sie sein Blut empfängt und Mutter wird. Und sie weiß, dass er sie damit unsterblich gemacht hat, das aus der Brunst die Inbrunst keimen wird, das aus Verweslichem das Unverwesliche sprießt, das ewige Leben, das eins aus dem anderen gebiert. Ein neues Erinnerungsbild. Die Zyklopengestalten des Aufruhrs sind um sie her. Männer mit ehrenen Fäusten in blauen Blusen scharlach binden um die Ärmel. Sie haben eine Leibwache gebildet. Nennen sich nach dem Vorbild der alten Taboriten die Brüder vom Berge Horeb. Tragen Ottokar und sie durch die rotbeflaggten Straßen. Wie Blutschwaden wehen die Fahnen von den Häusern. Eine heulende, rasende Menge mit Fackeln neben ihnen und hinter ihnen drein. Hoch, Ottokar, Boriwoi, Kaiser der Welt und seine Gemahlin Polyxena! Sie hört den Namen Polyxena fremdartig, als gelte er nicht ihr. Sie spürt, dass das Konterfei der Ahne in ihr triumphiert und die Huldigung auf sich bezieht. Wenn das Brüllen für Sekunden verstummt, lacht grell die Trommel des Gerbers Havlik auf, der, in ekstatischer Wildheit, die Zähne gefletscht, ein Tigermensch dem Zug voranschreitet. Aus Seitengassen gällt Todesschrei und Kampfgetöse. Verzweifelte Volkshaufen, die Widerstand leisten, werden niedergemetzelt. Sie ahnt dumpf, dass es auf den stummen Befehl des Bildnisses in ihrer Brust geschieht und ist voll Freude, dass Ottokar die Hände rein von Mord bleiben. Er hält sich an den Köpfen der Männer, die ihn tragen, und sein Gesicht ist weiß. Er hält die Augen geschlossen. So geht es die Schlossstiege empor zum Dom. Eine Prozession des Wahnsinns. Polyxena kam zu sich. Statt der Bilder ihrer Erinnerung umgaben sie wieder die kahlen Wände der Sakristei und die Maser der alten Schränke wurden deutlich. Sie sah, dass Bojena sich niederwarf und den Saum ihres Kleides küßte. Sie suchte in den Minen des Mädchens zu lesen. Keine Spur von Eifersucht oder Schmerz darin, nur Freude und Stolz. Dröhnend fielen die Glocken ein und ließen die Flammen der Kerzen erzittern. Polyxena trat ins Kirchenschiff. Anfangs war sie wie blind in der Finsternis. Allmählich erst sah sie unter den gelben und roten Lichtern die tragenden silbernen Leuchter erstehen. Dann ringen schwarze Männer mit einer weißen Gestalt zwischen den Säulen und wollen sie zwingen, zum Altar zu gehen. Der Priester, der sie trauen soll. Sie sieht, er weigert sich, wehrt sich, hebt ein Kruzifix in die Höhe. Dann ein Schrei, ein Fall. Man hat ihn erschlagen. Getümmel, warten, gemurmel, toten Stille. Dann wird die Kirchentüre aufgerissen. Fackelglanz fließt von draußen in den Raum. Die Orgel erschimmert rötlich. Sie bringen einen Mann in brauner Kutte geschleppt. Sein Haar ist schneeweiß. Polyxena erkennt ihn. Es ist der Mönch, der täglich in der Georgs-Krypta den gemeißelten schwarzen Stein, die Tote, die eine Schlange statt eines Kindes unter dem Herzen trug, erklärt. Auch er weigert sich, zum Altar zu gehen. Drohende Arme recken sich nach ihm. Er schreit und fleht, deutet auf die silberne Statue des Johann von Nepomuk. Die Arme sinken nieder. Man horcht, was er spricht. Verhandelt. Murren. Polyxena errät, er ist bereit, Ottokar und sie zu trauen, jedoch nicht vor dem Altar. Er hat sein Leben gerettet, begreift sie, aber nur für eine kurze Spanne Zeit. Man wird ihn erschlagen, so wie er den Segen gesprochen hat. Im Geiste sieht sie wieder die Faust des furchtbaren Zitzka, wie sie niederschmetternd auf einen Schädel niedersaust und hört die Worte »Ködemas wo ple? Mönch, wo hast du deine Tonsur?« Diesmal wird sein Schemen die Faust der Menge führen, weiß sie. Man trägt eine Bank vor die Statue und legt einen Teppich über die Fliesen. Ein Knabe kommt durch den Gang geschritten und bringt auf einem Purpur-Kissen einen elfenbeinernen Stab. Das Zepterherzog Borivois des Ersten geht ein Raunen durch die Menge. Man reicht es Ottokar. Er nimmt es wie im Traum und kniet im Herrschermantel nieder. Polyxena neben ihm. Der Mönch tritt vor die Statue. Dann ruft laut eine Stimme »Wo ist die Krone?« Unruhe erfasst das Volk. Es wird erst wieder still, als der Priester die Hände hebt. Polyxena hört seine bebenden Worte, Worte der Andacht und der Fürbitte, wie sie der Gesalbte gesprochen, und es überläuft sie wie ein Frost bei dem Gedanken, dass sie aus einem Munde kommen, der sich noch in derselben Stunde für ewig schließen soll. Die Trauung war vorüber. Jubel braust durch den Dom und erstickte einen leisen, wimmernden Schrei. Polyxena wagte nicht, sich umzusehen. Sie wusste, was geschehen war. »Die Krone!« gellte wieder eine Stimme auf. »Die Krone! Die Krone!« Halt es von Bank zu Bank. Bei der Zaradka ist sie versteckt, schreit jemand. Alle drängen zur Tür, ein wildes Gewoge. Zur Zaradka! Zur Zaradka! Die Krone! Holt die Herrscherkrone! Sie ist aus Gold, mit einem Rubin auf der Stirn, greicht es von der Chorgalerie. Die Bojena ist es, die immer alles weiß. Rubin auf der Stirn, läuft der Erkennungsruf von Mund zu Mund, und alle sind überzeugt, als hätten sie den Stein mit eigenen Augen gesehen. Ein Mann steigt auf einen Sockel. Polyxena sieht, es ist der Lakai mit dem Stieren Blick. Er fuchtelt mit den Armen in der Luft herum und schrillt beutegierig, so dass seine Stimme überschnappt. Im Waldstein Palais liegt die Krone! Niemand zweifelt mehr. Im Waldstein Palais liegt die Krone! Hinter der johlenden Menge her zogen finster und schweigsam die Brüder vom Berge Horeb wieder, wie auf dem Gang zum Dom, Ottokar und Polyxena auf den Schultern. Ottokar trägt den Purpur-Mantel des Herzogs Borivoy und in der Hand das Zepter. Die Trommel ist stumm. Unversöhnlicher Hass gegen den lärmenden Pöbel, der in einem Atem begeistert sein kann und nach Raub und Plünderung lächzt, steigt heiß in Polyxena auf. Ärger als die Bestien sind sie und feiger als der feigste Köter, und sie denkt mit tiefer, grausamer Befriedigung an das Ende, das unabwendbar kommen muss, das Rasseln der Maschinengewehre und einen Berg von Leichen. Sie blickt zu Ottokar hin und atmet befreit auf. Er sieht und hört nichts, ist wie im Traum, gebe Gott, dass ihn ein schneller Tod ereilt, ehe das Erwachen kommt. Was mit ihr selbst geschehen wird, ist ihr gleichgültig. Das Tor des Wallenstein Palais ist fest verrammelt, die Menge will die Gartenmauer erklimmen, fällt mit blutigen Händen zurück, Flaschenscherben und eiserne Spitzen überall auf den Simsen. Einer der Männer bringt einen Balken, Hände packen zu. Zurück und vor, zurück und vor, mit dumpfem krachen, brechen in die Eisenplanken schlagend, rennt das Ungetüm wieder und wieder auf das Hindernis los, bis sich die eisernen Angeln verbiegen und die Pforte in Trümmern birst. Ein Pferd, rot gezäumt, mit gelben, gläsernen Augen, steht mitten im Garten und die Hufe auf ein Brett mit Rädern geschraubt. Es wartet auf seinen Herrn. Polyxena sah, dass Otto K. den Kopf vorbeugte, es anstarrte und die Hand auf die Stirn legte, als käme er plötzlich zu sich. Dann trat einer der Brüder vom Berg Horeb an das ausgestopfte Pferd heran, ergriff es beim Zügel, rollte es auf die Straße und sie hoben Otto K. hinauf, in das die Rotte mit lodernden Fackeln in das offene Haus hineinstürmte. Fenster fielen prasselnd auf das Pflaster, das Glas zerschellte in tausend Splitter, hinabgeschleudertes Silberzeug, vergoldete Harnische, juwelengeschmückte Waffen und bronzene Standuhren flogen klirrend von den Prellsteinen auf und häuften sich zu Bergen. Keiner der Taboriten streckte die Hand danach aus. Man hörte das laute Knirschen, wie die drinnen mit Messern die Gobelins an den Wänden zerfetzten. Wo ist die Krone? schreit der Gerber Haflik hinauf. Die Krone ist nicht hier, Gebrüll und Gelächter. Sie wird bei Zaratka sein, kommt's nach einer Weile aus schwirrenden Mäulern zurück. Die Männer heben das Brett mit dem Pferd auf ihre Schultern, stimmen ein wildes hussitisches Lied an und marschieren vor sich die bellende Trommel zur Thun'schen Gasse. Hoch über ihnen, in wehendem Purpur, sitzt Otto K. auf dem Rosse Wallensteins, als reite er über ihre Köpfe hinweg. Der Eingang zur Gasse wird durch Barrikaden versperrt. Eine Schar alter, ergrauter Diener, angeführt von Moller Osman, empfing sie mit Revolverschüssen und einem Hagel von Steinwürfen. Polyxena erkannte den Tartaren an seinem roten Fetz. Um Otto K. vor Gefahr zu schützen, richtet sie unwillkürlich einen Strom von Willen auf die Verteidiger. Das Avesha fährt, fühlt sie wie ein Blitz in ihrer Reihen, so dass sie von panischem Schrecken gepeitscht die Flucht ergreifen. Nur auf Moller Osman übt es keine Wirkung. Er bleibt ruhig stehen, hebt den Arm, zielt und schießt. Ins Herz getroffen wirft der Gerber Stanislav Havlik die Arme empor und bricht zusammen. Das Kläffen der Trommel ist jäh verstummt. Doch gleich darauf, Polyxena gerinnt das Blut vor Grauen, fängt es wieder an, dumpfer, grässlicher, aufpeitschender noch als früher, in der Luft, von den Mauern wiederhallend, aus der Erde heraus, überall, es gällt mir nur in den Ohren, es ist unmöglich, ich irre mich, sagte sie vor sich und suchte mit den Augen, der Gerber liegt auf dem Gesicht, die Finger in die Barrikaden verkrallt, aber die Trommel ist fort, nur ihr Wirbeln, plötzlich schrill und hoch geworden, rast im Wind. Die Taboriten räumten in fliegender Eile die Steine zur Seite und machten den Weg frei. Der Tartar schoss und schoss, dann warf er seinen Revolver weg und lief im Trab die Gasse hinauf, ins Haus der Gräfin Zaratka, dessen Fenster hell erleuchtet waren. Unablässig das entsetzliche Trommeln im Ohr sieht Polyxena sich im Sturm vorwärts getragen, neben sich das ragende, schwankende, tote Pferd, von dem ein betäubender Geruch nach Kampfer ausgeht. Hoch oben Ottokar. In dem Irrenschein der sich kreuzenden Lichter und Flammen der Fenster und Fackeln glaubt Polyxena einen schattenhaften Menschen dahinhuschen zu sehen, bald auftauchend, bald wieder verschwindend, bald da, bald dort. Er ist nackt, wie ihr scheint, trägt eine Mitra auf dem Kopf, doch kann sie ihn nicht genau unterscheiden. Er bewegt die Hände vor der Brust, als rühre er eine unsichtbare Trommel. Als der Zug vor dem Hause hielt, stand er plötzlich am oberen Ende der Gasse, ein Gebilde aus Rauch, ein schemenhafter Tambur, und das Rasseln der Pauke kam wie aus weiter Ferne her. Er ist nackt, seine eigene Haut ist auf die Trommel gespannt, er ist die Schlange, die in den Menschen wohnt und sich häutet, wenn sie sterben. Ich Grundwasser. Die Gedanken Polyxenas verwirren sich. Dann sieht sie das weiße, hassverzerrte Gesicht ihrer Tante Zaradka über den Eisenstäben des Balkons im ersten Stock. Hört sie grell und spöttisch lachen und schreien Weg da, ihr Hunde, weg da! Das Brüllen der Menge, die nachdrängend die Straße heraufzog, kam näher und näher. Die Krone, sie soll ihm die Krone herausgeben, sie soll ihrem Sohn die Krone geben, heulten die Stimmen wütend durcheinander. Ihr Sohn? jubelte Polyxena auf, und eine wilde, unbändige Freude zerreißt sie fast. Ottokar ist von meiner Rasse. Was? Was wollen sie? fragt die Gräfin nach rückwärts gewendet ins Zimmer hinein. Polyxena sieht von unten den Kopf des Tataren nicken und irgendetwas antworten, hört den beißenden Hohn, der aus der Stimme der Alten klingt. Gekrönt will er sein, der der Wondreig? Ich werd sie ihm selber aufsetzen, die Krone. Dann geht die Alte rasch ins Zimmer. Ihr Schatten erscheint hinter den Gardinen, beugt sich nieder, als hebe er etwas auf und richtet sich wieder empor. Unten am Tor hämmern zornige Fäuste. Aufmachen! Die Brecheisenherr! Die Krone! Gleich darauf tritt die Gräfin Zaratka wieder auf den Balkon hinaus, die Hände auf dem Rücken. Ottokar, im Sattel des auf den Schultern der Männer stehenden Pferdes, ist mit dem Gesicht fast in gleicher Höhe mit dem ihrigen und nur durch einen geringen Zwischenraum davon getrennt. Mutter! Mutter! hört Polyxena ihn aufschreien. Dann schießt ein Feuerstrom aus der Hand der Greisin. Da hast du deine Königskrone, Bastard! In die Stirn getroffen, stürzt Ottokar kopfüber vom Pferd. Betäubt von dem furchtbaren Knall, kniete Polyxena neben dem Toten, rief immer wieder seinen Namen und sah nur, dass ein Blutstropfen auf seiner Stirn stand, wie ein Rubin. Sie konnte das Geschehene nicht erfassen. Endlich verstand sie und wusste wieder, wo sie war. Aber sie sah nur spukhafte Bilder ringsum, ein rasendes Menschengetümmel, das das Haus stürmte, ein umgefallenes Pferd, an dessen Hufen ein grünes Brett befestigt war, ein ins riesenhafte vergrößertes Spielzeug und daneben Otto Kahrs schlafendes Gesicht. Er träumt wie ein Kind vom Weihnachtsabend, dachte sie bei sich. Sein Gesicht ist ruhig, das kann doch unmöglich der Tod sein, und das Zepter, wie wird er sich freuen, wenn er aufwacht und sieht, dass er es immer noch hat? Warum nur die Trommel so lange schweigt? Sie blickt auf. Freilich, der Gerber ist doch erschossen. Es kommt ihr alles so selbstverständlich vor, dass die rote Lohe aus dem Fenster schlägt, dass sie wie in einer Insel sitzt, von einem brüllenden Menschenstrom umwogt, dass im Haus drin ein Schuss fällt, genauso absonderlich hallend und Ohren zerreißend wie vorher der Erste, dass plötzlich die Menge sich wie von Entsetzen ergriffen zurückstaut und sie allein bei dem Toten lässt, dass die Luft um sie her aufschreit, die Soldaten kommen. Es ist nichts Wunderbares dabei. Ich habe doch immer gewusst, dass es so kommen muss. Neu und fast merkwürdig erscheint ihr nur, dass der Tartar mit einem Mal mitten aus der Feuersbrunst auf den Balkon treten kann und mit einem Satz herabspringt, dass er ihr zuruft, ihm nachzugehen, ein Befehl, dem sie Folge leistet, ohne zu wissen, warum, dass er die Gasse hinauf rennt, die Hände in die Höhe streckt, und dass dort oben eine Reihe Soldaten mit bosnischem rotem Pfetz steht, die Gewehre an der Wange und ihn durchlässt, dann hört sie, dass der Unteroffizier sie anbrüllt, sie solle sich niederwerfen. Niederwerfen? Warum? Weil sie schießen werden? Glaubt der Mensch? Ich fürchte mich, dass sie mich treffen? Ich trage doch ein Kind unter dem Herzen. Von Ottokar. Es ist unschuldig. Wie könnten sie es töten? Der Keim der Rasse Borevoi, die nicht sterben kann, die nur schläft, um wieder aufzuwachen, ist mir anvertraut. Ich bin gefeit. Eine Salve kracht dicht vor ihr, so dass sie von der Erschütterung einen Herzschlag lang die Besinnung verliert, aber sie schreitet gelassen weiter. Hinter ihr ist das Geschrei der Menge Jählings erloschen. Die Soldaten stehen wie Zähne eines Rachens, dicht einer neben dem anderen, halten immer noch die Gewehre an der Wange. Nur einer tritt klirrend zur Seite, und lässt sie durch die entstehende Lücke. Sie wandert in den leeren Rachen der Stadt hinein und glaubt, das Trommeln des Mannes mit der Mitra wieder zu hören, gedämpft und mild, wie aus weiter Ferne. Er führt sie, und sie geht ihm nach und kommt am Palais Elsenwanger vorüber. Das Gittertor herausgerissen, der Garten ein Trümmer fällt, glimmende Möbel, die Bäume schwarz und die Blätter verkohlt. Sie wendet den Kopf kaum. Warum soll ich hinschauen? Ich weiß doch, da liegt das Bild der Polyxena, jetzt ist es tot und hat Ruhe. Sie blickt an sich herunter und staunt über das Brokat Gewand, das ihr weißes Kleid verhüllt. Dann erinnert sie sich, ja, ja, wir haben doch König und Königin gespielt. Ich muss es schnell ausziehen, ehe das Trommeln aufhört und der Schmerz kommt. Dann steht sie an der Mauer von Sacré-Cœur und zieht die Glocke. Dort drin will ich das mein Bild hängt. Im Zimmer des Herrn kaiserlichen Leibarztes Thaddeus Flugbeil steht der Diener Ladislaus Podruzek, wischt sich mit dem Handrücken über die nassen Augen und kann und kann sich nicht beruhigen. Nein, wie sich seine Exzellenz der Kneeherr alles sich noch so schön aufkramt hat. Hunsvieg arms wendet er sich mitleidig an den zitternden Brock, der mit ihm hereingekommen ist und winselnd auf dem Boden nach einer Spur schnuppert. Hast du dich auch, deinen Herrn, verloren? No, lass nur, wir werden sich schon aneinander gewähnen. Der Jagdhund hebt die Schnauze, schnauze, stiert mit seinen halbblinden Augen zum Bett hin und heult. Ladislaus folgt seinem Blick und bemerkt den Kalender. Gut, dass ich sieh, der Kneeherr möchte sich schön giften, wenn er wüsst, dass er es vergessen hat. Und er reist, bis die Ziffer erste Juni erscheint, die verjährten Zettel ab und mit ihnen das Datum der Walpurgisnacht Ende von Kapitel 9 Ende von Walpurgisnacht von Gustav Meyrink gelesen von Hokus Pokus